Am 22. Mai 1813 wurde Richard Wagner geboren, bedeutender deutscher Komponist, Dramatiker und Theaterregisseur, der für Opern wie »Der fliegende Holländer«, »Die Meistersinger«, »Der Ring der Nibelungen« und »Pasifal« bekannt ist, das Festspielhaus in Bayreuth entwarf und die dortigen Festspiele initiierte. Aus diesem Grund haben wir euch eine ausführliche Doku hochgeladen. Ja, sie ist lang, aber sicher in Teilen zu ertragen. Bevor wir starten bitten wir dich noch unseren Kanal kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keines unserer Videos aus unterschiedlichen Musikrichtungen und all unseren anderen Themen verpasst. Und nun wünschen wir viel Vergnügen. München, 4. Mai 1864 Das große Spiel konnte beginnen, anspielungsreich und zeitenfern, eine höfische Komödie, deren Zeremoniellem »als ob« sich die Mitspieler in keiner Weise gewachsen zeigten. In aller Welt las man davon, als die Kulissen krachten, und niemandem blieb ein gutes Gefühl zurück. Zwar sollte Wagner die Last des gemeinsten Lebensdrucks, unter der er fast zerbrochen wäre, niemals wieder berühren, aber um den Preis einer Lebenslüge, die er sich erst nach Jahren eingestand. Denn die angeblich so märchenhafte, glänzende und triumphale Episode, die Königsfreundschaft, als Erfüllung eines Traums und Höhepunkt einer Karriere oft gefeiert, erweist sich im Nachhinein als das elendeste, beschämendste und intriganteste Intermezzo, welchen Standpunkt man auch immer einnimmt. Von wenigen Randfiguren abgesehen, verloren alle Beteiligten ihr Gesicht und versuchten, es hinterher zu retten, indem sie ihren Selbstbetrug bemäntelten oder den fatalen Ausgang der Märchengeschichte einer Hofkabale anlasteten. In Wirklichkeit gingen alle von falschen Voraussetzungen aus und verstrickten sich so hoffnungslos, dass erst der Blick vom Ende her ihnen tragisches Format verleiht. Ludwig II., der Traum und Leben verwechselte, Richard Wagner, der zum ersten und einzigen Mal die ihm gesteckten Grenzen unerlaubt überschritt, Cosima von Bülow, die zwar nicht durch ihren religiösen Ehrgeiz und ihre Liebesleidenschaft, aber durch die Unterschiebung eines Kindes und den Betrug des Königs ihres Lebens Unschuld verlor. Ludwig II., ein sinnierender Einzelgänger, ein Jüngling von bedenklicher Schwermut und Menschenscheu, schön, dunkeläugig und homophil, hatte einen entscheidenden Eindruck von dem ersten Opernbesuch seines Lebens davon getragen. Es war Wagners Lohengrin. Der fünfzehnjährige Kronprinz vergoss darüber Tränen des Entzückens, wie der Ministerialbeamte Gottfried von Böhm bezeugt hat. Ludwig lernte sogleich das Textbuch auswendig, las die übrigen Dramen Wagners und mit besonderem Interesse das Kunstwerk der Zukunft. Im Dezember 1861 sah er den Tannhäuser, danach las er auch Tristan und Isolde und den Ring des Nibelungen. Von der Tetralogie begeistert schrieb er an Frau von Leonroth, käme Wagner doch noch dazu, diese Werke in Musik zu setzen, was er beabsichtigt. Vieles spricht dafür, daß es überhaupt nicht die Musik war, was ihn an der Dramenwelt Wagners so reizte, sondern die Gegenstände und Figuren selbst, die sein poetisches Gemüt sich im Zusammenwirken aller Künste idealisiert vorstellte. Er liebte das Mythologische, in das er sich gern flüchtete, und er war empfänglich für Klangreize. Sein Geschmack war verworren. Die Lohengrin-Grotte mit ihrem unsäglichen Höhlenmechanismus, die er sich erbauen ließ, seine zugleich kindliche und verkitschte Schwanenliebe, entstanden im Schloss seiner Väter, Hohenschwangau, vertieft durch Lohengrin, die er nun übertrug auf die Schwanenrittermotive seiner Lieblingsmärchen und zu Versatzstücken seiner Schlösserwelt machte, bis hin zur Fiebergeburt Neuschwanstein. Der Hang zu Separatvorstellungen, in denen nicht etwa nur Opern Richard Wagners, sondern meist dilettantische Auftragsmachwerke mit historischen Themen gegeben wurden, dies alles lässt an der Echtheit und Tiefe seines Kunstempfindens ebenso zweifeln wie die Neigung, sich bestimmte Nummern aus Wagners Bühnenwerken wahllos hintereinander anzuhören. Selbst wenn man nicht so weit geht, Wagners Kompositionen als eine Musik für unmusikalische zu bezeichnen, so war und ist sie doch, Kraft ihrer Wirkungsweise und ihres Appells sowohl an die Sinne wie an den musikalischen Intellekt, eine Kunst zugleich für die vielen und die wenigen, und zu diesen wenigen gehörte der König zweifellos nicht. Nichtsdestoweniger gestand er Wagner gleich zu Anfang, er sei sein eigentlicher Erzieher und Lehrer gewesen. Als Wagner dem hochgewachsenen jugendlichen Monarchen am späten Mittag des 4. Mai in der Münchner Residenz erstmals gegenüberstand, war er von seinem Äußeren, seiner erhabenen Gebärde und dem feurigen Zauber seines Auges tief beeindruckt. An Elisa Wille schrieb er noch gleichen Tages, er ist leider so schön und geistvoll, seelenvoll und herrlich, daß ich fürchte, sein Leben müsse wie ein flüchtiger Göttertraum in dieser gemeinen Welt zerrinnen. Hätte er nur diesem ersten Eindruck vertraut und seine Skepsis daraus bezogen. Der König sagte ihm, er solle sein Nibelungenwerk fertig machen, für die Aufführung werde er schon sorgen. Alle Not solle von ihm genommen sein. War das nicht Ungeheuer? Wagner beugte sich tief über die Hand des Königs und verharrte längere Zeit wortlos in dieser Haltung. Ludwig II. schrieb an seine Cousine, Sophie Charlotte, Hättest du Zeuge sein können, wie sein Dank mich beschämte? Wagner an Elisa Wille, Mein Glück ist so groß, daß ich ganz zerschmettert davon bin. Ludwig an Sophie Charlotte, Ich hatte die Empfindung, als hätten wir die Rollen getauscht. Ludwig beugte sich zu ihm nieder, er war immerhin ein beträchtliches Stück größer, und zog Wagner an sein Herz, wobei er sich selbst den Eid ewiger Treue abbringte. Es war ein voreiliger und waghalsiger Eid. Nicht ungefährlicher war der Rollentausch. Sie vergaßen sich mit der Zeit und verloren Maß und Distanz. Mein innigst Geliebter, schrieb der König, mein geliebter herrlicher Freund, antwortete der Künstler, und das war noch das Geringste. Man muß wohl noch einige der überschwänglichen Anreden des Königs an den Künstler aufführen. Ein und all, in Begriff meiner Seligkeit. Erhabener, göttlicher Freund. Urquell des Lebenslichts. Wonne des Lebens, höchstes Gut, alles. Heiland, der mich beseeligt. Heißgeliebter, angebeteter, Herr meines Lebens. Wagners Repliken waren nur entsprechend und keineswegs Devoter. Aber nicht diese verbalen Umarmungen sind das eigentlich Peinliche an ihrem Briefwechsel, und von einer homosexuellen Beziehung kann schon gar nicht die Rede sein, sondern, dass sie in den hinaufgetriebenen Phrasen ihrer Korrespondenz die Wirklichkeit verließen und verrieten, dass sie selbst Betrug begingen, wenn nicht Betrug. Wie brenne ich voll Sehnsucht nach ruhigen, weihevollen Stunden, die es mir vergönnen werden, das lang entbehrte Antlitz des Teuersten der Erde wiederzuschauen! Ließ sich der König am 5. Januar 1865 vernehmen. Was ich je geträumt, gehofft und ersehnt, wird nun bald in das Leben treten. Der Himmel steigt für uns auf die Erde herab. O Heiliger, ich bete dich an! Und der Geliebte erwiderte dem Himmlischen, mein angebeteter, engelgleicher Freund. Sie verliebten sich in ihr Rollenspiel, sie bemerkten es gar nicht mehr, und das war das Schlimmste, was geschehen konnte. Der große Dramatiker und Regisseur Richard Wagner hat das Spiel nachträglich durchschaut, so viel ist gewiß. Davon blieb eine tiefe Wunde zurück und viel Scham. Die Schwärmerei des Königs hatte etwas Kindliches, und genau das wurde für beide verhängnisvoll. Ludwigs fast staatsgefährdende Neigung, sich in eine Fantasiewelt einzuspinnen, forderte dem Künstler und großen Unpolitischen geradezu heraus, sich an diesem Spiel zu beteiligen und nicht nur den blindlings ergebenen Kunstjünger, sondern gleich das ganze Königreich Bayern mit auf den Weg zum Kral zu beordern. Zum ersten Mal versuchte er, die Mittel praktischer Politik anzuwenden und Staatsaffären in seinem Sinn zu beeinflussen. Im Frühjahr 1865 wollte ihm gar die Wahrsagerin Dangl einreden, seine Aufgabe sei es, den König vor seinen Feinden zu retten. Dabei dachte er, genau wie der König in erster Linie, an sich. Und das war sein Recht. Was wollte er sonst? Er war durch alle Tiefen und Demütigungen gegangen. Aber, so urteilte der Maler Friedrich Pecht, der natürliche Egoismus des Genies sei alles andere als von gutartigem Einfluß auf den König gewesen, da es den seinigen nur steigern konnte. Von den 296 Regierungstagen des Jahres 1864 war der König nur 68 Tage in seiner Landeshauptstadt anwesend. Er fehlte bei wichtigen politischen und öffentlichen Anlässen, was übrigens nicht im Sinne Wagners sein konnte. Die Ultramontanen nutzten die Schwäche des Herrschers, ihre Macht auszudehnen. Es regierte nicht der König, sondern die Ministerialbürokratie. Vorläufig schwieg sie noch zur Wagner-Manie des jungen Monarchen, der über einen Teil seines Jahresetats nicht über das Staatsbudget frei verfügen konnte. Das wahrhaft hilfreiche Wunder Für Wagner war es eingetreten. Er war seiner Schulden ledig. Ludwig II. ließ ihm am 9. Mai zunächst einmal 4000 Gulden ausbezahlen, worauf Wagner nach Wien reiste, um dort einen vorläufigen Waffenstillstand mit seinen Gläubigern zu schließen. Nicht ohne seine engsten Freunde, wie stand Hartner, mit Vorwürfen zu überschütten, sie hätten verfrüht und unverantwortlich über sein Eigentum verfügt, Ärgerlich blieb jedenfalls, daß auch der Errarflügel verloren war. Noch in Wagners Abwesenheit veranlasste der König Richard Wagner jährlich, mit Wirkung vom 1. Mai 1864 an, ein Gehalt von 4000 Gulden zu gewähren. Es war das Jahreseinkommen eines Ministerialrats. Wagner kam mit dem König überein, gegenüber der Öffentlichkeit einen weit geringeren Betrag zu nennen. So sprach er in einem Brief an Minna vom 26. Mai nur von 1200 Gulden, korrigierte sich aber, wie er ja Minna nie wirklich und für längere Zeit belog, schon am 15. Oktober und gab zu bedenken, daß 4000 Gulden doch gar nicht zu viel seien, wenn man die Tausendthaler abziehe, die er ihr gewähre. Rechnet man noch einige Zahlungsverpflichtungen ab, so blieben ihm etwa 2000 Gulden, das Jahresgehalt eines bayerischen Gymnasialrektors. Am 10. Juni bewilligte der König noch einmal 16.000 Gulden als bares Geschenk und 4000 Gulden zur Deckung der Umzugskosten. Am 18. Oktober schloß die Kabinettskasse mit Wagner einen Vertrag, nachdem er für die Komposition des Rings ein Honorar von 30.000 Gulden erhalten sollte, davon wurden 16.500 Gulden ausbezahlt, 6000 als Vorauszahlung seines nunmehr erhöhten Gehaltes, das am 6. Dezember endgültig auf 5000 festgesetzt wurde. Die Summe aller Aufwendungen der königlichen Kabinettskasse betrug insgesamt 131.173 Gulden und 46 Kreuzer, nach einer etwas fragwürdigen Umrechnung etwa eine halbe Million Euro, und entsprach einem Drittel des Betrags, der dem König jährlich zur freien Verfügung stand, oder einem Zehntel seines Gesamtetats. Grund genug, daß der Sänger mit dem König ging. Ludwig II. blieb für Wagner, was immer er auch an ihm für Enttäuschungen erlebte, bis zum Lebensende der Segen von außen, jener Retter in der Not, dem er den Abschied vom drückendsten Elend und die entscheidende Wende hin zur Verwirklichung seiner Ideen und Pläne verdankte. Nach der ersten Wienreise im Mai, von der er das Diener-Ehepaar Anna und Franz Mrazik und den Hund Pol mitbrachte, zog Wagner in das vom König für ihn gemietete Haus Pellet in Kämpfenhausen bei Starnberg, ungefähr auf halbem Wege zum Schloss Berg, wo sich Ludwig aufhielt. Hinreißender Umgang, fast täglich vormittags, wie es in den Annalen heißt. Diese ersten Wochen waren die ungetrübtesten in den Beziehungen beider zueinander. Wagner las dem König vor, Ludwig sah seine Traumvorstellungen in der Wirklichkeit ganz aufgehen. Innigste Liebe, schwärmerischer Kunstsinn und ideelle Übereinstimmung schienen einen Bund gestiftet zu haben. Am 22. Mai gratulierte der König zu Wagners Geburtstag mit einem Ölporträt, das er eigens hatte anfertigen lassen. Nach dem zweiten Wienbesuch Wagners im Juni überkam den Sänger des Königs plötzlich Ernüchterung. Der König reiste nach Bad Kissingen, und das Idyll am Starnberger See enthüllte seine unvollkommenen Züge. Wagner war in keiner guten Gemütsverfassung, an Arbeit war nicht zu denken, er wurde hypochondrisch und nervös. Nicht das Unglück, das Glück brachte ihn durcheinander, er brauchte eine Frau. »Willst du zu mir kommen und mein Haus führen?« fragte er bei Mathilde Meyer an. Da spielte er ein falsches Spiel und mit hohem Einsatz, denn Bülows und Cosimas Besuch stand bevor. Erstaunlich ist überhaupt, daß Wagner auch nach dem Zusammengehörigkeitsschwur mit Cosima vom 28. November 1863 weiterhin Mathilde Meyer seinen besten Schatz titulierte und noch am 23. Januar 1864 »Behalt mich unwandelbar lieb« geschrieben hatte. Jetzt forderte er sie gerade heraus auf, ihm die Sachen in Ordnung zu halten. Sie solle es nehmen, als ob es eine Stelle sei. Evchen als Haushalterin von Sachs Er sandte Mathilde einen Brief, den sie ihrer Mutter aushändigen sollte, und in dem er dieser klarlegte, daß an eine Scheidung von Minna wegen ihres Gesundheitszustands nicht gedacht werden könne. Mathilde sei bei ihm aber gut und edel aufgehoben. Und dann leistete er sich die einzigartige Geschmacklosigkeit, den Fall des Todes seiner Frau in Berechnung zu ziehen und sich für diese Eventualität um die Hand Mathildens zu bewerben. Es war weit mit ihm gekommen. Frau Meyer mußte den Brief zum Glück nie lesen, denn die gute Mathilde weigerte sich, ihn der Mutter zu übergeben, weil sie angeblich fürchtete, der Brief werde ihre Mutter wegen der Aussicht, sich von der Tochter trennen zu sollen, zerschmettern. Aus keinem anderen Grund? Wagner ließ ab und empfahl Mathilde einem guten Schicksal. Fürchte auch meinerseits keine Abwege. Für jetzt kommt Freundesbesuch zu mir, schrieb er ihr noch. Dann kam Cosima. Hans von Bülow's Besuch verzögerte sich um acht Tage. Er schickte am 29. Juni seine Frau mit der dreieinhalbjährigen Daniela und der fünfzehn Monate alten Blandin voraus. Von Cosimas Wildheit und Unberechenbarkeit war schon die Rede. Was aber jetzt geschah, zeugt er von ihrer Entschlusskraft und ihrem Sendungsbewusstsein, einem Eifer, der ihre Liebe mit fast religiöser Inbrunst durchdrängte. Um einer Idee willen liebte sie ihn gewiss nicht nur, aber handeln hieß die Losung der Stunde. Sobald sie begriffen hatte, worum es ging, war sie entschlossen und wollte ins Hauptgeschehen eingreifen. Sie erkannte, welcher Platz ihr zugedacht war. In dieser einen Woche im Haus Pellet am Starnberger See wurde der Bund mit Wagner besiegelt. Die beiden Bülow-Töchter schliefen nebenan. Es scheint so, als habe Cosima von Bülow die Endgültigkeit der Starnberger Entscheidung, die das Spiel um den geschädigten Dritten in Wagners Leben irreversibel in eine andere Richtung lenkte und binnen Kurzem für immer erledigte, sofort begriffen. An Marie von Buch, spätere Freifrau von Schleines, schrieb sie, »Ich bin seit drei Tagen hier, und mir scheint, dass es bereits ein Jahrhundert sei, und dass es dauern wird. Wie lange, weiß ich nicht.« Das ist großartig. So wenig man anstehen muß, das Erscheinen der 27-jährigen Baronin von Bülow bei Richard Wagner am Starnberger See für ihre Zeit gewagt zu finden. Nun hatte es auch Wagner eilig, seine überstürzten anderweitigen Bemühungen ungeschehen zu machen. So gab er Mathilde Meyer gegenüber am 19. Juli brieflich seine Hoffnung ausdruck, sie habe um Gottes Willen den neulich beigelegten Brief nicht doch noch ihrer Mutter gezeigt. Jetzt sei er in einer Stimmung, das ihm etwa angebotene Opfer nicht annehmen zu können. Es solle alles bleiben, wie es war. Er wolle sich neue Herzenspeinigungen ersparen und bitte um Verzeihung. Beinahe hätte seine Torschlosspanik noch alles verdorben. War es die Wohltat eines sanften Friedens in Cosimas Armen, die ihm nachträglich die Friedensmelodie eingab und ihm den Betrug an der Welt und an Bülow so unsagbar erleichterte? Hans traf am 7. Juli in Hauspellet ein, mit zerrütteten Nerven, an einem rheumatischen Fieber leidend und auch die komfortable Atmosphäre des Landhauses am See mit seiner Stille, seiner unauffälligen Bedienung, seinem reizenden Gärten, konnte ihm keine Besserung verschaffen. Das war nicht der Augenblick, über Eheprobleme oder Scheidung zu sprechen. Noch dazu, Wagner bestrebt sein mußte, sich Bülow als Freund zu erhalten und seine Berufung nach München ihm und dem König schmackhaft zu machen. So ließ man ihn am besten im Unklaren, und Cosima spielte ihm gegenüber für einige Zeit die empfindsam Leidende. Mehr ist auch nicht in den Brief hineinzulesen, den Wagner am 30. September an Bülow schrieb, und da ging Cosima schon im dritten Monat schwanger mit Isolde, Wagners erstem Kind. Cosimas leidender Zustand ängstigt auch mich. Alles, was sie betrifft, ist außerordentlich und ungewöhnlich. Ihr gebührt Freiheit im edelsten Sinne. Sie ist kindlich und tief. Die Gesetze ihres Wesens werden sie immer nur auf das Erhabene leiten. Niemand wird ihr auch helfen, als sie sich selbst. Sie gehört einer besonderen Weltordnung an, die wir aus ihr begreifen lernen müssen. Du wirst in Zukunft günstigere Muße und eigene Freiheit in besserer Genüge haben, um dies zu beachten und deinen edlen Platz an ihrer Seite zu finden. Auch das gereicht mir zum Trost. Worte von dunkler Zweideutigkeit, deren Sinn er im Grunde nur selber begriff. Vorerst war das empfindliche Gleichgewicht seiner neuen Situation nach allen Seiten abzugrenzen, und so schrieb er, als sein hochgeliebter junger Freund zu erfahren wünschte, in welcher Weise sich seine Ansichten seit den Revolutionsschriften der Jahre 1849 bis 1851 geändert hätten, einen Aufsatz über Staat und Religion, worin er die künftige Lesart über sein revolutionäres Denken und Tun ein für allemal festlegte, ohne dass er etwas an früher geäußerten Meinungen und Gedanken hätte revidieren müssen. Dass diese oder jene Regierungsform, die Herrschaft dieser oder jener Partei, diese oder jene Veränderung im Mechanismus unseres Staatswesens meinem Kunstideale irgendwelche wahrhaftige Förderung verschaffen sollte, habe ich nie gemeint. Wer meine Kunstschriften wirklich gelesen hat, muss mich daher mit Recht für unpraktisch gehalten haben. Wer mir aber die Rolle eines politischen Revolutionärs mit wirklicher Einreihung in die Listen derselben zugeteilt hat, wußte offenbar gar nichts von mir und urteilte nach einem äußeren Scheine der Umstände, der wohl einen Polizei-Aktuar, nicht aber einen Staatsmann irreführen sollte. Er habe nur eben den Irrtum begangen, Kunst und Leben zu verwechseln. In der Tat, er war der künstlerischste und praxisfernste Sozialist, den die Revolution hervorgebracht hatte, und er blieb auch darin nicht ohne Nachfolger. Seit Wagner datiert ein Edelkommunismus, mit dem alles zu bemänteln und nichts auszurichten ist. Der Künstler hatte in ihm gesiegt. Als dies getan und geschrieben war, und es war für immer getan, erschienen Besuche. Darunter eines Tages auch Ferdinand LaSalle. Ende Mai hatte Mathilde Meyers Freund Städel brieflich Wagner nahegelegt, er möge doch seinem königlichen Freund als Ergänzung eines universalen Bildungsprogramms sozialistische Vorlesungen von LaSalle halten lassen. Welch absurdes Verlangen! Da Wagner gerade darauf bedacht war, seine eigene sozialistische Vergangenheit ins rechte, schwächere Licht zu rücken. LaSalle wollte etwas ganz anderes. Er war augenblicklich mit seiner geliebten Helene von Döniges stärker beschäftigt, als mit dem allgemeinen Deutschen Arbeiterverein. Mit Hans von Bülow war er von Berlin her befreundet, und diesen wollte er zunächst aufsuchen, um durch seine Vermittlung über Wagner an den König heranzukommen. Er beabsichtigte, den bayerischen Diplomaten von Döniges wegen Sequestrierung seiner Tochter zu verklagen und wünschte dabei den König von vornherein auf seiner Seite. Helene von Döniges hat ihn vermutlich begleitet. Als er Wagner gegenüber trat, stellte er sie als Brünnhilde und sich selber als Siegfried dar. Er verstand den Ring zu Recht als sozialistisches Kunstwerk. Wagner hörte sich an, was LaSalle wollte, bat jedoch, seinen Einfluß nicht zu überschätzen. Das Ganze ging ihm denn doch zu weit. So reiste LaSalle unverrichteter Dinge in die Schweiz weiter, um sich mit dem Bojaren Rakowica, in dem die Familie Döniges den Verlobten Helene sah, zu duellieren. Am 26. August schickte er Wagner ein Telegramm. Er trete vom Duell zurück wegen absoluter Unwürdigkeit der Person. Zwei Tage später ließ er sich doch darauf ein. Am 31. August starb er an den Folgen des anachronistischen Ehrenhandels. Kein Wunder, dass Wagner diesen Sozialisten in schlechter Erinnerung behielt. Er nannte ihn einen Poseur und Demagogen. Der an seiner Eitelkeit zugrunde gegangen sei. Den König verschonte er mit derlei Lappalien. Sofern Ludwig II. nicht gerade auf Reisen war und Wagner ihm brieflich seine Verzweiflung am Heile der Kunst auseinandersetzen mußte, weihte er ihn gesprächsweise in die weit ausgreifenden Unternehmungen ein, die über des Königs Liebe hinaus der Förderung des von ihm so sehr herbeigewünschten tetralogischen Riesenwerks dienlich sein könnten. Zum Eigentlichen, zum Komponieren, kam er dabei wenig. Der Huldigungsmarsch, der erste von den drei wagnerischen Märschen, die man seinem Oeuvre nicht unbedingt zuzählen sollte, war dem König als Geburtstagsgabe zum 25. August 1864 zugedacht und hieß eigentlich schlicht Geburtstagsgruß. Für 80 Militärmusiker gesetzt wurde er erst auf Veranlassung des Schott-Verlags 1871 von Joachim Raff für Symphonieorchester instrumentiert. Ein höchst merkwürdiges Produkt, voller Zwielicht, in Tristan- und Meistersingerstimmung getaucht, aus der die Trompeten wie aus dem Morgennebel über dem Starnberger See auftauchen. Wenn man dann ein Meisterthema erwartet, verliert sich alles in einer Art Choralmelodie. Das Ganze hat, paradoxes Spiegelbild der Situation und seltsame Vorahnung, etwas Erschütterndes, Krankes, Verzweifeltes und wird gewaltsam zum Schluss geführt. Der Huldigungsmarsch wurde am 5. Oktober einem trüben und kalten Herbsttag im Hof der Münchner Residenz »Kein Volk zu sehen, der König am Fenster« von den Vereinigten Musikchorps Dreier Infanterieregimenter unter der Leitung von Militärmusikmeister Siebenkäs dargeboten. Danach durfte er sofort wieder vergessen werden. Denn natürlich ging es um anderes, Höheres als um gegenseitige Huldbeweise. Voller Ungeduld redete Wagner dem König ein, den Befehl zur Vollendung, planmäßigen Vorbereitung und Aufführung des Nibelungenrings nun allergnädigst erteilen zu wollen, und er ergriff allerhand flankierende Maßnahmen, die seinen Hang zur weit vorausschauenden, gleichwohl nicht immer glücklichen Personalpolitik verrieten. Eine Kolonie war zu bilden, und deren Stadthalter konnte kein anderer sein als Hans von Bülow. Er führte ihn beim König in Schlossberg ein, und Bülow machte eine so gute Figur, das Ludwig ihn zur Tafel lud. An Mathilde Mayer schrieb Wagner, sein Plan sei vollkommen geglückt, Bülow werde mit einem Gehalt von 2000 Gulden als Vorspieler des Königs angestellt. Bülow habe den König, welcher gar keine Musik kennt, mit der musikalischen Literatur vertraut zu machen, und er selbst, Wagner, gewinne dadurch einen ergebenen Mitarbeiter. Bülow kam die Berufung nach München nicht ungelegen, obwohl er zunächst gezögert hatte. Durch eine Reihe unvorsichtiger Äußerungen hatte er sich Berlin verleidet. Zunächst flüchtete Bülow von Starnberg nach München, wo er krank, zeitweise an Beinen und Arm gelähmt und, wie Wagner meinte, wütend, im bayerischen Hof lag. Wieso wütend? Begriff er mehr, als er zu erkennen gab? Oder kränkte ihn nur, daß Cosima zum ersten Mal nicht bei ihm blieb, sondern am gleichen Tag, da er sich in München in ärztliche Behandlung begeben mußte, zu ihrem Vater nach Karlsruhe reiste, um mit ihm an der Tonkünstlerversammlung teilzunehmen, als sei dies ein so wichtiger Anlaß. Cosima hatte ihrem Vater viel zu sagen oder anzudeuten, und der Vater machte ihr schwere Vorhaltungen. Ganz elend und zerschlagen kehrte sie mit ihm aus Karlsruhe an Bülows Krankenlager zurück. Wagner war erschrocken über ihr Aussehen. List eilte mit seiner Tochter an Bülows Bett. Ein unglücklicheres Wiedersehen war nicht denkbar. Und auch die Begegnung mit Wagner löste in beiden gemischte Empfindungen aus. Sie hatten sich seit drei Jahren nicht gesehen. Inzwischen war Lists Eheschließung mit der Fürstin von Sein-Wittgenstein an den Intrigen ihrer Verwandten gescheitert. Sie hatte ihren Eifer von der irdischen auf die himmlische Vereinigung gerichtet und sich zum Ziel gesetzt, List zum Eintritt in den geistlichen Stand zu bewegen. Zu dem störenden Einfluß der Fürstin auf List gesellte sich der drohende Kardinalshut. Keine angenehme Vision für Wagner. Auch sah List angegriffen aus. Sie waren alle drei noch Männer in den besten Jahren. List nicht ganz 53, Wagner 51, Bülow erst 34. Aber in was für einem Zustand? Nach den Gesprächen mit Hans von Bülow und einem Besuch, den Wagner mit List, dem Maler Wilhelm von Kaulbach, abstattete, fuhren sie beide am Nachmittag des 30. August durch den Forstenrieder Park, ein Wagner bald sehr vertrauter Königsweg, nach Kämpfenhausen hinaus. Daß es in Haus Pellet zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Wagner und List kam, verraten die Eintragungen im braunen Buch, daß Wagner ein Jahr darauf als Journal für Cosima zu führen begann. List unternahm den Versuch, Bülows Ehe zu retten. Er hielt Wagner vor, er liebe Cosima gar nicht richtig und, so werde es kommen, dann werde Wagner sie verächtlich behandeln. Sie hatten beide Mühe, sich zu beherrschen. List spielte aus den bisher entstandenen Teilen der Meistersinger und war von dem Meisterwerk von Humor, Geist und Anmut stark beeindruckt. Den Freund machte er mit den Seligpreisungen aus dem Oratorium Christus bekannt. Wagner witterte im Hintergrund Rom und nahm dergleichen, wenn man den Tagebüchern Cosimas glauben darf, mit Zurückhaltung auf. Dies war nicht der List, den er bewunderte und liebte. Die triumphale Stimmung, die Wagner allerwärts mit den Nachrichten von der Königsfreundschaft verbreitete, stellte sich zwischen beiden nicht her, auch wenn List, als er die schwärmerischen Briefe des Königs an Wagner in der Hand hielt, sich vor Staunen wirklich nicht zu fassen wußte. Wagners Verhältnis zu dem Könige grenzt an das Wunderbare, schrieb er an die Fürstin Karoline. Als List und am 3. September auch Bülos abgereist waren, um ihre Übersiedlung für den November vorzubereiten, sollte so etwas wie Münchner Alltag beginnen. Festes Alltag und hohe schöpferische Zeit. Bei einer Audienz am 7. Oktober erteilte der Herrscher dem Künstler endlich den offiziellen Befehl zur Vollendung des Rings. Am 15. Oktober bezog er das Haus Nr. 21 in der Briennastraße in München, diesmal, wie er glaubte, fürs Leben. Es stand gegenüber den Propyläen, eine Villa in feinster Wohnlage und von dezenter Vornehmheit, mit einem quadratischen Grundriss und einem Erkervorbau in der Mitte, der sich im ersten Stock zu einer Lodger öffnete, über der sich eine Haube wölbte. Das italienische Flachdach war an der Vorder- und Rückseite von einer Mauer begrenzt, auf der steinerne Vasen das Viereck markierten. Das Haus in der Briennastraße, das der König Wagner überschreiben ließ und das dieser der königlichen Zivilliste nach seiner Abreise von München wieder zurückerstattete, wurde von Anna und Franz Mrazik und der aus Luzern herbeigerufenen Verena Weidmann bewirtschaftet und erhielt irgendwann den Namen »Das Schiff«, weil es auf schwankendem Grunde stand. Der Genuß des herrschaftlichen großbürgerlichen Domizils wurde ihm bald nach dem Einzug durch eine schwere, langwierige, hämorrhoidale Erkrankung und eine Kette von Ärgernissen getrübt, die sich vermehrten, je näher er der Verwirklichung seiner Ziele zu kommen schien. Am 26. November fasste der König den Entschluß, zum Zwecke der Uraufführung des Rings in München ein Festtheater bauen zu lassen. Und am 29. Dezember beauftragte er bei einer Audienz den ihm von Wagner empfohlenen und eilends herbeigerufenen Gottfried Semper, dieses Festtheater zu entwerfen. Es sollte in der Verlängerung der Briennastraße über den Hofgarten hinaus, jenseits der Isar, auf den Gasteighöhen prächtig erstehen, eine einzige Wagner-Achse quer durch München. Auch daß Wagner diesem Projekt zustimmte, war ein Verrat an sich selbst. Er hatte sich sein Festtheater viel bescheidener vorgestellt und war dann insgeheim froh, daß aus dem Münchner Mammutunternehmen nichts wurde. Im Augenblick, da die Pläne für ein Münchner Festtheater bekannt wurden, regte sich der Widerstand im Kabinett und unter den Münchner Künstlern und Literaten erwachten Neid und Missgunst. Das muß nicht verwundern. Denn zwar waren die Paul-Heise, Bodenstedt, Lachner, Schwind und ihre Kreise keineswegs alle alteingesessene Bayern, bildeten jedoch in der provinziellen Residenz, die damals 166.000 Einwohner zählte, eine privilegierte Schicht, die Ungarn-Glanz und Wohlgelittenheit mit einem so fragwürdigen Königsgünstling teilte. Denn was wußte München schon von ihm? Daß er ein steckbrieflich gesuchter Revolutionär gewesen war, sich öffentlich zu Feuerbach bekannt hatte, unaufführbare Werke schrieb und mehrmals unter Hinterlassung enormer Schulden hatte flüchten müssen. Es gab genug, über ihn zu flüstern. Nimmt man nur noch hinzu, daß der schon aus Sachsen unrühmlich bekannte und Wagner von daher feindlich gesinnte, klerikal-konservative Ludwig von der Pforten ausgerechnet jetzt zum bayerischen Ministerpräsidenten ernannt wurde, so war die Parteienbildung programmiert und ein Unheil abzusehen. Von der Pforten hatte von jeher die Auffassung vertreten, wenn die Fürsten zusammenhielten wie die Demokraten, als die ihm Wagner, Semper, Bülow gelten mußten, dann dürfte Wagners Musik nirgends aufgeführt werden. Jetzt nutzte er die wachsende Stimmung gegen den von Wagner betriebenen Luxus und wandte sich gegen dessen überhebliche Anmaßung, außer über die Schatulle des Königs, auch noch über ein eigenes Theater verfügen zu wollen. Die Münchner hatten zunächst gar nichts gegen Richard Wagner, das Volk war tolerant. Es kannte die Schrullen und Eitelkeiten der Künstler und stand traditionsgemäß nicht gerade auf Seiten der Ministerialbürokratie. Dennoch war der Konflikt wohl unausweichlich. Richard Wagner konnte sich Altbayern so wenig anvermählen wie Lohengrin Brabant. Die Bayern sind ein Volksstamm, an dem Kant und Hegel vorbeigegangen sind. Sie leben endzeitlos. Sie haben keine Heilserwartungen. Der Bayerische Konservative steht fassungslos vor Volkserlösern, nicht weil sie links sind, sondern weil er sie gar nicht versteht. Daher mußte Wagner mit seinen Erlösungs- und Weltbeglückungsideen ihnen fremd erscheinen. Er wollte das Heil, aber sie wollten nicht erlöst werden. Weder durch ihn noch durch irgendeinen anderen. Eines der unmittelbaren und sich aufdrängenden Hauptärgernisse für die Landesbewohner war Wagners Kolonie, in die sich auch Ungebetene drängten wie der Musikschriftsteller Ludwig Nohl. Alle Welt witterte Nepotismus. Den Berufenden winkte nicht gerade idyllische Zeit, denn Wagner zog sie an und verschlang sie wie ein gefräßiges Reptil. Unabhängige Geister wie Peter Cornelius wehrten sich bis zuletzt. Ob Richard Wagner bei all dieser Beanspruchung seiner Mitwelt, bei der Ergebenheit seines Königs so kurz vor der Erfüllung seiner Wünsche, wirklich glücklich war? Er kann es nicht gewesen sein. Er muß den rächenden Blitzesstrahl des Schicksals mehr gefürchtet haben als jemals zuvor. Am 1. Februar sagte er, am Rand des Konzertpodiums stehend, zu den darüber besorgten Musikern, »Meine Herren, ich bin daran gewöhnt, am Rande des Abgrunds zu stehen.« Er, der Protestant am Hofe, der musikalische Umstürzler, den die satirische Zeitschrift Punsch Herrn Rumorhäuser nannte, Ludwig Geiers Räuber und Kosak, der Welt Missliebchen, er war dem Abgrund schon jetzt näher, als er glaubte. Ein Münchner Wirt setzte für ihn den Namen Lolus in die Welt, auf Lola Montes anspielend, die den Großvater Ludwigs des Zweiten um den Thron gebracht hatte. »Ich hatte eine kurze Zeit, in welcher ich wirklich zu träumen glaubte. Es war dies die Zeit der Proben des Tristan,« schrieb er an Mathilde Mayer. »Zum ersten Mal in meinem Leben war ich hier mit meiner ganzen vollen Kunst wie auf einem Pfühl der Liebe gebettet. So mußte es einmal sein. Edel, groß, frei und reich die Anlage der ganzen Kunstwerkstatt, ein wunderbar vom Himmel mir beschiedenes Künstlerpaar, innig vertraut und liebevollst ergeben, begabt zum Erstaunen. Wie ein Zaubertraum wuchs das Werk zur ungeahnten Wirklichkeit. Ludwig Schnorr von Karolsfeld hatte bereits im März als Tannhäuser in München Außerordentliches geleistet. Durch die Erfahrungen dieser Arbeit ermuntert, hatte Wagner am 31. März einen Bericht an den König über eine in München zu errichtende deutsche Musikschule gesandt. Mit Schnorr durfte er hoffen, jene Schule eines neuen Vortragsstils zu verwirklichen, die er schon in Paris konzipiert hatte. Die Erfahrungen bei der Arbeit am Tristan übertrafen alles, was Wagner in dieser Beziehung bisher erlebt hatte. Während der Proben erfasste Schnorr die ihm flüsternd und durch Zeichen gegebenen Hinweise zur Gestaltung seiner Rolle mit solcher Schnelligkeit und Bestimmtheit, daß Wagner bald keines Wortes mehr fähig war und schließlich beim dritten Akt nur noch in Ergriffenheit abgewandt verharrte. Das Orchester schien, trotz aller wachsenden, abnehmenden, endlich sich bekämpfenden, sich umschlingenden Motive, die ein zwischen äußersten Wonne verlangen und allerentschiedenster Todessehnsucht wechselndes Gefühlsleben ausdrücken, gegen den Sänger rein verschwunden oder vielmehr in seinem Vortrage selbst mit enthalten zu sein. Einmal ging Wagner zu dem auf seinem Schmerzenslager ruhenden Tristan auf die Bühne, beugte sich zu ihm hinab und sagte leise, er könne nicht mehr loben, da er sich der Idealgestalt seines Werks gegenüber sehe. Sie wurden Dudes Freunde und hatten sich über Auffassungsfragen nicht mehr zu beraten. Am Tag der ersten Orchesterprobe – Baron von Perfall hatte Hans von Bülow dem Orchester als neuen Kapellmeister vorgestellt – wurde Isolde, Cosimas und Richard Wagners erstes Kind, geboren. Bülow wußte nicht oder gab vor, nicht zu wissen, daß das Kind ihm unterschoben wurde und hielt daran zeitlebensfest. An dem betrogenen Freund erlebte Wagner in diesen Wochen sein zweites musikalisches Wunder. Bülow war mit der Partitur bis zum Auswendigwissen jedes kleinsten Bruchteiles derselben vertraut. Er hatte Wagners Intentionen bis in die zartesten Nuancen in sich aufgenommen. Sie waren eins. Ein Kunstfest stand bevor. Doch war das Wunder teuer zu bezahlen, denn Bülow kannte sich in der Mentalität der Münchner noch weniger aus als Wagner. Sie nahmen vieles gutmütig hin, was Künstler und Zugereiste sich erlaubten. Nur eines vertrungen sie nicht, von oben herab als minderwertig oder dumm behandelt zu werden. Als der Orchestergraben am 3. Mai verbreitert werden sollte, wodurch eine Reihe Sperrsitz verloren ging, erhob der Theaterbeamte Penckmeyer Widerspruch. Bülow antwortete, »Was macht's, ob ein paar Dutzend Schweinehunde mehr oder weniger im Parkett sitzen?« Ein Sturm der Entrüstung brach aus, und die Presse schrieb, die Stellung Bülows in München sei unhaltbar geworden. Ministerpräsident von der Pforten legte dem König nahe, er möge Bülow und Wagner nach der Aufführung des Tristan für einige Zeit von München entfernen. Am 9. Mai erschien eine Entschuldigung Bülows, »Er habe nur diejenigen im Sinn gehabt, welche verdächtig sind, an den in Wort und Schrift gegen den hochverehrten Meister gesponnenen Verleumdungen und Intrigen teilgenommen zu haben, was der neue bayerische Kurier als ungenügend ablehnte.« Die Zeitung wiederholte an vier Tagen hintereinander die Stereotype-Meldung, »Hans von Bülow ist noch hier.« Endlich mußte sogar Wagner bei einer der letzten Proben öffentlich bitten, man möge das in den letzten Tagen Vorgefallene der Vergessenheit übergeben und nicht die Personen sehen, sondern die Sache. Die Generalprobe, die am 11. Mai 1865 vor 600 geladenen Personen stattfand, verlief ohne Störungen, sie glich der Erfüllung des Unmöglichen. Am 15. Mai jedoch, dem Tag der beabsichtigten Uraufführung, wurde Malvine Schnorr die Isolde plötzlich heiser und konnte nicht singen. Die Premiere wurde abgesagt. Vor den Anschlägen am Theater drängten sich die Menschen. Der Stadtklatsch blühte. War das Werk vielleicht doch unaufführbar? Der Punsch brachte laufend Karikaturen. Das Münchner Volkstheater studierte »Tristanderl und Süßholde« ein, Parodie einer Zukunftsoper. Als sich am 10. Juni endlich der Vorhang über dem Tristan hob, waren unter den Gästen auch der entthronte König Otto von Griechenland, Anton Rubinstein und Wagners Bruder Albert. Viele Münchner, die zu den billigen Plätzen drängten, wurden vor der Tür abgewiesen, weil man Kundgebungen gegen Hans von Bülow befürchtete. Man sah viel Brüsseler Spitzen und Atlas-Muff. Die adeligen Damen trugen Krinolinen und Seidenjäckchen mit Fransen. Cosima kam mit einem Kranz aus rosafarbenen Röschen als Kopfbedeckung. Der 20-jährige König, der am 22. Mai seinem Dampfschiff, das den Starnberger Seebefuhr, den Namen Tristan gegeben hatte, erschien um sechs Uhr in Zivil in der Königsloge. Er sah noch immer eindrucksvoll aus, die Damen empfanden seine Schönheit als dämonisch, er war schlank und groß, sein ernstes Gesicht von dunklen Locken um Welt. Mit tiefblauen Augen blickte er während der Fanfarenstöße und Hochrufe ins Unbestimmte hinein, über sein Volk hinweg, das er nicht liebte, wie es ihn. Es war eine denkwürdige, musikgeschichtlich buchenswerte Stunde und von Glück begünstigt. Es kam zu keinem Skandal, das Werk fiel nicht durch, man hörte zu. In den Pausen herrschte bedeutungsvolles Schweigen. Was für Musiker und Sänger, die dem Tristan gerecht zu werden vermochten. Was für Ohren, die diese Musik traf. Selbst Wagner sagte, man würde später glauben, diese Zeit wäre eine merkwürdige gewesen, da man solche Werke dem Publikum habe bieten können. Um elf Uhr war alles zu Ende. Großer Jubel, in dem viel Verwunderung mitschwang. Das geringe Zischen der kritisch Gesinnten und Übelwollenden ging im Beifall unter. Hand in Hand mit Wagner, der bleich und ergriffen aussah, standen die Sänger auf der Bühne und weinten. Der Erfolg steigerte sich mit der zweiten Aufführung. Denn auch Parsifal gehört zu uns, ließ Wagner die Schnorrs wissen. Mit Parsifal meinte er den König, der zu jeder Vorstellung mit dem Extra-Zug nach München fuhr. Während der Zwischenakte sprachen ihn die Minister, froh seiner habhaft zu werden. Bei der dritten Aufführung am 19. Juni, die Anton Bruckner besuchte, war der Sieg künstlerischen Wollens so vollständig, daß Wagner sich hinreißen ließ, nie wieder zu sagen. Dergleichen solle eigentlich nicht wiederholt werden. Der König verlangte eine vierte Vorstellung am 1. Juli und eine Privataudition mit Stücken aus fast allen Musikdramen, auch aus Rheingold und Meistersinger. Dann reißten die Sänger unter ihnen auch der Kurvenal Anton Mitterwurzer ab. Von Schnorr, den er bald wiederzusehen hoffte, verabschiedete sich Wagner fast beiläufig auf der Straße. Glück des Vollbringens erfüllte sie beide. »Dies war der Höhepunkt«, schrieb Wagner an Mathilde Mayer. »Von da an nur noch reines Leiden.« Nach dem ersten Aufzug mit seiner kopflosen Turbulenz und dem idyllischen von schwachen Blitzen umzuckten Mittelstück entwickelt sich auch der letzte Akt des Münchner Schauspiels nach streng dramaturgischem Gesetz. Die heftig gestikulierenden Darsteller stehen auf den Lunden, die längst angezündet sind, und dem Zuschauer, der stets mehr weiß als die Mitspieler auf der Bühne, stockt der Atem. Da tritt, während man schon auf die groteske Kabale und den Aufschrei bei der betrogenen Betrüger gefasst ist, ein Bote herein und bringt eine Trauernachricht, die alle erschüttert. Ludwig Schnorr von Karolsfeld, so lautete die Nachricht, war am 21. Juli in Dresden gestorben. Viele Hoffnungen Wagners waren damit vernichtet. Paradoxerweise hatte ein königlicher Befehl am selben Tage die Schließung des alten Münchner Konservatoriums verfügt, die bisher dort Tätigen nach Haus geschickt und den Weg freigemacht für Wagners Musikschule. Bülow und Wagner reisten bei der Nachricht von Schnorztod sofort nach Dresden, um dem Freund das letzte Geleit zu geben, kamen jedoch um zwei Stunden zu spät an sein Grab. Die Stadt feierte gerade eines jener Sängerfeste, bei denen Richard Wagner einst selbst geglänzt hatte. Noch in der gleichen Nacht fuhren Wagner und Bülow über Prag zurück. Cosima fuhr Anfang August mit ihrem Mann, aber ohne die Kinder, nach Ungarn zu ihrem Vater, dessen Oratorium »Die heilige Elisabeth« in Pest aufgeführt wurde. Wagner war über die Reise verärgert, da er glaubte, List werde erneut versuchen, sie zu trennen. Und Cosima werde zerfleischt zurückkehren, wie vor einem Jahr aus Karlsruhe. So gehe das dann immer weiter. In einer Jagdhütte auf dem Hochkopf über dem weichen See, die ihm der König zur Verfügung gestellt hatte, wollte er sich erholen, aber er fühlte sich elend und litt an einer fiebrigen Erkältung. Ein wenig unbedacht hatte er sich mit seinem Diener Franz in die Bergeseinsamkeit begeben. Am Tag nach dem Aufstieg, am 10. August, begann er für Cosima, in ein braun gebundenes Buch Notizen zu schreiben, die den Dialog ersetzen sollten, wie einst in Venedig die Tagebuchblätter für Mathilde. Auch aus den Blättern des braunen Buchs geht hervor, was für ein erstaunliches Doppelleben sie unterdessen führte, Wagner verschworen, eine Scheinehe aufrechterhaltend. Sie war, wie sich ihm nun erwies, keine bequeme Geliebte, nicht ohne Anspruch, und Vorwürfe gingen ihr anfangs leicht von der Hand. Ein Eifersuchtsbrief erreichte ihn am 18. August, wie sich aus seinen Aufzeichnungen ergibt, und nun muß die unglückliche Mathilde Meyer wieder herhalten. Gott, was habe ich nicht mit der alles vor? Ja, wie ich mit der umginge, was ich da für Zärtlichkeiten verschwende. Nach seiner Rückkehr wollte er am 25. August dem König in Schloss Berg die Rheingold-Partitur zum Geburtstag schenken. Wesendonk hatte ein zweites Mal auf alle Ansprüche verzichten müssen, nachdem Wagner ihn am 31. Juli darum gebeten hatte. Ihm blieben ließ er Wesendonk wissen ja immer noch die Skizzen. Er stellte ihm eine Entschädigung durch den König in Aussicht, ohne daß er Ludwig II. von seinem Geschäft mit Wesendonk überhaupt unterrichtet hatte. So erhielt Wesendonk später lediglich einen schriftlichen Dank. An seinem Geburtstag konnte Ludwig seinen Freund nicht empfangen. König Wilhelm von Preußen war Gast in Schloss Berg, während Bismarck in München mit der bayerischen Regierung verhandelte. Am 26. August notierte Wagner »Wie wunderbar!« Der König verlangt sehnlich von Parsifal zu hören. Auch dieses Bedürfnis war Ludwig künstlich geweckt worden. Den ersten Prosa-Entwurf des Parsifal schrieb Wagner vom 27. bis 30. August für Cosima ins braune Buch. Wie die Ringfabel des Jahres 1848 enthält auch dieser Entwurf den ideellen Kern des späteren Dramas in vollkommener Gestalt. Es ist der Erlösungsgedanke des fliegenden Holländers, des Tannhäusers, des Rings in höchster Steigerung. Sanft hob er darin auch die Liebestragik seines eigenen Lebens auf, den Mutter-Weib-Komplex oder wie immer wir seine sexuelle Erlösungsproblematik nennen wollen. Kundry belehrt Parsifal, nicht alles, was ihn beglücken könne, sei in der Mutterliebe enthalten gewesen. Der letzte Hauch des Muttersehnens sei der Segen des ersten Kusses der Liebe. Bei Kundrys Kuss aber fährt Parsifal in höchstem Schrecken auf, in seinem Herzen brennt die Wunde des Anforters, der Sünde. Er hört dessen Klagen aus seinem eigenen tiefsten Innern aufsteigen. Ist es zu kühn darin, die Vereinigung der Irdischen mit der himmlischen Liebe sich andeuten sehen zu wollen, ihre endliche Aussöhnung, die sich ihm Richard Wagner im Kuss der strengen Dienerin Cosima offenbart hatte? Nach ihrer Rückkehr führte sie sein Haus und ihres, kümmerte sich um die Kinder, um die Freunde und um ihres neuen Herren auswärtige Beziehungen. Cosima ersetzte ihm ein Sekretariat. Zwar wurde das Verhältnis geheim gehalten, aber vor den Freunden, die schwiegen, blieb nichts verborgen. War die Männen dabei, die Macht zu ergreifen? So einfach ist es nicht. Sie wollte sich aufopfern für eine Sache, die es lohnte. Indem sie in seinen Dienst trat, wie Bismarck als Vasall seines Königs, übernahm sie sogleich die Bürde einer Regentschaft, die ihr Wagner vielleicht zu früh freiwillig überließ. Sie verhandelte mit dem König. Und wer sie wirklich war, verraten Wagners Zeilen an sie, die wenigen, die wir kennen. Sie klingen anders als alle Adressen an seine Frauen, anders als die kumpelhaften Vertraulichkeiten mit Minna, die wirklichkeitsfremden Minnelieder an Mathilde Wesendonk, die biederdeutschen Galanterien und Geständnisse gegenüber Mathilde Meyer. Hier war von Anfang an ein Ton von Verschwörung, ein sich einander in die Hand geben auf Leben und Tod. Sie hatte die Kraft zu einem strapaziösen Doppelleben. Die Frau Baronin war seltener zu Haus als bei Wagner in der Brianna Straße. Ihr waren im Haus des Komponisten ein Arbeitszimmer und ein Wohnzimmer eigens eingerichtet. Sie kam mittags um zwölf und schlief abends im weißen Hauskleid hingegossen vor Müdigkeit auf dem Sofa ein, träumte und sprach im Schlaf. Bülow war im Theater oder gab Stunden. Wenn die Eheleute einander sahen, herrschte eine nervöse und gespannte Atmosphäre. Wagner erfuhr nicht nur von Bülows Jähzorns Anfällen, er wurde auch deren betretener Zeuge. So notierte Cosima am 11. Juli 1869 rückblickend in ihrem Tagebuch »Richard gedenkt der Szenen, denen er beigewohnt, wo Hans mich geschlagen und sagt, er sei entsetzt gewesen über die gleichgültige Ruhe, mit welcher ich dies ertragen hätte. So wird denn klar, daß die Ehe mit Bülow ein Unglück war durch und durch. Den Pariser Gouvernanten entkommen und voller Eltern Hass hatte sie sich voreilig einem gefährdeten Mann verbunden, der ihr, der natürlichen Tochter Liszt, einen Adelsnamen gab und den blonden Storch mit einem Mal zur Baronin erhob, der aber unfähig blieb zur Ehe, launenhaft und reizbar. Was sie noch hingenommen hätte, wäre er ihr in jeder Weise überlegen gewesen, aber er blieb nur seinerseits der Diener eines Herrn, den sie Cosima längst beherrschte. Kulturpolitisch wollte Wagner den Einfluss des Kabinettssekretärs von Pfistermeier durch die Ernennung eines Intendanten aller die kunstbetreffenden Abteilungen des Hofes ganz erheblich beschneiden lassen. In einem an Ludwig II. gerichteten Brief beklagte er die kulturellen Missstände in München und beanspruchte zugleich für sich eine auf lange Zeit gesicherte finanzielle Unabhängigkeit. Er bat darum, die Nutznießung eines Vermögens von 200.000 Gulden auf Lebenszeit verfügen zu dürfen. Davon sollten 40.000 Gulden ausbezahlt, 160.000 angelegt und ihm durch die Kabinettskasse mit 5% jährlich verzinst werden. Die Korrespondenz darüber zog sich bis Oktober hin und wurde von Cosima mit Pfistermeister und Oberappellationsgerichtsrat Lutz geführt. Bewilligt wurde Wagner schließlich ein jährlicher Sollt von 8.000 Gulden, was dem Zins entsprach, nicht jedoch das Kapital und 40.000 Gulden sollten ihm von der Kabinettskasse Bar ausbezahlt werden. Als Cosima sich das Geld am 20. Oktober abholen wollte, erklärten die Beamten, sie hätten nur Silbergeld und keine Scheine. Nach kurzen Zögern ging sie auf den Geldtransport von 40.000 Gulden in Silbermünzen ein. Die Geldsäcke wurden unter Begleitung königlicher Beamten in zwei Droschken zu Wagners Haus gefahren. Dies und die Gerüchte über Wagners Beziehungen zur Frau seines Kapellmeisters trugen dazu bei, sein Ansehen unter der Bevölkerung weiter zu untergraben. Von den 40.000 Gulden war nach vier Monaten die Hälfte verbraucht. Man möchte das rätselhaft finden. Was aber seine Verschwendungssucht betrifft, so erscheint sie im Nachhinein als pure und durchsichtige Ersatzhandlung. Immer, wenn seine menschlichen Bindungen am schwächsten oder gefährdetsten waren, in Paris, Penzing, München, in dieser Reihenfolge, umgab er sich mit dem dicksten Polster aus Plüsch, Samt und Seide. Die Gesellschaft sah nur die Groteske, in der ein Zugereister alles Maß verlor. Hochmut kommt vor dem Fall. November 1865 Ein letzter Höhepunkt Peripetie und Nonplusultra der Gefühle Nach einer Tour, die der König Ende Oktober bei strengster Geheimhaltung durch die Schweiz unternommen hatte, lud er Richard Wagner auf Schloss Hohenschwangau ein, wo ihm ein Schlaf und ein Musikzimmer eingerichtet waren. Der Aufenthalt vom 11. bis 18. November glich einem Freudenfest, obwohl Ludwig seinem Gast gestand, er habe auch schon Trennungsträume gehabt. Am Sonntag dem 12. November ließ Wagner den König durch eine Morgenmusik wecken, zu der eine Abteilung von zehn Bläsern auf den Türmen von Hohenschwangau postiert worden war. Sie stimmten Punkt 7 Uhr den Weckruf aus dem zweiten Akt Lohengreen an. Jeden Morgen begrüßte Ludwig seinen Gast mit ein paar Zeilen auf überbrachtem Zettel. Geliebte. Wagners Diener Franz Mrasik geriet in einen Taumel. Er sah seinen Herrn mit dem König vier Spännig ausfahren, mit Vorreiter. Mrasik wußte nicht, ob er träumte. Gehörte er schon selber zum Hofstaat? Für Cosima schrieb Wagner Liebesbekenntnisse ins braune Buch und bete für den armen Hans. Mehr fiel ihm dazu nicht ein. Dem König las er den Anfang seiner Memoiren vor. Auch Ludwig war außer sich vor Freude. Ich bin im Himmel, schrieb er an Cosima von Bülow, die er wohl für eine Art Sekretärin des neuen Kulturkabinetts halten mochte, nicht aber für Wagners Geliebte. Dann kamen sie auf Politik. Wagner schwärzte Pfistermeister an. Verwundert war er, wenn der König trotz dieser Gespräche zu lange mit seinen Hofbeamten verhandelte und ihn nicht zu Tisch bitten konnte. Andererseits kamen die Kabinettssekretäre bei ihren Besuchen unvermeidlich auch ins Gespräch mit dem Hohenschwangauer Gast, Vorspieler und Königsberater und was er dabei erfuhr, brachte ihn schließlich in die Versuchung, die Regierung zu stürzen. Wagner ging aus seiner Reserve gegenüber dem König heraus und schlug ihm eine Umbildung des Bayerischen Kabinetts vor. Diesmal mußten Pfieh und Pfoh, wie er die ihm verhassten Pfistermeister und Pforten nannte, gleich auf einen Streich fallen. Zum Abschied schenkte ihm der König Er erkundigte sich sogar brieflich bei Wagner nach dem authentischen Lohengrin-Kostüm, aber da war der große Lärm längst ausgebrochen. Wagner ging mit keinem Wort mehr auf die Anfrage des Königs ein. Inzwischen beschäftigten sich die Ministerialbeamten mit Wagners Vorschlägen zur bayerischen Politik. Als er nach München zurückkam, war dort die Hölle los. Cosima berichtete dem König sofort über die mit boshafter Mühe wiederaufgenommene Konspiration der Journalisten. Der neue bayerische Kurier schrieb, »Das geringste Übel, das dieser Fremdling über unser Land bringt, lässt sich in Bezug auf seinen unersättlichen Appetit nur mit monatelang die Sonne verfinsternden Heuschreckenschwärmen vergleichen. Dieses schreckliche Bild einer Landplage aus pharaonischen Zeiten ist aber noch gar nichts gegen das Unheil, welches dieser sich maßlos überschätzende Mensch anstiften muss, wenn er statt Zukunftsmusik auch noch Zukunftspolitik treiben kann. Der bezahlte Musikmacher, der Barrikadenmann von Dresden, der einst an der Spitze einer Mordbrennerbande den Königspalast in Dresden in die Luft sprengen wollte, beabsichtigt nunmehr, den König allmählich von seinen Getreuen zu trennen, deren Plätze mit Gesinnungsgenossen zu besetzen, den König zu isolieren und für die landesverräterische Idee einer rastlosen Umsturzpartei auszubeuten. Wagner reagierte, indem er dem König schrieb, »Teurer Herr, berufen Sie den neuen Sekretär«, als ob die Auswechslung Pfistermeisters und des Staatskassiers Hofmann noch irgendetwas bewirkt hätte. Nach reiflicher Überlegung ließ der König alles beim Alten. Daraufhin beging Wagner entscheidende Fehler. Im Brief vom 27. November erteilte er dem König den energischen Rat, »Sofortige Entlassung Pfistermeisters« und »Gleichzeitige Berufung Neumayers zur Bildung eines neuen Kabinetts«. Neumayer, der aus der Regierung verdrängte ehemalige liberale Innenminister, sollte also Pforten ersetzen. »Aber, mein König, schnell und entschlossen!« Minister von der Pforten stellte daraufhin, resolut die Initiative an sich reißend, dem König auf das Bestimmteste dar, dass die öffentliche Erregung ihn ebenso hinwegfegen könne wie einst seinen Großvater. Von der Pforten schrieb am 1. Dezember, »Eure Majestät stehen an einem verhängnisvollen Scheidewege und haben zu wählen zwischen der Liebe und Verehrung ihres treuen Volkes und der Freundschaft Richard Wagners. Dieser sei verachtet von allen Schichten des Volkes, verachtet wegen seiner Undankbarkeit und Verräterei an Gönnern und Freunden, wegen seiner übermütigen und liederlichen Schwelgerei und Verschwendung, wegen seiner Schamlosigkeit, mit der er die unverdiente Gnade Eurer Majestät ausbeutet. Am 5. Dezember traf Ludwig in München ein, am nächsten Morgen tagten die Minister. An beiden Tagen beriet sich der König mit einer Ausführlichkeit, wie er es noch nie während seiner Regentschaft getan hatte. Er sprach mit seiner Mutter, einer entschiedenen Gegnerin Wagners, mit seinem Großonkel Prinz Karl, der ihm die Gefahr einer Revolution vor Augen hielt, mit dem Erzbischof von München, mit Repräsentanten des Adels und mit Professoren. Alle seine Verwandten, Berater, Staats- und Kirchenbeamten, nahmen gegen Wagner Stellung. Ein Komitee hatte fast 4000 Unterschriften Münchner Bürger für eine Adresse an den König zustande gebracht. Die Bäcker, Metzger und Hoflieferanten wußten wohl kaum, worum es eigentlich ging. Als auch der Leibarzt Gietl dem König bestätigte, das Vertrauen des Volkes zu seinem Fürsten sei im Schwinden, weil man befürchte, Wagner könne auch in anderen Sachen Einfluß auf den Herrscher gewinnen, gab Ludwig zu, ja, Übergriffe hat er sich erlaubt. Dem König zerging eine Fata Morgana, eine Illusion brach zusammen, der Vorhang zerriss. Und für einen Augenblick erkannte er, wie die Dinge wirklich lagen. Zum Leibarzt Gietl sagte er, »Fühlen Sie meinen Puls, so bin ich erschüttert.« Als das Kabinett mit Rücktritt drohte, schrieb er an Pforten, »Mein Entschluß steht fest, R. Wagner muß Bayern verlassen.« Ludwig handelte schnell. Er beauftragte den zweiten Kabinettssekretär Lutz, am Abend Wagner aufzusuchen und ihm die Botschaft, er habe das Land zu verlassen, persönlich zu überbringen. Wagner wurde bleich. Dann machte sich seine Erregung Luft, er schimpfte auf Pfistermeister und nannte ihn einen scheußlichen Intriganten. Lutz soll geantwortet haben, »Mäßigen Sie sich. Ich bin als Beamter hier.« Am nächsten Morgen erhielt er es schriftlich, »So leid es mir ist, muß ich Sie doch ersuchen, meinem Wunschefolge zu leisten, den ich Ihnen gestern durch meinen Sekretär aussprechen ließ.« Und am Abend las er es in der Zeitung. Er begann noch einmal eine Korrespondenz mit dem König, zwei Tage und zwei Nächte hindurch, in der er die öffentliche Richtigstellung verleumderischer Zahlen und Angaben verlangte, vergeblich. Wagner meinte, dem König sei der Kopf fortgelaufen. Er hütete sich aber, ihn zu desavouieren. Er wollte lieber den Schein der Freundschaft aufrechterhalten, um die Position des Königs nicht zu schwächen und sicherlich auch, um nicht selbst alle Brücken hinter sich abzubrechen. Die achttausend-gulden-Jahresrente blieben ihm. Am zehnten Dezember morgens, kurz nach fünf Uhr, begab er sich zum Bahnhof. Er sah blass und gespenstisch aus, sein Haar schimmerte grau. Nur der Diener Franz und der Hund Pol fuhren mit ihm. Am Bahnsteig sprach er leise mit Cosima. Man hörte das Wort »Schweigen« heraus. Cosima war ganz gebrochen. Sie ging nicht in ihre Wohnung zurück, sondern ins Haus an der Brianner Straße. Wie elend war ihm! Eine seltsame Schmach, vertrieben mit den höflichsten Entschuldigungen. Und das Exil war bezahlt. Der König winkte monatelang mit der Möglichkeit einer Rückkehr, bis der Verstoßene nicht mehr wollte. Sofort nach dem Besuch des Herrn Lutz hatte Wagner an den Genfer See gedacht. Am 23. Dezember bezog er das bei Genf gelegene zweistöckige Landhaus Osartichot, um hier mit dem Blick auf den Mont Blanc, wenn auch nicht in sehr komfortablen Verhältnissen, die Arbeit an den Meistersingern von Nürnberg wieder aufzunehmen. Die Presse hatte sich über die Münchner Vorgänge noch immer nicht beruhigt. Aber Wagner erwiderte nichts, da er nicht wußte, wie stark oder schwach seine Position war. Die Fortschrittspartei hatte sich in nutzlosen Petitionen für Wagner engagiert, gegen seine Entfernung protestiert und den König über seine falschen Berater aufklären wollen. Selbst Herwig höhnte im Januar in einem eher langen als guten Gedicht über die Münchner, der wilde Bayouwar mit seinem Hofbräuhorizont habe den Zukunftsmusiker nicht erkannt. Aber dem Betroffenen wurde die Rede schwer, da er den König nicht in eine Lage bringen wollte, die seine eigenen Pläne gefährdete. Schon äußerte Ludwig die Absicht abzudanken. Und was nützte ein König ohne Land, einem Künstler ohne Geld? Mit unerbittlicher Härte wies Wagner den König am 8. Januar 1866 in die gewünschte Richtung. Festigkeit, Misstrauen gegenüber dem Kabinett und Besinnung auf seine Aufgabe. Man wolle ihn, den König, schrieb Wagner, von seinen Regierungsgeschäften abziehen, um ihn dem entnervenden Einflüsse frivoler Weiblichkeit zu überliefern, was Ludwig sofort mit einem verächtlichen »Ha!« auf die Weiber erwiderte. Zur moralischen Aufrüstung, gegen Pfi und Pfo, deren Entlassung Wagners Ceterum Censio blieb, empfahl er dem König die Lektüre von Konstantin Franz und seine Berufung als Vorleser. Außerdem gäbe es immer noch die Flucht aus dem ultramontanen München, das sich von Mönch her leite, ins protestantische Nürnberg. Ludwig II. hörte aus allem nur heraus, daß er Pfi und Pfo entlassen sollte, und antwortete der Baronin von Bülow, es sei so furchtbar schwer, auszuführen, was der göttliche Verlange. In München war nicht nur die Brieftaube Cosima ins Gerede gekommen, sondern traurigerweise auch die arme Minna, deren peinigende Briefe Wagner schon seit Anfang 1865 nicht mehr las. Der Münchner Volksbote hatte berichtet, Richard Wagner lasse seine Frau im bittersten Elend darben, während er selbst im Luxus lebe, und es wurde sogar ein anonymer Zeuge beigebracht, daß Frau Wagner in Dresden von der Armenbehörde unterstützt werden müsse. Hofrat Dr. Pusinelli veranlasste eine Berichtigung seitens der Armenbehörde, und der Redaktion des Volksboten ließ Minna selbst eine Erklärung zukommen, deren Entwurf sie mit zittriger Hand niederschrieb. Der Wahrheit die Ehre. Infolge eines irrtümlichen Aufsatzes in dem Münchner Weltboten erkläre ich der Wahrheit getreu hiermit, daß ich bis jetzt von meinem abwesenden Mann Richard Wagner eine Sustentation erhielt, die mir eine anständige, sorgenfreie Existenz verschafft. Ein rührender Beweis ihrer Liebe und Dankbarkeit, so kurz vor dem Ende. Zwei Wochen nach diesen Aufregungen am 25. Januar 1866 erlag sie nachts einem Herzschlag. Die Nachricht erreichte Wagner in Marseille, wohin er nach einem Zimmerbrand in Campagne aux Artichaux über Lyon, Toulon und Hierre ständig ausschauhaltend nach einem neuen Domizil gefahren war. Minna's Tod betäubte ihn und machte ihn stumm. Cosima telegrafierte, Meine Seele umschwebt dich in der schweren Stunde. Nach Dresden reiste er nicht. Aus dem Nachlass ließ er sich nur seine Briefe zurückgeben. Er bekam freilich nicht alle. Bei seiner Rückkehr nach Genf Ende Januar erfuhr er, daß sein Hund Pol geschenkt war und der Pächter das Tier im Garten verscharrt hatte. In einem Paroxysmus des Schmerzes grub Wagner das Tier wieder aus, legte dem Kadaver ein Halsband um, wickelte ihn in seine Decke und begrub ihn in einem nahen Hain mit dem Blick auf den See. In dem Ritual, das in seiner rasenden Gefühlsaufwallung die stumme, steinerne Betäubung beim Tode Minna's löste, trug er seine Vergangenheit zu Grabe. Dann wandte er sich wieder den Meistersingern zu. Am 20. Februar schrieb er an Bülow, »Ich wünschte, der König gäbe mir einen Pavillon des Bayreuther Schlosses zum Ruhesitz, Nürnberg in der Nähe, Deutschland um mich herum.« Es ist die erste Erwähnung bei Reutz, noch bevor er Cosima seine Erinnerungen an 1835 diktierte. Am nächsten Tag beendete er die Orchesterskizze des ersten Axtmeistersinger mit dem vielstimmigen Finale. Die Freundin rief ihm zu, »Heil Nürnbergs teurem Sachs«. Alsbald wählten sie beide neue telegrafische Chiffren. Er zeichnete »Will«, sie unterschrieb »Vorstell«, nach Schopenhauers Hauptwerk. Damit hatte Cosima alle Funktionen in seinem Leben übernommen, auch die Eva, Mathilde Meyers, und Isolde, Mathilde Wesendongs. Am 8. März 1866 reiste sie mit ihrer fünfjährigen Tochter Daniela zu ihrem ersten Zusammensein mit Richard Wagner, ohne die störende Anwesenheit ihres Ehemanns, der sich auf einer Konzertreise befand, nach Genf. Die irdische Liebe fand sich zur himmlischen. Die Paradiese vereinigten sich, der Parnass lag vor ihnen. Von Genf über Lausanne und Interlaken kommend erreichten Cosima und Richard Wagner die kleine Daniela immer bei sich am 30. März Luzern. Die Frist ist um, und abermals verstrichen sind sieben Jahr. Fast auf den Tag genau jährte sich seine Ankunft aus Venedig im Hotel Schweizer Hof. Karfreitag war es, als sie über den Vierwaldstättersee auf den Rütli zufuhren und auf einer Halbinsel südlich Luzern das Haus Triebschen erblickten. Hier, in der Einsamkeit dieser Landzunge an der offenen Seite des Sees, das gewaltige Gebirg gegenüber, glaubten sie leben zu können. Aber war das Anwesen überhaupt beziehbar? Cosima hatte ihren heimlichen Wunsch, Wagner nach München zurückzubringen, nicht ganz aufgegeben. Als sie am 31. März in die bayerische Hauptstadt zurückgekehrt war, schilderte sie dem König Wagner als verändert, ruhe- und rastlos. Er war so bleich, so hager, so trüb. Dem König schnitt es ins Herz. Er wollte ihn wiederhaben. Indessen schloß Wagner am 4. April den Mietvertrag mit Oberstleutnant Walter Amrin, dem Triebschen gehörte. »Ich rechnete dabei einzig darauf«, schrieb er den beiden Bülows, »dass ihr so lange als nur möglich mit mir es bewohnt.« Am 10. April überwies Lutz im Auftrag des Königs die Jahresmiete von 5000 Franken, und am 15. April 1866 zog Wagner in Triebschen ein. Wieder einmal für immer. Er richtete das Haus auf Dauer ein. Das zweistöckige Haus auf dem sanft ansteigenden Hügel, ein Würfel mit hohem Dach und angenehmen Proportionen, war von Bäumen hoch flankiert und vom See aus gut zu sehen. Am Ufer des meist nur leicht gekräuselten Sees ankerte ein Kahn, in den Bäumen saßen Stare und auf den Wiesen hinter dem Haus weideten die Kühe. Der Fußweg führte über die Wiesen an Bauernhöfen vorbei nach Luzern, bis zum Bahnhof war es eine halbe Stunde zu gehen, der Fahrweg war etwas weiter. Der Blick vom Haustriebschen nach Ost und Süd ging über den Vierwaldstädter See bis zu den Landzungen bei Witznau. Im Südwesten lag der Pilatus so nah, dass man glaubte, an seinem Fuße zu stehen. Zu Wagners Zeit führte vom Hof eine steinerne Treppe ins Haus. Am Ende des Korridors lag das Speisezimmer, rechts davon der Ex-Salon, aus dessen Glastür man nach der Seeseite in den Garten trat, weiter rechts befand sich das Arbeitszimmer mit der Bibliothek, an das Wagners Schlafzimmer stieß, ein kleiner Raum mit einem Fenster nach der Hofseite, den Blick zum Pilatus. Hier wollte er bleiben. Er traf Vorkehrungen für seinen Tod, und Verena Weidmann, die ihm von München wieder nach Luzern gefolgt war, mußte weinen. Nicht lange brauchte er sich auf einsamen Spaziergängen selbst zu bemitleiden. Am 2. Mai kam Cosima mit ihren drei Kindern Daniela, Blandin und Isolde. Wagner holte sie in Romanshorn ab. Drei Tage später nahm er die Komposition des zweiten Akts der Meistersinger auf, Betörende Johannisnacht, und war bald bei Sachsens Anrede an den Flieder, der weich die Glieder löst, und will, daß ich was sagen soll. Nun gab es den Flieder zu Hans Sachsens Zeit in Deutschland noch gar nicht. Und, läßt man es gelten, so blüht er doch auf keinen Fall mehr am 24. Juni, dem Johannistag. Wie denn sollte sich Wagner zweimal geirrt haben? Keineswegs, es war nämlich gar nicht der Flieder gemeint, sondern der schwarze Holunder, der sich schwer reimen ließ, dessen Flieder-Bedeutung sich in Wortbildungen wie Flieder-Tee jedoch erhalten hat. Cosima hat den Sachverhalt ausdrücklich bestätigt, nach einem Spaziergang am 22. Juni 1878 notierte sie, wir bleiben bei der Benennung Flieder. Es hatten sich wohl Zweifel eingestellt, ob man den Duft, der Hans Sachs entzückt, die Liebenden berauscht und die Menge toll macht, noch mit dem Holunder identifizieren würde. Es war ein Aphrodisiakum, betörend wie die Musik des verwirrenden, die Welt auf den Kopf stellenden, dunkle, dämonenweckenden Akts, der in einer genialen Kuriosität der Musikgeschichte endet, dem durch die strenge Form, ein Fugato gebändigten Chaos der Prügelszene. Am Tag, als Wagner den zweiten Akt begann, am 15. Mai 1866, depäschierte Ludwig II. wieder einmal Abdankungsgelüste. Er wäre gern als Privatmann in die Schweiz gezogen. Es muß Wagner einen ungeheuren Schreck eingejagt haben. Was sollte er mit ihm in der Schweiz anfangen? Er riet dem König zu Geduld und Staatsgeschäften. Am 19. Mai schickte Ludwig seinen Flügeladjutanten Paul von Taxis, der sich jetzt Friedrich Melon nannte, nach Tripschen, um Wagner für den Gedanken einer Rückkehr nach München zu gewinnen. In Briefen und Telegrammen war wieder der selige Liebestaumel all die Phrasen wie »Ha, diese Sonne! Ha, dieser Tag!« Die große Kuh gelang dem König am 22. Mai. Am Morgen von Wagners 53. Geburtstag verließ Ludwig in aller Heimlichkeit München, bestieg in Biesenhofen den Schnellzug nach Lindau, setzte über den See nach Romanshorn und traf gegen Abend in Tripschen ein, wo er sich an der Tür als Walter von Stolzing meldete. Seliges Wiedersehen! Sachs, als Hausherr und Gastgeber Ludwigs des Deutschen, das war doch neu! Der Fürst schlief im Paterrzimmer, sein Dutzfreund Paul von Taxis, der inzwischen mit Wagner und Cosima ganz dieselbe jauchzende Sprache führte wie sein Herr, immer in seiner Nähe. Die verblüfften Münchner sagten, der König sei durchgebrannt. Während sich zwischen den Staaten des Deutschen Bundes ein Bruderkrieg vorbereitete, unternahm Ludwig einen Familienausflug mit Friedrich Melot, Wagner und der Baronin von Bülow nach Alpnach und Stanz. Dann kehrte er mit seinem Flügeladjutanten wieder nach Schlossberg zurück und gedachte des Herrlichen, dem er auf der Rückfahrt schon die Botschaft zugejubelt hatte, gestellt durch die wonne Zeit des Beisammenseins, fest entschlossen, das Unkraut mit der Wurzel auszureißen. Längst glaubte wohl Wagner selbst nicht mehr an diesen Unfug. Die Reise brachte den König zum zweiten Mal an den Rand einer Katastrophe. Es herrschte große Empörung im Lande, dass sich Ludwig angesichts der gespannten politischen Lage in das Haus des Schuldenmachers begeben hatte. Bei der Fahrt zur Eröffnung des Landtags am 27. Mai wurde der König nicht behurrat, man glaubte sogar, Zischen und Schimpfworte auf der Straße gehört zu haben, und der Münchner Polizeidirektor Pfeufer wurde aufgrund seines negativen Stimmungsberichts entlassen. Die Kammer empfing den König kalt. Unmittelbar nach der Triebschenreise des Monarchen zog die Münchner Presse die Beziehungen der bekannten Madame Hans de Bülow zu ihrem Freund oder was zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Bülow, in seiner gewohnten Art, schickte dem Redakteur Zander eine Duellforderung ins Haus. Doch der Überbringer, der mit einer Reitpeitsche erschien, wurde von Zander an die Luft gesetzt. Darauf verklagte Bülow den Redakteur und ließ eine höhnische Erklärung veröffentlichen, die alles nur noch verschlimmerte. Das Ehepaar Bülow, zwischen Triebschen, Zürich und München mehrmals den Standort wechselnd, verlangte schließlich vom König eine öffentliche Wiederherstellung seiner Ehre. Nun muß man wissen, daß Cosimas Einfluß auf den König nach dem Weggang Wagners ins Ungeahnte gewachsen war. Sie war Empfänger und Vermittler amtlicher Mitteilungen vom Hofe und sorgte für die Abwicklung aller finanziellen Probleme zwischen Wagner und dem Hof. Der Punsch ließ in der zukunftsmusikalischen Prozession auch die Kabinettskasse vorbeiziehen. Unmittelbar dahinter Die heilige Cosima mit dem Hauptschlüssel lautete die Unterschrift. Cosima gab in ihren Briefen an den König Urteile ab über Künstler und Kunstwerke, um Ludwig von unwagnerischen Entscheidungen in Kunstangelegenheiten abzuhalten. Sie empfahl Anstellungen und Entlassungen. Und das alles in einem für eine Dame ungewohnt selbstsicheren, umschweifellosen und auch hinsichtlich der Empfänglichkeit des Königs für das transsexuelle, mannweibliche, nicht ungeschickt berechneten Ton, der den König gefügig oder doch unsicher machte, so daß er endlich zur Mitwirkung in einem betrügerischen Spiel gewonnen werden konnte, das seinesgleichen nicht hat. Bülow hatte inzwischen am 6. Juni um seine Entlassung gebeten. Wagner, der nur im Hintergrund agierte, setzte einen Text auf, den der König in Form einer Ehrenerklärung an Hans von Bülow richten sollte. Es vergingen ein paar Tage, bis er sich dazu entschloss. Cosimas Flehen war herzergreifend. Auf die Knie sinke ich vor meinem König und bitte in Demut und Not um den Brief an meinen Mann, schrieb sie am 7. Juni. Mein königlicher Herr, ich habe drei Kinder, denen ich es schulde, ihnen den ehrenwerten Namen ihres Vaters fleckenlos zu übertragen. Für diese Kinder, damit die nicht einst meine Liebe zu dem Freunde schmähen, bitte ich sie, mein höchster Freund, schreiben Sie den Brief. Eines dieser drei Kinder war von Wagner. Am 8. Juni telegrafierte Ludwig ans Hotel Bor-or-Lac in Zürich, Parsifal verlässt die Seinen nicht. Der König unterschrieb. Der entscheidende Satz, der an Bülow adressierten Ehrenerklärung, die diese am 19. Juni in zwei Zeitungen publizieren ließ, lautete, da mir ihr uneigennützigstes, ehrenwertestes Verhalten, ebenso wie dem musikalischen Publikum Münchens ihre unvergleichlichen künstlerischen Leistungen bekannt geworden, da ich ferner die genaueste Kenntnis des edlen und hochherzigen Charakters ihrer geehrten Gemahlin, welche dem Freund ihres Vaters, dem Vorbilde ihres Gatten mit teilnahmsvoller Sorge tröstend zur Seite stand, mir verschaffen konnte, so bleibt mir das Unerklärliche jener verbrecherischen öffentlichen Verunglimpfungen zu erforschen übrig, um zur klaren Einsicht des schmachvollen Treibens gelangt, mit schonungslosester Strenge gegen die Übeltäter Gerechtigkeit üben zu lassen. Cornelius und andere kannten den Stil nur zu gut, um auch nur einen Augenblick zu zweifeln, wer dem König die Feder geführt hatte. Ein solcher Verdacht war verbreitet, aber die Erklärung des Königs in irgendeiner Hinsicht anzuzweifeln, wäre einer Majestätsbeleidigung gleichgekommen. Der König hatte einen öffentlichen Main-Eid geleistet. Der Redakteur Zander mußte von einem Münchner Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Aber von nun an schwillte der Brand immer weiter und brach unter den Beteiligten im Sommer 1866 in Triebschen offen aus, noch dazu sich Cosima in einer neuen Schwangerschaft befand, über deren wahre Veranlassung Bülow nicht mehr im Unklaren belassen wurde. In lauten erregten Gesprächen kam es zwischen Wagner und Hans von Bülow zu den entscheidenden Auseinandersetzungen, die diesen an den Rand eines Zusammenbruchs brachten und dennoch nicht veranlassen konnten, an dem Künstler Wagner und in seiner Bewunderung für die entstehenden Meistersinger irre zu werden. Während Wagner an der Musik des zweiten Akts schrieb, ging Bülow tagsüber oft in die Stadt, um im Luzerner Lesemuseum die gegen ihn und Wagner gerichteten Münchner Agitationen zu verfolgen. Meist komponierte Wagner von früh acht bis nachmittags um fünf auf seinem Zimmer und fand sich erst dann zum gemeinsamen Essen ein. Nach einem längeren Spaziergang wurde der Abend bei Lektüre verbracht. Bei schönem Wetter unternahmen Richard, Cosima und Hans Bootsfahrten auf dem See oder Bergpartien in den Hügeln und Felsen der Umgebung. Am 1. September 1866 begaben sich Cosima und Hans nach München, um ihre Wohnung aufzulösen. Und am 6. September beendete Wagner die Komposition der nächtlichen Prügelszene mit dem Horn des Nachtwächters und dem gewaltigen Fortissimo-Schlag des Orchesters, der nach dem polyphonen Getümmel und der danach eingetretenen Stille die aufgestaute Spannung befreiend und mit unfehlbarem Effekt löst. Am 15. September ging Hans in die selbstgewählte Verbannung nach Basel. Und am 28. September kehrte Cosima nach Triebschen zurück. Wagner schrieb gerade die Melodie des Preislieds nieder. Am 2. Oktober begann er mit der Komposition des dritten Akts und nahm am 8. Oktober parallel dazu die Arbeit an der Orchesterskizze auf. Am 30. Oktober wurde auf Empfehlung Essers und Helmersbergers der junge Wiener Hornist und Kapellmeister Hans Richter als Sekretär und Kopist engagiert. Außer ihm gehörten im Oktober 1866 nicht weniger als zwölf Personen zum Triebschener Hausstand. Wagner, Cosima, die Töchter Daniela, Blandin und Isolde, die Erzieherin Agnes, ein Kindermädchen, die Haushalterin Verena Weidmann, die im Januar 1867 Jakob Stocker aus dem Luzerner Schweizer Hof heiratete und ihn ebenfalls nach Triebschen zog, die Knechte Peter Steffen und Jost, das Stubenmädchen Marie und eine französische Köchin. In der Nacht vom 27. auf den 28. Januar 1867 zwischen zwei und drei Uhr fiel auch eine lange Zeit politisch erachtete kompositorische Entscheidung über die Schlussansprache Hans Sachsens in den Meistersingern. Wagner hatte einen Augenblick gezweifelt, ob er sich darin nach Stolzings Triumph auf der Festwiese gleichsam noch einmal an alle wenden dürfe. Es mußte dann schon danach sein und die ursprünglich entworfenen Verse hatten dieses Gewicht nicht. Cosima redete ihm zu, da sie wohl die Bedeutung des Repräsentativen empfand, die eine deutsche Konklusion dem Werk verlieh, aber nicht ihretwegen und nicht aus diesem Grund entschloss er sich zu Sachsens Schlussworten, in die er nun die Warnung vor welchem Tant und üblen Streich einführte, die Klage um die Volksfremdheit deutscher Fürsten und das Meisterlob, Wagner spürte als Künstler mit dem stets unbewusst waltenden dramaturgischen Instinkt, daß hier sonst etwas fehlen würde, nicht so sehr das Politische, das sich nur ergab, sondern das Ruhmeslied der Kunst, nach Stolzings sehr vordergründig diesseitigem Glanz und Gloria. Kaum hatte Eva nun ihren Walter begrenzt, da spross in Triebschen neues Leben hervor. Eva, Wagners und Cosimas zweites Kind, kam am 17. Februar 1867 zur Welt, zehn Tage nach der Beendigung der Kompositionsskizze zu den Meistersingern. Hans von Bülow, ein einzigartiger Vorgang für wahr, eilte ans Kindbett seiner Frau und sagte, Je pardonne. Cosima antwortete, Il ne faut pas pardonni. Il faut comprendre. Im März 1867 reiste Wagner nach München, um mit dem König über Bülows Rückberufung nach München zu verhandeln, nicht etwa aus schlechtem Gewissen, sondern weil er die Meistersinger Aufführung und die königliche Musikschule in den Händen des Freundes wissen wollte, bevor sich Cosima endgültig von ihrem Mann trennte und die volle Wahrheit an den Tag kam. Am 16. März kam es zu einem umsichtig vorbereiteten geheimen Treffen zwischen Wagner und der Herzogin Sophie, die Wagner in die Wohnung ihrer Verwandten bestellt hatte. Am nächsten Tag sah er den König, der die Ausbezahlung von 12.000 Gulden anordnete. Wagner nahm an Ludwig physiognomische Veränderungen wahr, die ihn so erschreckten, dass er sie seinen Analen anvertraute. Im Ganzen kehrte er so befriedigt von seiner Reise zurück, dass er dem König am 31. März ganz protokollwidrig zurief, O Parsifal, wie muss ich dich lieben, mein trauter Held. Ein uns nicht erhaltenes Briefchen für die erhabene Liebliche, die Braut Sophie legte er bei. Es lässt sich nicht der geringste Beweis dafür erbringen, dass Wagner gegen diese Verbindung intrigiert hätte. Und als Ludwig im Herbst entnervt von der Verfehltheit seiner Beziehungen die Verlobung löste, nahm Wagner es mit resignierter Zustimmung, begütigend, nicht anders, als wie man zu Kranken redet, zu Kenntnis. Am 4. April war er erneut in München. Bei einer Audienz am nächsten Tag wurde ihm die Berufung Bülos zum Hof Kapellmeister mitgeteilt, die er Hans sogleich nach Basel überbrachte. Um der Öffentlichkeit gegenüber den Schein zu wahren, mußte nun auch Cosima einstweilen wieder nach München ziehen, und nur die kleine Eva, zwei Monate alt, blieb in der Obhut des Kinderfräuleins in Triebschen zurück. Die Trennung war für Wagner und Cosima die schmerzlichste und Unerträglichste seit seinem Abschied von München im Dezember 1865. So traurig wie jetzt war ich doch wohl noch nie in meinem Leben, vertraute er dem braunen Buch an. Auf der Reise depeschierte im Cosima von Olten aus am 16. April jene düster auskomponierten venezianischen Verse »Es ist bestimmt in Gottes Rat, dass man vom Liebsten, das man hat, muss scheiden. Meisterin. Und am 17. April von Basel es grüßt den Hochbedürftigen die schwer Bedrängte. Zurück gelassen zwischen See und Felsen den Blick auf das feine Notengespinst der Partitur des Zweiten Akts geheftet, quälte ihn immer noch die Vorstellung, Hohenlohe könne wanken oder zu Fall gebracht werden und damit das mühsam errichtete kunstvolle Gebilde einer musikalisch-politischen Vorsorge für München wieder zusammenstürzen. Noch einmal führte er dem König am 25. April vor Augen, was auf dem Spiele stand und wie unumgänglich das neue Konzept war. Der Deutsche Bund sei zwar durch Bayern zu retten gewesen, wenn es alle Wehrkraft aufgeboten hätte. Hiergegen könne sich Bayern seine Selbstständigkeit nur noch durch eine ehrliche Allianz mit Preußen erhalten, wodurch es auch eine starke Wiedervereinigung Deutschlands garantiere, während dieses sonst für ewig in eine preußische und eine österreichische Hälfte zerfalle. Bayern kann der Kitt, das Herz dieser Verbindung sein. Es sollte aber anders kommen. Zunächst verzogen sich die Gewitterwolken der Politik, Ludwig durfte das ungebrauchte Schwert in die Scheide stecken und sich als Ritter Stolzing wieder auf die Festwiese träumen. Aber wo blieb Sachs? Als der König immer dringender nach dem Schöpfer der Meistersinger verlangte und der von Gnade und Wohlwollen begünstigte Augenblick, das Verhältnis Wagners zu München und zum Hof endgültig zu normalisieren, ungenutzt vorüber Gelegenheit auch ihre eigene Bedrängnis zu lindern und rief Wagner fast befehlshaberisch herbei, beherzige letzten Wunsch, ich schreibe nicht mehr. Er reiste am 21. Mai nach München und wurde an seinem Geburtstag in Schloss Berg empfangen. Am 30. Mai bezog er das Haus Prestele bei Sternberg, das der König für ihn gemietet hatte, um ihm nahe zu sein, und wie in alten Zeiten kam der Held eines Abends zu Blicken und saß dann groß, zurückgelehnt und dunkeläugig abwesend, wenn Wagner den Wahnmonolog oder die selige Morgentraum deutweise vortrug. Aber schon bei der Generalprobe zum neu einstudierten Lohenkrien am 11. Juni kam es zu einer neuerlichen Verstimmung, als Ludwig den für die Titelpartie vorgesehenen Tichacek einen Ritter von der traurigen Gestalt nannte. Der sechzigjährige Dresner Tenor gewiß kein strahlender Held mehr mußte nach Haus geschickt werden, weil dem König das Aussehen wichtiger war als die Stimme. Wagner verließ Haus Prestille und kehrte nach Triebschen zurück. Im Haus nur bedenkend über den Weltgrund und ein wenig traurig, denn mit seiner Tochter hatte List fast schon ganz gebrochen. Er stand auf Bülow's Seite, ohne Wagner aufzugeben, denn auch Bülow gab ja Wagner nicht auf. Die alles freiwillig trug war Cosima. Am 24. Oktober schloß Wagner die Partitur der Meistersinger von Nürnberg. Zu seiner Ablenkung reiste er vier eine Woche nach Paris und besuchte den letzten Tag der Weltausstellung, auf der Krupps neue Kanone gezeigt wurde. Das Jahresende sollte ihm, der die Misshelligkeiten anzog wie Zwiebelgeruch, noch eine andere Bitterkeit bescheren. Angeblich waren zu dieser Zeit dem König Äußerungen über Cosimas Lebenswandel zugegangen und da Ludwig die skandalösen Botschaften Malvine Schnorrs noch im Ohr hatte, ließ er Frau von Offiziell Verwarnen. Eine Audienz, die er Wagner gewährte, legte den Konflikt zwar bei, Ludwig entschuldigte sich sogar bei Cosima, aber Wagner meinte im Januar Hartes und Leidenvolles Genug erfahren zu haben und kehrte am 9. Februar 1868 nach Trebschen zurück. Die Beziehung zum König war auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Am 9. März 1868 brach der König sein Schweigen. Ich halte es nicht mehr länger aus, so ganz ohne Nachricht von Ihnen zu sein. Wagner antwortete, keineswegs überschwänglich, O mein König, mein wunderbarer Freund, wozu mir das? Was wecken sie die alten hoffnungsvollen Seelenklänge, die nun verklungen sein sollen? Der unvollendete Siegfried werde vom Zusammenbruch seiner Träume zeugen. Dies andeutend traf er den König an seiner empfindlichsten Stelle. Und nochmals frage ich, warum jetzt mir wieder diese alten Zauberklänge einer Liebe, die, ach, nun wie berauschendes Gift in meine Lebensadern dringen muß? Ja, es war schön. Doch als sich nun Wagner eine Woche darauf nach München begab, war der König wieder nicht zu sprechen. Um das Übel voll zu machen, trieb am 19. März ein Bote des Münchner Stadtgerichts unter Androhung sofortiger Schuldhaft eine Forderung von 2197 Gulden bei Wagner ein, die aus dem Jahr 1847 stammte. Er kam zu der Einsicht, daß ihm auf diesem Pflaster nur Unheil drohte und reiste wieder ab. Zwischen München und Triebschen gab es keine Wahl, wohl aber ein beständiges schmerzhaftes sich trennen und sich wieder verlangen der unglücklich miteinander verbundenen Hauptpersonen. Es ging vieles nicht, wie es sollte, und sein Verhältnis zu Cosima trat in eine entscheidende Krise, die sich erst im Herbst löste. Als sie ihn im Mai in Triebschen besuchte, packte ihn große Wildnis der Empfindungen, wie es in den Analen heißt, unsäglicher Liebeskummer, bin Es gab immer neue Schwierigkeiten, heftiger Streitpunkt war die Scheidung. Bülow's Ehe war in Berlin geschlossen, folglich konnte sie nur nach preußischem Recht geschieden werden, was eine einvernehmliche Auflösung der Ehe ausschloss. Es widerstrebte Bülow jedoch, gegen seine Frau eine Klage auf Verschulden einzuleiten. Zudem war die Ehe katholisch getraut und damit sowohl nach Auffassung Liszt's wie Bülow's unauflöslich. Cosima hatte also Rücksichten zu nehmen, die Dinge hingen nicht allein von ihr ab. Am 20. Mai reiste sie nach München. Einen Tag später folgte Wagner, um die Meistersinger Proben zu überwachen. Wiederum wohnte er bei Bülow's, selbstverordnete Exerzitien der Selbstbeherrschung, welche die Nerven aller Beteiligten zusätzlich belasteten. An seinem Geburtstag fuhr er mit dem König auf dem Dampfer Tristan zur Roseninsel im Starnberger See, wo sie zu Mittag aßen, Junkerstolzing und Sachs. Ludwig träumte einem Kunst Nürnberg entgegen, dessen Burg er in der Wirklichkeit längst mit dem preußischen König Wilhelm, der Erbrechte besaß, teilen mußte. Im Juni trafen von überall aus Europa Gäste ein, um die Uraufführung einer deutschen Nationaloper zu erleben, angelockt durch die Kenntnis des Textbuches und die Briefe, kompetente Beurteiler wie List und Bülow über die frische, melodische Kraft und formale Meisterlichkeit dieser bürgerlichen Kunstoper in alle Welt versand hatten. Aus Russland kam Alexander Zeroff, aus England Karl Clintworth und Malwider von Meisenburg, aus Frankreich Léon Leroy und Paul Chandon, aus Wien Karl Tausig, auch Jesse Lossau, Mathilde Meyer und die Gräfin Claire Charnassé, eine Halbschwester Cosimas, ließen sich das Ereignis nicht entgehen. Die Premiere fand am 21. Juni 1868 unter Bülows Leitung statt und wurde zu Wagners unbestrittenstem und eindeutigstem Erfolg seit dem Rienzi in Dresden. Während des Vorspiels wurde er von Cosimas Seite weggerufen und in die Königsloge beordert. Dort erblickte ihn staunend der versammelte Münchner Hofstaat. Als nach dem zweiten Akt der Beifall nicht endete, nahm er auf Befehl des Königs stehend in der Fürstenloge die Ovationen entgegen, er trat vor dem König an die Brüstung und verbeugte sich. Ein unerhörter Verstoß gegen die Etikette. Auf der Heimfahrt nach Luzern, noch erfüllt vom festes Rausch des Erfolgs, drängte sich Wagner das jubelnde Thema für das Siegfried-Finale auf, aber er erkrankte und lag für zehn Tage mutlos da nieder. Er hatte Cosima zurücklassen müssen. War er wieder einmal Sachs, der auf Eva zu verzichten hatte? Nichts war geklärt und zu Hans, dem Geburtshelfer der Meistersinger, hatte er kein Wort über das Dilemma ihrer komplizierten privaten Beziehungen zu sprechen vermocht. Am 14. September 1868 traten Richard Wagner und Cosima mit dem Diener Jakob Stocker, dem Mann Vrenelis, eine folgenreiche Reise nach Italien an. Sie übernachteten auf dem St. Gotthard. Über Stresa und die Borromäischen Inseln erreichten sie am 17. September Genua, wo Wagner vor 15 Jahren zum ersten Mal das Mittelmeer erblickt hatte. Es ist über den plötzlichen Entschluß zu dieser Reise nach dem Süden und über die Absicht, die sie damit verbanden, von beiden nie viel gesprochen oder geschrieben worden, wohl aber über die schicksalhafte Zäsur, welche sie durch den weiteren Verlauf und die Mitwirkung der Naturkräfte herbeiführte. Der Aufenthalt in Genua war noch angenehm, die Temperaturen nicht zu heiß, sie promenierten und bewunderten Adelspaläste. In Genua schlug er ihr vor, bei ihm zu bleiben, die Kinder nachkommen und alles über sich ergehen zu lassen. Aber sie riet zur Vernunft. Dann fuhren sie über Mailand und Como nach Lugano, wo sie am 28. September von den schweren Unwettern erfuhren, die das Tessin verwüsteten. Am nächsten Tag kamen sie bis Bellinzona und standen vor der Frage, ob sie abwarten oder umkehren sollten. Sie entschlossen, sich nach Biasca zu fahren, von wo sie wegen der Überschwemmungen zu Fuß weiter über Boudio nach Boudio vermutlich über ihre Absicht, endgültig bei Wagner zu bleiben. Am nächsten Tag erreichten sie in einem anstrengenden und gefahrvollen Marsch von mehr als vier Stunden, wiederum unter Regengüssen und nach Durchquerung reißender Gebirgsbäche, Airolo. Der Diener Jakob Stocker war von dem Mut und der Energie der Frau Baronin beeindruckt. Als sie über den Gotthard, über Andermatt Amsteg und Flüelen wieder nach Triebschen zurückgekehrt waren, fragte sich Wagner, was das Schicksal wohl gewollt hatte. Am 14. Oktober begleitete er Cosima, die mit ihren vier Töchtern zu einer letzten Aussprache mit Hans nach München reiste, bis nach Augsburg und kehrte dann um. Daran schloß sich eine heftige briefliche Kontroverse. Cosima beabsichtigte, wegen ihrer Scheidung nach Rom zu pilgern, Wagner aber war strikt dagegen. Endlich unterrichtete er nun, wenn auch in verklausulierendem Deutsch, den König über die Bedeutung seiner neu gewonnenen Gemeinsamkeit mit der Freundin. Eine seltsame Unruhe ließ ihn kurz darauf am 1. November über München nach Leipzig aufbrechen. In München war der König, wie er sich gut hätte denken können, für ihn nicht zu sprechen. Also reiste er weiter nach Leipzig, wo er bei Ottilie und Hermann Brockhaus wohnte. Die Presse war nicht informiert, das heißt, er wollte en famille sein und ein wenig von dem erzählen, was er erlebt, was er gemacht und gerade komponiert hatte. Er spielte vor, und sein Erstaunen war grenzenlos, als die Freundin Ottilies, Sophie Ritschel, die Frau eines Professors, vorgab, das Meisterlied Walters bereits zu kennen. Wie das? Ein Philosoph und Musikfreund von vierundzwanzig Jahren, Schüler ihres Mannes, hatte es ihr kürzlich voller Begeisterung vorgetragen. Wagner horchte auf, den sollte er doch kennenlernen. Der junge Mann hieß Friedrich Nietzsche. Von Anfang an gab es viel, was sie verbannt. Sie kamen aus der gleichen Gegend. Nietzsche war nur wenige Kilometer entfernt von dem Ort, aus dem Wagners Mutter stammte, geboren, im Dorf Röcken, an der Straße von Weißenfels nach Leipzig. Beide fühlten sich in jener mitteldeutschen Kulturlandschaft zwischen Harz, Thüringer, Pforte und Elster, der Heimat von Martin Luther, Heinrich Schütz und Novalis tief verwurzelt, ohne ihre Unlustgefühle an dem zwar lieblichen, aber provinziellen, in sich vermummelten und vergrämelten Charakter jenes Landstrichs, durch den sich in weitem Bogen die Saale zieht, ganz Herr werden zu können. Wagner war nie am Geburtsort seiner Mutter. Er hat nach ihrem Tod auch nahezu alle Bande, die ihn mit der Familie und Sachsen verknüpften, gelöst und kam nur noch kurz und geschäftlich Er hasste den Naumburger Volksdialekt, in dem das Südsächsische zum süßeren Mellos des Thürinischen übergeht. Er wollte die Schulzeit, in der er voll kindlicher Pedanterie steif durch den Regen geschritten war, weil die Schulsitte auf dem Heimweg Anstand vorschrieb, am liebsten ungeschehen machen. Nietzsche wuchs über das Naumburgische hinaus wie Wagner über seine Leipziger Pflegeljahre, nur deckte dieser seine unordentlichen Anfänge im Alter mit bürgerlichem Lebensstil zu, während der andere seine Kinderstube in einem deutsch-bürgerlichen Pfarrhaus durch die blasphemische Attacke auf alles herkömmliche Demütige und Christliche in Vergessenheit zu bringen suchte. Selten entfernten sich Genies so weit von ihren Ausgangspunkten, ohne dass es dabei einen wirklichen Bruch in ihrer Entwicklung gegeben hätte. Ihre beider Lebenslinien kreuzten sich in einem für beide hoffnungsvollen Augenblick und zufällig in Leipzig. Das Entzücken war gegenseitig. Vor und nach Tisch spielte Wagner alle wichtigen Stellen der Meistersinger von Nürnberg, wie er es auf seine halb schockierende, halb belustigende und sehr eindrucksvolle Weise zu tun pflegte, indem er alle Stimmen selbst übernahm. Sie schwärmten beide von Schopenhauer, aber auch Nietzsche las aus Schopenhauer nur heraus, als das System. Dann las Wagner ein Stück aus seiner Autobiografie vor, eine Szene aus seinem Leipziger Studentenleben, die Nietzsche außerordentlich erheiterte. Beim Abschied drückte Wagner dem Jüngeren warm die Hand und lud ihn zu Gesprächen in Triebschen ein. Am nächsten Tag reiste er ab. Eine Woche später, am 16. November 1868, zog Cosima mit ihren Töchtern Isolde und Eva endgültig nach Triebschen. Sie hatte Daniela und Blandin zurücklassen müssen, was sie tief betrübte. Ihr Zusammenleben mit Wagner wurde weiter verschwiegen, sie lebte in strenger Klausur, vorerst ein düster melancholisches Glück, sie weinte viel. Auch Wagner war unwohl. Todesnachrichten häuften sich, er legte ein Sterberegister an, Lamartine, Berrier, Genelli, Rossini, Berlioz. Sein Unterleibsleiden plagte ihn. Und doch kam zum ersten Mal so etwas wie Stetigkeit und Regelmäßigkeit in sein Leben. Er nahm die Siegfried-Partitur wieder vor, diktierte ein Stück Autobiografie und schrieb eine Erinnerung an Erinnerung an Rossini nieder. Üble Post und Klatschgeschichten, die Tochter eines betrügerischen Münchner Universitätsangestellten hatte behauptet, sie sei durch Wagners Vermittlung vom König geschwängert worden, bekräftigten seinen Entschluß, nun auch gar nichts mehr mit München im Sinn haben zu wollen. Nein, es war kein wolkenloses Glück. Er war auch jetzt nicht frei von düsteren Stimmungen, er war es nie. Aber für den letzten Tag des Jahres verzeichnete er in seinen nachträglich aufgezeichneten Analen oben und unten im Haus das dreifache Etagen-Glück. Er war endlich ein Bürger geworden. Der König schrieb am 10. Februar 1869 einen versöhnlichen Brief, der allerdings einen Pferdefuß enthielt. Ludwig ließ Wagner wissen, daß die baldige Uraufführung des Rheingolds in München zu jenen Freuden gehöre, die er verbrauche, wenn er nicht im Strudel des Alltagslebens vergehen solle. Richard Wagner stimmte der Einstudierung zu. Sie haben im Laufe der zwei letzten Jahre für die Ermöglichung solcher Aufführungen so viel getan, als Ihnen gewiß unter den obwaltenden Umständen zu tun möglich war. Ich danke Ihnen aus vollem Herzen dafür. Jedenfalls haben Sie sich hierdurch, so wie durch alle mir erwiesenen Wohltaten, das ganz unbestreitbare Recht erworben, über meine Werke und ihre Aufführungen ganz nach Gutdünken zu verfügen. Zu allem werde ich hierfür getreulich an die Hand gehen. Nur, daß ich mich selbst persönlich dabei beteilige, werden Sie, ich weiß es, nicht verlangen, wenn Sie meiner Versicherung glauben, daß mir dies fortan durchaus unmöglich sein würde. Hilfe in jeder Hinsicht aber bot er seinem König durchaus an. Dagegen verständige ich mich leicht über alles, die musikalische Ausführung betreffende, mit den zu deren Leitung Berufenen. Für jede übrige Anordnung bitte ich einzig um die Gnade, mir den Regisseur Hallwachs zuzuweisen. Denn mit niemand anderem möchte ich sonst in dieser Beziehung zu tun haben. Ich stehe dann für diesen ein, sobald er Vollmacht erhält, die szenische Darstellung auch des Rheingoldes nach meinen Angaben einzig zu überwachen. Ein anderer Punkt ist noch das Verhältnis, in welchem die Aufführungen der Teile meiner Nibelungen dem Publikum vorgeführt werden mögen. Hierüber erlaube ich mir dann zur rechten Zeit Ihnen meine Wünsche genau auszudrücken. Somit denn, holdester Herr, befehlen Sie, ich werde nur behilflich, nie hinderlich sein. Damit erledigt sich wohl die Behauptung, mit der Münchner Aufführung des Rheingolds sei sein Werk gegen seinen Willen profaniert und ihm eine Schmach angetan worden. Der König mußte notwendigerweise glauben, es sei alles in bester Ordnung. Noch dazu Dr. Reinhard Hallwachs zum Regisseur bestellt wurde, Hans Richter die Nachfolge Bülow als Theaterdirigent antrat und nahezu alle an der Aufführung beteiligten in den nächsten Wochen und Monaten nach Tripschen reisten, um sich ihre Anweisungen zu holen, Hallwachs und der eigens berufene Darmstädter Maschinist Karl Brandt besuchten Wagner am 8. April, im Juni legte der Dekorationsmaler Janck seine Skizzen zur Prüfung vor und Richter ohnehin ständig von Wagner in Trab gehalten kam im August mit den Sängern Beetz Schlosser und Schelper zur Einstudierung ihrer Rollen nach Triebschen Da es trotzdem fast zur Katastrophe kam lag offenbar am Münchner Schlendrian und der mangelnden Voraussicht des neuen Intendanten Karl Freiherr von Perfall der Brandt und Hallwachs als Wagners bevollmächtigte nicht gar zu ernst nahm und es zuließ daß die Vorarbeiten für die Szenerie unnötig verschleppt wurden Wagners Brief vom 23. und 24. Februar enthält aber noch andere bedeutende Mitteilungen wie die von der Vollendung der Partitur Reinschrift des zweiten Akts Siegfried und der bevorstehenden Wiederaufnahme der Kompositionsarbeit nach einer Unterbrechung von zwölf Jahren was ihm selber gewiß unerhört in der Kunstgeschichte erscheinen wollte bei gleichbleibender Frische der Konzeption nahm er das vielgliedrige Geschmeide der miteinander verketteten Teile wieder auf und flocht das Geweb des Riesenteppichs ohne äußerlich erkennbaren Bruch weiter die drei Akte des Siegfried sind freilich voneinander verschieden wie dreieinander im Widerspruch aufhebende Sätze einer Symphonie und der Siegfried selbst steht wieder fremd und sonderbar verschieden unter den Teilen des Rings in einem Verband von Großformen deren Einzelne immer das Ganze gegenwärtig halten sollen als als Wagner am ersten März 1869 mit der Kompositionsskizze des dritten Akts begann und in der Zwiesprache mit Erda die Welt seiner Nibelungen wieder aus dem Schlafe weckte um sie bis zum Juni des Jahres mit der schneidenden Schönheit des Siegfried Finales zu beglänzen da kümmerte er sich wenig um seine Theorien vom Kunstwerk der Zukunft sondern raffte den Erfüllungszauber neugewonnener Lebensufer zu einem aus Wotans Widerstand und Siegfrieds erbeben gewaltig aufsteigenden musikalischen Jubel nach eingehendem Rheingoldstudium verließ Hans Richter am 5. April 1869 Triebschen um Bülow in München abzulösen Am 8. April schickte Bülow die beiden Kinder Daniela und Blandin nach Triebschen Er resignierte und ging daran seine Wohnung aufzulösen Das Tagebuch Cosimas verzeichnet über Wochen ihre Todesgedanken Richards Kummer über Rheingold das ihm entrissene Werk Am Pfingstsamstag dem 15. Mai stand ein junger Mann lange still vor dem Haus in Triebschen und hörte einen immer wiederholten schmerzlichen Akkord Friedrich Nietzsche Er war am 13. Februar zum Professor für klassische Philologie in Basel ernannt worden und hielt sich seit April in Basel auf Dort selbst fand er acht Zuhörer Das war schon die gesamte Philologenschaft und dazu noch ein Theologe Die Universität der 30.000 Einwohner zählenden Stadt besaß 1870 überhaupt nur 116 Studenten in allen vier Fakultäten Nietzsche fand denkbar ruhige kleinstädtische und ihm günstige Verhältnisse vor die es ihm erlaubten seine Studien fortzusetzen der Einladung Wagners folgend war er bei erster Gelegenheit nach Luzern gefahren und den Uferweg am See hinausgewandert nach einiger Zeit machte er sich bemerkbar Cosima war nicht anwesend sondern mit der Tochter Blandin zur Stadt gegangen um Richards Geburtstag vorzubereiten der Diener Jakob Stocker meldete den Gast und nach nochmaliger Erkundigung ob es sich um den Herrn Nietzsche aus Leipzig handele Wagner war offenbar bei der Arbeit wurde er für Montag zum Essen eingeladen Am Pfingstmontag fuhr Nietzsche mit dem Morgenschiff nach Triebschen Ein ruhiger angenehmer Besuch und Buenaventura Genellis Bild Dionysos von den Musen Apolls erzogen das Wagner in seiner Jugend so sehr beeindruckt und das Cosima aus dem Nachlass von Friedrich Brockhaus an sich gebracht hatte sah beziehungsvoll auf sie herab Der erste Besuch des jungen Philologen in Triebschen muß etwas steifer laufen sein Wagner war nicht in bester Stimmung und schon gegen vier Uhr brachten die Gastgeber den Basler Professor bei Wenige Tage später dankte Nietzsche in seinem Geburtstagsbrief für die besten und erhobensten Momente seines Lebens die sich für ihn an den Namen Wagner knüpften Am 28. Mai hielt er seine Basler Antrittsrede Von nun an kehrte Nietzsche häufig und regelmäßig in Triebschen ein Seine nächste Anmeldung für den 5. Juni stieß freilich auf einige Verlegenheit denn jeden Augenblick war mit Aber Cosima meinte es sei besser wenn der Professor käme Man verbrachte einen erträglichen Abend Die Schwangere zog sich gegen 11 Uhr zurück Dann setzten die Wehen ein Nach Mitternacht trug sie ihr Bettzeug allein in die untere Schlafstube Zwei Tage zuvor war es über ihre Weigerung vom ersten Stock hinab in das Schlafzimmer neben Wagner zu ziehen mit ihm zu einem heftigen Streit gekommen doppelte Moral sie gebar sein Kind aber sie schliefen getrennt noch immer lebte sie in der Sünde er nicht Als das Kind gegen vier Uhr nachts zur Welt kam die Amme war erst nach zwei Uhr geholt worden erlebte Wagner die Entbindung als Ohrenzeuge im Nebenzimmer und litt Dann vernahm er einen Ruf der Amme stürzte auf den Flur und erfuhr daß worden war über dem Rigi lag der erste Sonnenglanz In seinem Sinn trug er an diesem Morgen die Stelle des dritten Akts Siegfried Heil dem Tage Drei Tage nach der Geburt seines Sohnes Siegfried brachte er der Wöchnerin morgens eine Strophe über die er sich gerade mit sich geeinigt hatte und schrieb die Noten in ihr Tagebuch Leuchtende Liebe Lachender Tod Schon am Hans von Bülow war von der Niederkunft seiner Frau nicht in Kenntnis gesetzt worden Er hatte in München unsäglich gelitten und nur ausgehalten um den offenen Skandal zu vermeiden umsonst nur vor dem Opfer seines Lebens war er zurückgewichen weil er nirgendwo eine Spur von Ehrenhaftigkeit zu erkennen vermochte die das lohnte teilte er im September 1869 der Gräfin Charnasset Cosimas Halbschwester mit In dem französisch geschriebenen Brief heißt es weiter Als ich im November an Cosima eine fast indiskrete Frage über den Grund ihrer plötzlichen Abreise stellte fand sie es richtig mir mit einem falschen Schwur zu antworten So erfuhr ich vor einigen Monaten erst durch die Zeitungen von dem Glück des Meisters dem seine Geliebte bei voller Namensnennung endlich einen Sohn geschenkt habe der auf den Namen Siegfried getauft worden sei als günstiges Omen für die Vollendung seiner neuen Oper das Gebäude meiner Hörner ist somit auf die glänzendste Weise gekrönt worden ich konnte nicht sofort aus München fliehen aber die Hölle die ich während der letzten Monate meiner Tätigkeit dort erduldet habe ist unvorstellbar Am 15. Juni 1869 bat ihn Cosima in eine Ehescheidung einzuwilligen und ihr auch die beiden Töchter Daniela und Blandin zu überlassen und tags darauf gab Hans seine Zustimmung It must be so Er war gebrochen Cosima erholte sich von dieser letzten Niederkunft schneller als vergangene Male obwohl sie der Ruhe bedurfte und zeitweise starken depressiven Stimmungen verfiel Die Besucher die in diesem Sommer Triebschen zahlreich heimsuchten meist ohne etwas von dem Säugling zu erfahren der im oberen Stock unter der Obhut des Kinder Fräuleins gedieh bemerkten von den seelischen Krisen von Reues Andacht und von Wagners Weinkrämpfen nichts Am 16. Juli 1869 trafen in Luzern drei französische Wagnerianer ein deren Charme Intelligenz und Fantasie sich zu einem Dreiklang von hellstem leuchtendstem Dur verbanden Es waren die 22-jährige Judith Mendes Gauthier die vor den Toren der Pariser Oper anlässlich der Tannhäuser Generalprobe ihren ersten Auftritt in dieser Geschichte hatte Theophile Gauthiers Tochter genannt der Orkan Er hatte einen Aufwechsel gehabt, indem er ihr sein Verhältnis zur Pariser Rienzi-Aufführung klarstellte, daß er nämlich keineswegs gesonnen sei, nach Paris zu kommen. Rienzi sei kein Äquivalent für den Tannhäuser, den die Pariser nicht angenommen hätten. Und daher wolle er mit der Sache nichts zu tun haben. Madame Mendez gab deshalb keineswegs auf, sondern war umso versessener, dem angebeteten Künstler zu begegnen. Und da er gegen so enthusiastische Besucher nichts einzuwenden hatte, benutzte das Ehepaar Mendez die Reise zur Internationalen Kunstausstellung in München als Vorwand, um in Luzern Station zu machen. Ein bisschen Neugier der plattesten Art war natürlich auch dabei. Und Mendez berichtete denn auch hinterher, zu Cosimas Missfallen, allzu ausführlich über Möbel, Tapeten und Bilder. Es waren viele Gerüchte über das Triebschener Idyll im Umlauf, noch nie hatte ein Unberufener die Schwelle des Hauses überschritten, und es gab Leute, die mutmaßten dahinter ein Zerei zwischen Wänden aus Gold und Brokat. Wagner empfing seine Gäste am Bahnhof in Luzern und geleitete sie zum Hotel du Lac. Er war erstaunt, bezaubert und ein wenig außer sich. Das kleine Mädchen, das dem Herrn Berlioz vor der Pariser Oper so heftig ins Wort gefallen war, hatte sich zu einer Schönheit von klassischem Profil und Ebenmaß entwickelt, und ein Orkan war sie geblieben. Sie stammte aus einer französisch-italienischen Ehe. Ihre Mutter war die Mailänderin Ernesta Grisi, die Schwester der berühmten Sängerin Julia Grisi. Wagner blieb ein wenig der Atem weg. Auf dem Weg zum Hotel sagte er zu ihr, uns verbindet ein nobles Gefühl. Dann eilte er voraus zu Cosima, um ihr den ungewöhnlichen Besuch zu melden. Die nächsten Tage waren von Ausflügen, Lesungen und Gesprächen über Kunst, Musik und Religion ausgefüllt. Judith bebte mit allen Fiebern. Sie war entzückt, von Bewunderung berauscht, und in schüchterner Ehrfurcht stand sie in der Tür des Arbeitszimmers, wobei Wagner sie überraschte. »Wie begeistert Sie sind«, rief er beglückt. »Man soll es nicht zu sehr sein, denn das schadet der Gesundheit«, scherzte er. Die Französin brachte ihn dazu, aus seinen Kompositionsskizzen vorzutragen, was die ebenfalls anwesenden Serovs aus Russland mit Eifersucht vermerkten, denn das hatten sie noch nicht zu verlangen gewagt. Judit durfte alles. Er las ihr die Wünsche von den Augen ab. Bei der Kahnfahrt auf dem See sah sie nicht die Natur, sondern nur sein Profil, das ihr der Widerschein der Sonne verklärte. Vor Übermut turnte er wie in der Kindheit auf den Bäumen des prächtigen Gartens. Cosima mußte die junge Frau bitten, ihn doch nicht mit solchem Entzücken anzuschauen, da man nicht wisse, wohin ihn die Tollheit treibe. Die Gamin mit der römischen Stirn- und Nasenpartie blieb für Cosima stets ein etwas unheimliches Wesen, wie aus einer anderen Welt, und am 17. Juli notierte sie in ihrem Tagebuch »Die Frau spricht alles aus, was ich im tiefsten Herzen glaube. Dass sie es aussprechen kann, macht sie mir fremd.« Dennoch gelang es der temperamentvollen Judit, das Herz der ihr in so vieler Hinsicht Fremden, äußerlich so kühlen und abweisenden Cosima zu erobern. Die Meisterin vertraute ihr in diesen Tagen ihre intimsten Sorgen an, und das war im Augenblick ihr Scheidungsbegehren, dem gerüchtweise List, ihr eigener Vater, beharrlich entgegenstand. Der Versuch, eine Vermittlerin einzuschalten, war kürzlich fehlgeschlagen, da die etwas steifere, wenn gleich nicht weniger wohlgesonnene Marie Muchanoff, die ebenfalls in diesem Sommer Triebschen besuchte, es leider zu ungeschickt angefangen hatte. Das Ehepaar Mendez und der Graf Villiers de Ile-Adam reisten nach München weiter, wo Bülow am 20. Juli in Gegenwart List mit einer Wiederaufführung des Tristan vom Theater der bayerischen Hauptstadt Abschied nahm. Im Salon der Gräfin von Schleinitz traf Judit mit List zusammen. Der zog sie beiseite, und die Frage nach dem Ergehen Cosimas gab Judit Gelegenheit zu einem temperamentvollen Ausbruch. »Sagen Sie nichts gegen Ihre Tochter. Ich bin so ganz auf Ihrer Seite, dass ich nicht zugeben kann, dass man ihr einen Vorwurf macht.« »Wagner stehe außerhalb menschlicher Gesetze«, verkündete sie streng erhobenen Hauptes. »An Cosimas Stelle hätte sie gleich ihr gehandelt. Es ist ihre Pflicht als Vater, dass sie der bewunderungswürdigen Lösung, die Cosima mit Recht erwartet, kein Hindernis in den Weg legen.« List soll geantwortet haben, »Er teile ihre Ansicht, aber das Priestergewand zwinge ihn zu schweigen. Auch er wünsche eine gesetzliche Lösung und habe nie die Absicht gehabt, sie zu verzögern.« Judit bat, dies Cosima schreiben zu dürfen. Ihr Brief traf am 28. August in Triebschen ein. Dort schlug der Krach um die bevorstehende Uraufführung des Rheingolds inzwischen hoher Wogen. Zwei Tage vor der Hauptprobe am 25. August, es war zufällig des Königs Geburtstag und Judits auch, hatte Hans Richter seine Mitwirkung aufgekündigt und seine Demission als Dirigent eingereicht, da die szenische Verwirklichung vor allem die Bühnentechnik einer Katastrophe zusteuerte. Der mit Wagner abgesprochene Schritt Richters war zweifellos zunächst nur als Drohung gemeint, um den König vom befohlenen Premierentermin abzubringen. Doch der blieb einmal eisern und begriff gar nicht, was da passierte. Bei der Hauptprobe am 27. August, die Richter noch leitete, waren der König und vier bis fünfhundert geladene Gäste anwesend, darunter Franz Liszt, Marie Muchanoff mit ihrer Tochter, der Gräfin Kohlenhofe, Marie von Schleinitz, Baron Lohen aus Weimar, Richard Pohl, Lassen, Riedel und andere Musiker, Kapellmeister und Chordirigenten, aus London Henry Chorley und Walter Bache, die französischen Freunde Mendes und Comte Villers mit Demoiselle Augusta Olmes, einer begabten Komponistin, die Viardo Garcia, sowie aus Russland-Serovs und der Dichter Turgenev, der einen denkbar schlechten Eindruck erhielt. Eine poesielose Götterburg, ein hölzerner Regenbogen, die Rheintöchter im Alltagskostüm vor dem Vorhang, all diese Abscheulichkeiten erfuhr Wagner postwendend in Triebchen. Dort ging es zu wie in einem Taubenschlag. Auf einer Spazierfahrt war Wagner am 27. August mit seiner Schwester Ottilie zusammengetroffen und hatte Brockhausens für den nächsten Tag zum Essen eingeladen. Nietzsche wurde eiligst herbeigerufen, um das Wiedersehen im Gedenken an die Leipziger Begegnung zu feiern. Das Diné am Samstag, dem 28. August, wurde zehnmal durch ankommende Post unterbrochen. Nicht genug damit hatte Cosima den ganzen Morgen geschluchzt und geweint, weil Hans von Bülow München ohne Angabe eine Adresse verlassen hatte. Die Nachricht Judiz, dass sie mit dem Vater gesprochen hatte, beruhigte sie ein wenig. Die Franzosen depeschierten aus München, das Rheingoldorchester sei zwar prachtvoll gewesen, Dekorationen und Verwandlungen dagegen absurd, lächerlich, unmöglich. Das Telegramm Richters mit der dringenden Bitte an Wagner vom König, einen Aufschub der Aufführung zu verlangen, traf 13.40 Uhr in Luzern ein. Eine Dreiviertelstunde später ging Wagners Depesche an Ludwig ab. Vermutlich hat der Postbote in Triebschen gleich auf die Antwort gewartet. Der Sänger Franz Bitz, der den Wotan singen sollte, schrieb, »Ein Blick in dieses wahnsinnige Chaos würde Wagner genügen, die Vorstellung sofort zu inhibieren.« Wagner sandte den Brief nicht ganz fairerweise sofort an den König. Während nachts Cosima an Judiz schrieb und sich bedankte, fragte Wagner bei Hans Richter telegrafisch an, ob der König bei seiner Anordnung bleibe. Darauf Richters Telegramm am nächsten Tag, die Premiere sei zwar verschoben, aber eher gefeuert. Der Weimarer Intendant Lohen erkundigte sich, ob sein Kapellmeister Lassen dirigieren dürfe. Wagners Antwort war abschlägig. Cosima in ihrem Tagebuch, »Zwischen all dies Professor Nietzsche«, »immer angenehm.« »Düsterer Tag, was wird aus dieser Sache werden?« »Des Königs benehmen rätselhaft.« Es war weniger das als verbitterter Starrsinn. Formal im Recht versuchte der König auf ungeeignete Weise die Widerstände seiner Künstler zu brechen, die ein Unglück voraussahen, dass der Intendant von Perfall durch mangelhafte Vorbereitungen mit verursacht hatte. Ludwigs Reaktion auf Richters Unverschämtheit und Beets Beschwerde war ein Brief vom 29. August, ein Hofrat von Düflip, ein Schreiben, dessen überzogenes Majestätsbewusstsein ein wenig an die letzten Wahnsinnszettel Nietzsches erinnert. Wenn die Leute beim Theater fortführen, sich Befehlen zu widersetzen, müsse das Unkraut erbarmungslos ausgerottet werden. »Strengstens solle Düflip gegen die Nichtswürdigen einschreiten. Dies ist mein Wille. Amen.« Am nächsten Tag, wahrhaft verbrecherisch und schamlos, ist das Gebaren von Wagner und dem Theatergesindel. Es ist dies eine offenbare Revolte gegen meine Befehle, und dieses kann ich nicht dulden. Wenn diese abscheulichen Intrigen Wagners durchgingen, so würde das ganze Pack immer dreister und unverschämter und zuletzt gar nicht mehr zu zügeln sein. Daher muß das Übel mit der Wurzel ausgerissen werden. Richter muß springen und Beets und die anderen zur Unterwerfung gebracht werden. Gegen Beets war auch mit Gewalt nichts zu unternehmen. Sein Vertrag lief am 31. August aus, und er reiste einfach ab. Ludwig wütete weiter. »Den Nichtswürdigen und ganz unverzeihlichen Intrigen von Wagner und Konsorten muß schleunigst ein Ende gemacht werden,« dekretierte er am 31. August. »Ich erteile hiermit den Befehl, daß die Vorstellung am Sonntag stattfinde. Richter ist sogleich zu entlassen. Wagt Wagner, sich neuerdings zu widersetzen, so ist ihm das Gehalt für immer zu entziehen und nie mehr ein Werk von ihm auf der Münchner Bühne aufzuführen.« Er selbst zog es vor, sich auf den Hochkopf zu begeben und abzuwarten. Wagner, der am 1. September in höchster Not nach München eilte, um entweder die Proben zu überwachen oder die Aufführung zu verhindern, sah sich wieder darauf angewiesen, seine Vorschläge schriftlich zu unterbreiten. Die fand der König jetzt übrigens ganz vernünftig. Er verlangte aber einen neuen Dirigenten. Die meisten, die aufgefordert wurden, setzten sich mit Wagner ins Benehmen und lehnten ab. Im Übrigen raste der Monarch vom Hochkopf weiter aufs Papier. Um die schlechte Betreibung der mir unleidlich gewordenen Rheingold-Affäre auf ihren Gipfel zu treiben, ist ganz gegen meinen Willen, wie ich heute erfuhr, R. Wagner in München eingetroffen. Es geschieht ihm gerade recht, falls ihm eine missliebige Demonstration bereitet werden sollte, jetzt, wo der Bülow-Skandal au comble ist. »Jean est assez!« Judith und Catulle Mendez besuchten Wagner während seines kurzen Münchner Aufenthalts mit Hans Richter und dem jungen Komponisten Franz Servet in der kleinen Wohnung des Ingenieurs Reinhard Schäfer in der neuen Pferdestraße, wo Wagner abgestiegen war. Hier, in Schäfers Wohnung, fand auch die Unterredung mit Intendant von Perfall und Hofsekretär Duflip statt, die so gut wie nichts erbrachte. Judith wartete auf der Straße. Am nächsten Tag reiste Wagner zurück nach Triebschen. Erreicht hatte er nichts außer einem Aufschub. Dem von Perfall bestellten neuen Dirigenten Franz Wüllner drohte er, »Hand weg von meiner Partitur! Das rat ich Ihnen, Herr! Sonst soll Sie der Teufel holen! Taktieren Sie in Liedertafeln und Singevereinen, oder, wenn Sie durchaus Opernpartituren handhaben wollen, so suchen Sie die von Ihrem Freunde Perfall aus. Diesem schönen Herrn sagen Sie auch, wenn er dem Könige nicht offen, seine persönliche Unfähigkeit, mein Werk zu geben, bekenne, ich ihm ein Licht anzünden wolle, daß ihm alle seine vom Abfall der Rheingoldkosten bezahlten Winkelblattskribenten nicht ausblasen können sollen. Ihr beiden Herren habt bei einem Manne wie ich erst lange in die Schule zu gehen, ehe ihr lernt, daß ihr nichts versteht. Und das redete noch miteinander. Das ließen die Herren sich gefallen, nur weil sie dem König nicht ihre Ämter hinwerfen konnten. Verhindert hat Wagner auf diese Weise nichts. Indessen kam alles weit weniger schlimm als befürchtet, und der Maschinenmeister Karl Brandt aus Darmstadt leistete binnen weniger Wochen derartiges, daß Wagner ihn nicht mehr aus den Augen ließ. Der Uraufführung des Rheingold unter Franz Willners Leitung am 22. September blieb Wagner demonstrativ fern. Sie wurde nicht geradezu ein Unglück. Wer Ohren hatte, der hörte. Auch wenn die Bedeutung von Szene und musikdramatischer Exposition des Kommenden bei der Separierung dieses Ringvorabends zunächst kaum verstanden werden konnte und das unzulänglich Zeichenhafte vielfach nur auf Spott stieß. Der Redakteur des Münchner Vaterlands nannte die Rheintöchter-Szene auf dem Grunde des Rheins ein Hurenaquarium, worauf Opernsänger Heinrich Vogel wegen Ehrenbeleidigung seiner Frau Klage erhob. Das Luzerner Tageblatt schrieb zum größten Ärger ihres Triebschner Nachbars, »Die übermäßige Benutzung von Rauch und Feuer ist nicht schön.« Hingegen war sie geeignet, beim Zuschauer unheimliche Gefühle zu erwecken, besonders am Tage nach dem Brande des Dresdner Theaters. Alle, welche diesen prächtigen Bau kannten, werden die Nachricht von dessen Zerstörung mit Schmerz vernommen haben. In der Tat war Sempers Bau vernichtet. Eine Schreckensnachricht nach der anderen erreichte Triebschen. Auf der Rückreise von München weilten die französischen Freunde noch einmal am Vierwaldstätter See und trafen im Haus Wagners auch mit Marie Muchanoff zusammen, die seit langem versuchte, tiefer in die Mysterien der wagnerischen Kunst einzudringen. Neben Judith, die von ihr fremd abstach in ihrer mediterranen Schönheit und über die sich Marie stets abfällig äußerte, war sie eine der Ersten, der Wagner das Siegfried-Finale vorspielte und vorsang. Marie Muchanoff, eine blonde Brünnhilde, saß groß und staunend und kniff beim Zuhören die Augen zusammen. In einem Brief meinte sie Wagners neues Werk, Ende mit einem titanischen und völlig neuartigen Liebesduett, das in eine Art von leidenschaftlichem Jodeln ausbricht. Obwohl es Judith gewesen war, die ihre Sache beim Vater mehr genützt hatte, schloß sich Cosima immer enger an Marie Muchanoff an und gewann in ihr eine Freundin und Vertraute. Dann reißten alle wieder ab. Scheinbar unberührt vom Schicksal seiner Partituren komponierte Wagner am Ring weiter. Am 2. Oktober wandte er sich erstmals der Nornenszene der Götterdämmerung zu, Ohne daß ihm die Skizzen vom August 1850 noch vorlagen, traf er deren Charakteristisches genau wieder. Der Abstand zu den damaligen Kompositionsversuchen liegt in der Geläufigkeit und Schmiegsamkeit der Themen und Figuren, der fast traumhaften Sicherheit, die sich jetzt im Umgang mit dem melodischen und harmonischen Material einstellte. Mit der Stetigkeit, die Cosima in sein Leben gebracht hatte, erfüllten ihn auch neue Selbstvertrauen und der beinahe unanfechtbare Glaube, daß ihm schließlich doch noch alles gelingen werde. Und vielleicht, so meinte er, sei das ganze Treiben um die fertigen Teile des Rings seiner Sache sogar noch förderlich, und man müsse Gott danken, daß ein Wesen wie der König einen so sonderbaren Sparren im Kopf hat und die Dinger durchaus sehen und haben will, freilich ohne jene großartigen Gedanken damit zu verknüpfen. Über den König gab man sich in Triebschen keinen Illusionen mehr hin. Der Hahn hatte längst dreimal gekräht, mochte nun daran schuld sein, wer wollte. Wenn man Ludwigs Ausfälle in der Rheingold-Angelegenheit noch im Ohr hat, so müssen die an Wagner gerichteten Zeilen vom 22. Oktober »Ich werde nie an Ihnen irr, in keiner Weise, Sie verstehen mich« allerdings wie Heuchelei erscheinen. Wagner antwortete »Ich kann Ihnen nicht schreiben«. Er ahnte mehr, als er wußte, und machte aus seiner Enttäuschung kein Hehl. Darin war er ehrlicher. Noch einmal wehrte sich Wagner am 20. November 1869 dagegen, den Ring in München auf das Niveau der Leistungen eines elenden Opernrepertoirs herabsetzen zu lassen und richtete an Ludwig die Frage, »Wollen Sie mein Werk, wie ich es will?« »Oder wollen Sie es nicht so?« Das war alles vergeblich. Wenn Ludwig wieder in den alten Ton verfiel, konnte Cosima den Jammer nicht ausdrücken, den sie bei der Lektüre dieser ekstatischen Phrasen erfasste. Und als Richard und sie am 5. November wieder einmal übertriebschen und die Welt nachsannen, meinte Wagner, »Sie würden wohl Fidi, ihren Sohn Siegfried, eines Tages weggeben müssen. Wenn er zu Manne werde, müsse er unter die Leute kommen, die Adversität kennenlernen, die Widersprüche der Welt. Er müsse sich herumbalgen, Ungezogenheiten begehen, denn sonst werde er zum Phantasten, vielleicht zum Kretin, wie wir so etwas an dem König von Bayern sehen.« Dieses Wort werden wir wohl von nun an im Ohr behalten. Der Fall Nietzsche war im Leben Richard Wagners nur eine Episode. Für Nietzsche bedeutete es mehr Anstoß, entflammendes Erlebnis, Passion, Offenbarung einer Kunstwelt, mit der er sich leidenschaftlich identifizierte, bis er ihr konstitutionell nicht mehr gewachsen war und sie sich als allzu weltlich, nämlich unzulänglich erwies, wie noch jede Kunst, bis sein Weg abzweigte, bis sein Stolz den älteren, schwer erträglichen und unbelehrbaren Mann nicht mehr aushielt, bis die Unbedingtheit seines Philosophierens, der Genius, der ihn peitschte, den ungleichen Pakt zum tödlichen Fall des »Er oder Ich« werden ließ. Sie trafen sich in der Verehrung Schopenhauers und in dem Glauben, dass in diesen Dämmerzeiten ein heroisches Erwachen nur aus den Tiefen des deutschen Geistes möglich sei, in der Kunst und Musik, die Nietzsche alsbald mit den Zügen des Dionysischen ausstattete. Es sollte endlich eine Kultur geben für alle, eine Kunst für die vielen und die wenigen zugleich. Dies trug für den Philosophen von Anfang an an eine MdM der Enttäuschung in sich, denn solche Erwartungen waren und sie überstiegen das Mögliche, und letztlich widersprachen sie auch Nietzsches ganzem Wesen. Er sah daran vorbei, solange er der Empfangende war und Wagner der Gebende. Für den Musiker war Nietzsche zunächst nur angenehm und nützlich. Wie eingeweiht er sprach, welch reines Glück, ihm zuzuhören, sich von einem musikalischen Philosophen verstanden und interpretiert zu wissen. Hatte er sich während all der Intrigen um ihn und in dem lebenslangen Kampf um seine Existenz nicht nach einer Seele wie dieser gesehnt, die nicht nur schwärmte, sondern begriff? Wenn dieser junge Professor von der griechischen Tragödie sprach, dann klang es als meine er den Ring des Nibelungen. Typologisch war ihre Fremdheit abgrundtief. Hier der entgrenzte Künstler und Welttheatermann, der gern Epikuräer gewesen wäre, wenn ihm das seine Gesundheit und sein Leiden an der Wirklichkeit erlaubt hätten, ein Hans Dampf, dem das Leben wie ein Traum vorüberzog, ein Sinnenmensch, verschlingend und ins Unendliche, Lebensdrama verschlungen, lachend und weinend, wie's ihm ums Herz war, dort der genialisch-asketische Pedant, der sich Erlebnisse verschaffte und, was ihm nicht gegeben war, Genussfähigkeit und heiteres Lebensspiel ins schrille Gelächter von Übermensch und Zarathustra hinauftrieb. Alle diese Differenzen der Lebensanschauung, auch was er später schauspielerhaft an Wagner nannte, irritierten Nietzsche nicht in seiner grenzenlosen Verehrung, die Cosima und sie vor allem einschloss. Schon nannte er die Baronin von Bülow unter den für ihn einflussreichsten Frauen, und rückblickend zählte er unter die wenigen Fälle hoher Bildung, die für ihn stets französischer Herkunft waren, Frau Cosima, der er noch andere Namen gab. Ihr war der Professor immer angenehm, und es scheint, als habe Nietzsche sie zeitweise von anstrengenden Gesprächen mit Wagner entlastet. Sie überleicht die beiden Freunde gern ihren philosophisch-musischen Expektorationen. Es ging unglaublich gut. Für Nietzsche war Triebschen Inkubationszeit, nie verleugnete Phase erhabener Eingebung und Gedankenlust. Schon lebte in ihm die Idee Dionysos, das Doppelgesicht aus Entzückung und Vernichtung. Wozu der Professor vorerst allerdings herangezogen wurde, waren Einkäufe, Besorgungen, Auswahl von Kindergeschenken in Basel und für das erste Weihnachtsfest, das die nun so kinderreiche Familie Wagners in Triebschen gemeinsam verbrachte, half er, als ganz unphilosophischer Hausfreund und Onkel, das Puppentheater herzurichten. An der Stirnseite über der Bühne wurde der Iftecha-Orden angebracht, den der Bay von Tunis, dem von Blechschmuck bisher verschont gebliebenen Komponisten, gerade verliehen hatte. Am 25. Dezember 1869, Cosimas 32. Geburtstag, besinnt sich Wagner auf den großen Münchner Parsifalentwurf und liest ihn Nietzsche vor. Was die Behauptung widerlegt, Nietzsche sei später von Wagners angeblicher Wandlung und Kniefall vorm Kreuz überrascht worden. Am 9. Januar 1870 nahm Wagner die Komposition des Vorspiels zur Götterdämmerung auf, zwei Tage später in dem gewohnten Parallelverfahren die Orchesterskizze. Die Kompositionsarbeit am Schlussstück des Rings stand unter einer nicht unbeträchtlichen psychischen Belastung, da er die Vollendung der einzelnen Teile des Rings, jetzt vor allem des Siegfried, so lange verleugnen mußte, wie der König gegen seinen Willen die Partituren an sich ziehen und durch Münchner Aufführungen exekutieren lassen könnte, wozu ihm der von der Kabinettskasse mit Wagner geschlossene Kaufvertrag formell das ausschließliche Recht einräumte. Schreckliche Ahnungen erfüllten im neuen Jahr Wagner, was die bereits abgelieferte Walküre betraf. Am 4. Februar 1870 schrieb er an Schott, »Sie werden's bald erfahren, dass die Sauereien des Rheingold sich nun auch an der Walküre wiederholen sollen.« Die Nachricht, daß die Walküre in München aufgeführt werden sollte, erhielt er vom König erst, nachdem die Vorbereitungen dazu bereits begonnen hatten. Wagner forderte, um wenigstens das Schlimmste zu verhüten, »ein allerhöchster Befehl solle ihn für die Probenzeit nach München berufen und den Intendanten von Perfall für einige Zeit beurlauben.« Ludwig dachte nicht daran. Er war der Ansicht, Wagner selbst habe den Weggang Bülows und die Undankbarkeiten Richters verschuldet, worunter nun die Werke zu leiden hätten, und dafür solle er nun auch büßen. Dieser recht merkwürdigen und durchaus überflüssigen Argumentation bediente er sich in einem Brief an Bülow. Der unausweichliche Zwang, den Ring entweder gänzlich München überlassen oder seine Vollendung künstlich hinauszögern zu müssen, ließ den Gedanken eigener Festspiele in Wagner nun konkrete Gestalt annehmen. Der Name Bayreuth muss öfters gefallen sein, vor allem beim Diktat der Autobiografie, als er sich der ersten Bekanntschaft mit dem idyllisch gelegenen oberfränkischen Städtchen im Jahr 1835 erinnerte. Am 15. Juni beschwor Wagner den König noch einmal, er möge die Walküre für sich allein aufführen lassen, aber das Publikum ausschließen. Ohne Ergebnis. Am 26. Juni ging die argwöhnisch belauerte, gleichwohl gelungene und ungewöhnlich erfolgreiche Uraufführung der Walküre in München über die Bühne. Dirigent war wieder Franz Wüllner, und Karl Brandt leistete Erstaunliches. Insgesamt dreimal kam es hintereinander zu Vorstellungen von Rheingold und Walküre. Johannes Brahms, Josef Joachim Franz Liszt, Karl Glindwort, Camille Saint-Saëns und die anderen unentwegten französischen Freunde besuchten die Aufführungen. Liszt soll bei der Szene Brünnhilde Siegmund unablässig geschluchzt haben. Kein Wunder, er wußte mehr als die anderen alle. Er war ja von Anfang an in die Entstehung des Werks und seine tiefsten Bedeutungen eingeweiht. Der König erschien weder bei der Generalprobe noch zu den ersten beiden Vorstellungen, sei es aus schlechtem Gewissen, sei es aus Menschenscheu oder wegen der Kriegsgefahr. Die Gerüchte über einen bewaffneten Konflikt zwischen Frankreich und Preußen, der auch den Nesfall für Bayern heraufbeschwören konnte, vermehrten sich Anfang Juli und drangen auch in das Schweizer Idyll, wo die aus München zurückkehrenden Franzosen nun keineswegs mehr sehnlich erwartet wurden. Fast sieht es so aus, als wollte Wagner allem entgehen, als er sich mit den Seinen am 10. Juli in die Berge verzog. Es war eine förmliche Karawane, die sich von Hergeschwil zur Besteigung des Pilatus in Bewegung setzte. Richard und Cosima, Hans Richter, Jakob Stocker, ein Student, der die Kinder unterrichtete, die zwei ältesten Mädchen sowie Führer und Träger, ein heiterer Ritt. Und oben empfing sie der erhabene Eindruck der Stille und Einsamkeit. Indessen drangen die Nachrichten über Mobilmachung und Notenwechsel auch hier herauf. Und die Aussicht aufs Berner Oberland und der metallene Glanz der Felsen im nächtlichen Mondschein vermochten die Sorgen nicht zu verscheuchen. In der letzten Nacht konnte Cosima vor Aufregung kein Auge mehr zutun. Und die angekündigte Erklärung der päpstlichen Unfehlbarkeit ausgerechnet in diesem Augenblick klang ihr wie die Schellen einer Narrenkappe. Am fünften Tag stiegen sie wieder in die Ebene hinab, wo Cosima am 18. Juli die Mitteilung erreichte, dass ihre Ehe mit Hans von Bülow in Berlin gerichtlich geschieden worden sei. Es war ein Tag vor Ausbruch des deutsch-französischen Krieges. Cosima behauptete, »Jetzt bekämen die Franzosen für jeden Tag des Tannhäuser, den sie ausgezischt »Di-di-di-di-di-di-di« Am 18. August 1870 schrieb sie auf »Richard hoffe, dass Paris diese Femme entretenue der Welt verbrannt würde.« Der Brand von Paris würde das »Symbol« »Wohlendlichen Befreiung der Welt von dem Druck alles Schlechten« sein. Er wünschte das Bombardement von Paris und fürchtete einen zu frühen Waffenstillstand. Dass er sich mit seinen Hassgesängen in der schlechtesten Gesellschaft befand, störte ihn nicht, oder er wußte es nicht. Der Dichter Karl G. Rock ließ einen Vater zu seinem Sohne sprechen, »Fritz, ungebetet ist man nicht, worauf dem Sohn der Geist gebeut, aufzustehen und die Hände zu falten, »Lieber Gott, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein. Amen.« Es war des deutschen Knaben Tischgebet. Und da endete Wagners Patriotismus am Geschmack. Als er hörte die deutschen Sängen »Die Wacht am Rhein«, wünschte er den Franzosen den Sieg. »Wir sind zu tief gesunken«, rief er aus. Bis zu Tränen erschütterte ihn die Vorstellung, die Deutschen zögen mit diesem Lied in die heilige Schlacht. Nietzsche hatte sich währenddem in die Berge zurückgezogen, um die Erkrankung, die er sich im Sanitätsdienst zugezogen hatte, auszuheilen. Sein Entfernen hatte Nietzsche in Triebschen verschwiegen, was einige Verwunderung bei den Freunden auslöste. Ebenso schwieg er über das ganze Ausmaß seines Abscheus vor dem Krieg, der den dünnen Panzer seiner Haltung sofort zerbrach. Weihnachten wurde er nach Triebschen gerufen. Bevor am Heiligabend die Kerzen am Christbaum entzündet wurden, brachte ihn Wagner aus Luzern mit und es begann eine Woche des vertrautesten Beisammenseins, wie es sich nie mehr wiederholte. Ein Fest der Innerlichkeit bereitete sich vor. Am Morgen des 25. Dezember, Feiertag, Sonntag und Geburtstag in einem, vernahm Cosima, als sie aufwachte, eine Musik von erschütternder, schmerzlicher Süße. Als sie verklungen war, trat Richard mit den Kindern zu ihr und überreichte ihr die Partitur des symphonischen Geburtstagsgrußes, den er am 4. Dezember in aller Heimlichkeit vollendet hatte und der dann den Titel Siegfried-Idyll erhielt. Außerdem »Schlafe, Kindlein, schlafe«, einer Silvester 1868 konzipierten Melodie, verarbeitet das Idyll, eine einsätzige symphonische Dichtung, nur Motive aus Siegfried, einschließlich des am 14. November 1864 notierten Münchner Themas. Es wurde eine Liebesmusik von Innigkeit und fast privater Zartheit, die für Konzertsäle zunächst wenig zu taugen schien, obwohl sie für großes Orchester und nicht für die kleine Streicher-Bläser-Besetzung bestimmt war, die sie uraufführte. Wagner hat das Idyll im Dezember 1871 in Mannheim auch sofort in stärkster Besetzung durchgenommen. Aber lange Zeit wollte er die Cosima gewidmete Trippchener Treppenmusik, wie die Kinder sie nannten, gar nicht in Druck und an die Öffentlichkeit geben, und Cosima empfand es als ein Opfer, als es aus finanziellen Gründen dann doch geschah. Nietzsche feierte das Idyll noch, als er von der Musik Wagners sonst nichts mehr gelten ließ, sondern nur noch das Schwebendste. Eine Musik, die heiter und tief ist wie ein Nachmittag im Oktober. Am 14. Januar 1871 sagte Wagner, er habe wohl Lust, eine Geschichte des deutschen Wesens zu schreiben. Er hat sie nicht geschrieben, aber er hat sie in seinem Jahrhundert durchlebt, bis in alle Verfallenheiten. Er ließ nichts aus. Im Januar verfasste er ein Gedicht an das Deutsche her vor Paris und reimte, die Deutsche Wacht, da steht sie nun in Frankreichs eitlem Herzen, von Schlacht zu Schlacht, vergießt ihr Blut sie unter heißen Schmerzen, mit stiller Wucht, in frommer Zucht, vollbringt sie nie geahnte Taten. Das klang ganz nach Beckmessers Hohl Gold und Frucht, Bleisaft und Wucht. Auch Wagner sang jetzt falsch, nicht jeder Text passte zu jeder Melodie. Das Gedicht ließ er durch Lothar Bucher, Lasalls Freund und Nachlassverwalter, der inzwischen vortragender Rat im preußischen Außenminissen, Minissen, 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 Minissen war, Otto von Bismarck überreichen. Dieser antwortete am 21. Februar 1871, so sehr ich mich geehrt fühle, dass sie dieses vaterländische Gedicht, wie mir gesagt wird, für mich allein bestimmen, so sehr würde ich mich freuen, es veröffentlicht zu sehen. Wagner nahm es daraufhin 1873 in den neunten Band seiner Schriften auf. Inzwischen war am 18. Januar 1871 Wilhelm I. in Versailles zum deutschen Kaiser proklamiert worden. Bereits im November 1870 hatte der bayerische König Ludwig II. das von Bismarck vorbereitete Dokument unterzeichnet, mit dem der preußische König aufgefordert wurde, die Kaiserkrone anzunehmen. Die Umstände waren würdelos. Ludwig II. hat sich diesen Entschluß von Bismarck mit viel Geld abkaufen lassen. Das Reich war geschaffen. Würde es von der Ordnungsmacht Preußen beherrscht, die Erwartungen an eine deutsche Nationalkultur überhaupt einlösen können? Wagner lebte jetzt, ohne eine tiefe Skepsis in sich betäuben zu können, den schönsten Hoffnungen auf den deutschen Geist. Der musikalische Zauberer von Trebschen komponierte auf den Kartettschenprinzen des Jahres 1848-49 den schwachsinnigen Monarchen, wie Wagner den preußischen König noch 1866 genannt hatte, einen Kaisermarsch, dessen hohler Pomp ihn selbst widerlegte. Das ist das Schicksal von Künstlern, die sich längst extrem überschritten haben. Wenn einer Wagner parodierte, traf er immer den Wagner des Kaisermarsches. Mit der Benutzung von Luthers »Ein feste Burg« zeigte er auch gleich noch den Ultramontanen, woran sie mit ihm waren. Für den beliebe »Hiebe, hiebe, 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 hiebe« sollte, machte er seinen Kindern Ende 1871 einen neuen Text »Heil, heil der Mutter, unserer Mama«, welchen die Mädchen zu Cosimas Geburtstag aufmarschierend schön vortrugen. Der kleine Fidi sang bei Tisch »Heilkuchen«. Der Anarchist und Föderalist Wagner, der im Ring des Nibelungen sein Urteil gegen die Macht längst gefällt hatte, der Herold des Deutschen Bundes und der Sänger des Königs, der Revolutionär und Verfasser stramm patriotischer Verse, dieser Mann war eigentlich weder ein politischer Einpeitscher noch ein Opportunist, sondern ein verhinderter Erlöser. Lohengrin der Zweite, »Der sich einer Welt verbinden will, in dir nicht gehört.« Es fehlte ihm dazu an Geschick. Man nahm seinen Rat auch gar nicht an. Als er in Berlin vorschlug, zur Heimkehr des siegreichen Heeres eine Feiermusik zur Ehrung der Gefallenen zu komponieren und bei dem erhabenen Vorgang zur Aufführung zu bringen, wurde ihm geantwortet, man wünsche beim Einmarsch der Truppen keine peinlichen Eindrücke noch besonders zu arrangieren. Außerdem bedeutete ihm ein Redakteur der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung, er solle nicht glauben, daß er den deutschen Geist für sich gepachtet habe. Er ließ alles auf sich beruhen und wandte sich wieder der Siegfried-Partitur zu, die kurz vor der Vollendung stand. Am 2. Februar teilte ihm der Hofsekretär von Duflipp aus München mit, es sei in letzter Zeit davon die Rede gewesen, ob nicht in diesem Jahre der Siegfried zur Aufführung gebracht oder wenigstens vorbereitet werden könnte, diese Anregung werde Wagner gewiß beunruhigen, meinte Duflipp, er müsse sie gleichwohl vorbringen, da es ihm befohlen worden sei. Wagner war fest entschlossen, es nicht dazu kommen zu lassen. Er gab sie jedoch nicht aus der Hand. Mit großer Offenheit bekannte er am 1. März dem König, ihn erfülle das schmerzliche Gefühl eines Vaters, dem man sein Kind entrissen, um es der Prostitution preiszugeben. Rheingold und Walküre könnten ihm nun nichts mehr anderes sein als besudelte Fratzen, was eine vom Zweck eingegebene Übertreibung war. Er weihte Ludwig den Zweiten in die Absicht ein, den Plan eigener Bühnenfestspiele nunmehr öffentlich darzulegen. Im günstigsten Fall könne hierdurch ein deutsches Nationalunternehmen ins Leben gerufen werden, dessen Leitung natürlich mir gänzlich allein nur in die Hände gelegt werden darf. Mir gänzlich allein nur. Auf diese Verdoppelungen antwortete der König nicht, genehmigte aber eine Zusammenkunft zwischen Duflipp und Wagner, die am 15. April in Augsburg stattfand. Es war Wagners erste Reise ins Reich. Sie dauerte genau einen Monat und Cosima begleitete ihn. Der freundliche Duflipp, der Wagner gewogen war und stets zwischen alle Fronten geriet, brachte die trostlose Nachricht, dass der König daran gedacht habe, die beiden ersten Akte von Siegfried aufzuführen, da der dritte nicht fertig sei. Wagner antwortete, eher würde er seinen Siegfried verbrennen, als ihn so hinzugeben, und Duflipp reiste am nächsten Morgen unverrichteter Dinge ab. Am Montag, dem 17. April, erreichten sie um 5 Uhr nachmittags Bayreuth und hatten von der Stadt, die 17.000 Einwohner zählte, einen denkbar günstigen Eindruck, auch wenn Wagner gleich in der ersten Nacht mit Schüttelfrost aufwachte und der Arzt Dr. Landgraf ins Hotel zur Sonne gerufen werden mußte. Am Mittwoch besichtigten sie das von Bibiena erbaute markgräfliche Opernhaus in der Stadt Mitte, fanden es aber für eine Rinaufführung zu klein und ungeeignet. Da die Eigentümlichkeit und Lage der Stadt seinen Wünschen aber entgegen kamen, faßte Wagner den Entschluß, sich hier niederzulassen, und nahm auch schon ein mögliches Grundstück für ein Festspielhaus in der Nähe des Hofgartens in Augenschein, das sich dann aber als zu tief liegend erwies. Offizielle Verhandlungen fanden noch nicht statt, aber die Bayreuther Bevölkerung geriet in Aufruhr. Dann traten Wagners die Weiterreise nach Leipzig an, wo der Wirt des Hotel de Prus das Königszimmer reserviert und Treppen und Vorseele wie zum Empfang eines Fürsten mit Lorbeerbäumen, Blumen und Girlanden geschmückt hatte. Wagner nahm im Stadttheater an einer Probe des Kaisermarsches teil, wartete aber das bevorstehende Konzert nicht ab, sondern begab sich am 22. April mit Cosima nach Dresden. Die Reise führte weiter nach Berlin, wo die praktische Durchführung des Festspielunternehmens erörtert wurde. 300.000 Taler mußten aufgebracht werden, ein Drittel davon für den Bau, ein Drittel für die technische Einrichtung, die Ausstattung und die Dekorationen, ein Drittel für die Künstler und das übrige Personal. Dieser Betrag sollte durch den Verkauf von 1.000 Patronatsscheinen zu je 300 Taler einkommen. Mit 100 Talern war das Anrecht auf einen Freiplatz verbunden. Die vorläufige Geschäftsführung des Patronats wurde dem jungen K. Tausig übertragen, dem ebenso bezaubernden wie launisch-wetterwendischen Lockenkopf, dessen Reiz jedermann erlag, die Frauen zu mal. Nur Bülow fühlte eine tiefe Abneigung gegen Tausigs Charakter, während er ihn als Pianisten für so außerordentlich hielt, daß er ihn so gar neben List stellte, wenn nicht darüber. Im Juli reiste Tausig schon krank nach Leipzig, und dort erlag er, bis zuletzt von der Gräfin Krokko und Marie von Muchanoff rührend gepflegt, noch vor Vollendung seines 30. Lebensjahres dem Typhus. Ein schwerer Schlag, der die Organisation gleich zu Anfang traf. Und hätte nicht Marie von Schleinitz, die Frau des preußischen Hausministers, einfallsreich und energisch für Wagner geworben und sich an die Spitze der Berliner Patronatsbewegung gesetzt, Bayreuth wäre vermutlich nie zustande gekommen. Lothar Bucher, der mit den jungen Bülows in deren Berliner Zeit befreundet gewesen war und Cosima die Treue hielt, hatte Wagner eine Einladung Bismarcks vermittelt. Von dem Abend im Familien- und Freundeskreis Bismarcks am 3. Mai, der mit Parlamentsklatsch endete, kam Wagner im Ganzen befriedigt zurück. »Eine einfache Natur habe sich ihm dargestellt«, erzählte Wagner. »Wie er dem Kanzler seine Verehrung bezeugt, habe Bismarck gesagt, »das Einzige, was ein Verdienst genannt werden kann, ist, dass ich ab und zu eine Unterschrift erlangt habe.« Dann »Ich habe nur in der Krone das Loch ausfindig gemacht, durch welches der Rauch durchkann.« Wagner war entzückt von der Offenherzigkeit und Liebenswürdigkeit des Kanzlers. Keine Spur von Zurückhaltung, eine leichte Sprache, die herzlichste Mitteilsamkeit, alles Vertrauen und Sympathie einflößend. »Aber wir können uns nur gegenseitig beobachten«, meinte Wagner, »jeder in seiner Sphäre. Mit ihm etwas zu tun haben, ihn für mich zu gewinnen, meine Sache zu unterstützen, ihn zu bitten, käme mir nicht bei. Aber die Begegnung bleibt mir von höchstem Wert. Bismarck soll zu Lothar Bucher gesagt haben, ihm sei noch nie so viel Selbstbewusstsein begegnet. Das konnte auch heißen, der Mann sei wohl ein wenig eingebildet.« Am 5. Mai kam es zu dem Konzert vor dem Kaiserpaar mit dem »Kaisermarsch«, der Symphonie Nr. 5 in C-Moll von Beethoven, und Ausschnitten aus »Lohenkrien und der Walküre«. Ein Sturm des Entzückens brach im Konzertsaal los und erneuerte sich mehrmals. Es gab Blumen über Blumen. Auf der Rückreise schrieb Wagner an Düflip, »Das Verhalten des Königs von Bayern trage das Schmerzliche einer Entfremdung an sich«, und gleichsam, um ihn zu strafen und sich selbst festzulegen, kündigte Richard Wagner am 12. Mai von Leipzig aus die ersten Bühnenfestspiele für 1873 an und bestimmte nun auch öffentlich Bayreuth zum Festspielort, ohne vorher mit irgendjemandem Rücksprache genommen zu haben. In Darmstadt gelang es, Karl Brandt für die technische Einrichtung des zu erbauenden Festspielhauses zu gewinnen. Dann reisten sie nach Heidelberg weiter, um vor der Rückkehr nach Triebschen einen Ruhetag einzulegen. Bei einem abendlichen Spaziergang fanden sie in der Nähe der Neckarbrücke ein Kasperltheater, und angelockt von lautem Gelächter stellten sie sich unter die Zuschauer. Sie waren gefesselt von dem Volkswitz des Puppenspielers, und Wagner gab der Geldsammelnden Frau einen Gulden. Was die unerschöpfliche Fantasie des Puppenspielers derart anstachelte, dass er die Vorstellung erst gegen 10 Uhr schloss, Kasperle erschien am Ende im Heroldsmantel und meldete, Jetzt wird nicht mehr geguckt. Warum? Weil? Die Lichter werden ausgespuckt. Der Abend zählte zu den schönsten Erlebnissen ihrer Reise, und in dem Aufsatz »Über Schauspieler und Sänger« widmete ihm Wagner im Herbst 1872 einen Abschnitt, in dem es heißt »In dem Spieler dieses Puppentheaters und seinen ganz unvergleichlichen Leistungen, mit denen er mich atemlos fesselte, während das Straßenpublikum in seiner leidenschaftlichen Teilnahme an ihm alle gemeinen Lebensverrichtungen zu vergessen schien, ging mir seit undenklichen Zeiten der Geist des Theaters zuerst lebendig wieder auf. Es war, als wollten sich die Erlebnisse, die Zeitumstände und die bevorstehende Ringvollendung endlich einmal sinnreich zusammenfügen. Und sogar Bayerns König Ludwig II. rief Wagner am 26. Mai zu »Gottvoll ist ihr Plan bezüglich ihres in Bayreuth aufzuführenden Nibelungenwerkes«, »Aber an Duflip hatte er am 19. April wieder einmal das genaue Gegenteil geschrieben, der wagnerische Plan missfällt mir sehr.« Anfang April 1871 hatte Nietzsche von Lugano kommend in Triebschen aus »Ursprung und Ziel der Tragödie« vorgelesen und an Wagner eine gewisse Enttäuschung und Verwunderung wahrzunehmen, geglaubt, dass die Schrift nicht auch seine Kunst behandelte. Nietzsche fürchtete eine ernstliche Verstimmung, zu der es nicht kommen sollte, und um den Preis unter seinen Kollegen als unwissenschaftlich zu gelten, war er entschlossen, den allerdeutlichsten Hinweis auf Wagner einzuarbeiten und den Titel noch einmal zu ändern. Im Mai verbreiteten sich in der Schweiz Gerüchte über den Brand des Louvre, und Nietzsche war darüber sehr erschüttert. Als er am 28. Mai Triebschen besuchte, sagte er, »Dass für den Gelehrten die ganze Existenz aufhöre bei solchen Ereignissen.« Was Wagner nicht gelten lassen wollte. Nietzsche hatte seine Schwester Elisabeth mitgebracht. Sie unternahmen einen Ausflug in zwei Wagen und gingen abends den malerischen Weg am See entlang. Die Sonne versank glutrot, und der Mond stand fahl an einem blassblauen Himmel über dem See. So würde es bald nicht mehr sein. Und eine Ahnung von Abschied überkam sie alle. Elisabeth Förster Nietzsche erzählte noch mit 80 Jahren ihrer Großnichte in Weimar von diesem einzigartigen Tag am Vierwaldstätter See. Cosima trug ein rosa Kaschmirgewand mit breiten, echten Spitzenaufschlägen und einem großen Florentinerhut mit einem Kranz aus rosa Rosen. Das ergab den eigenartigsten Gegensatz zu dem riesigen schwarzen Neufundländer, der sie begleitete. Wagner habe angeblich ein niederländisches Malerkostüm getragen, einen schwarzen Samtrock, schwarze Atlas-Kniehosen, schwarzseidene Strümpfe und eine lichtblaue Atlas-Krawatte, dazu ein Hemd aus feinem Leinen mit echten Spitzen und das Künstlerbarrett auf den damals noch üppigen braunen Haaren. Zwischen 24. Juni und 25. Oktober 1871 entstand der zweite Akt der Götterdämmerung vom 5. Juli bis 19. November, die Orchesterskizze. Es ist Hagens Akt, das große Verratsstück des Rings, das schwärzeste, was er jemals komponierte, und von unfehlbarer Operndramatik. Es beginnt mit Alberichs »Schläfst du, Hagen, mein Sohn?« In Bayreuth spielte er einmal die Szene zwischen Alberich und Hagen am Flügel und freute sich des Eindrucks, den sie machen würde. »Das wird wirken, wie wenn zwei seltsame Tiere miteinander sprechen. Man versteht nichts, und alles ist interessant.« Das war opernhaft, und was daran das Opernhafte war, wurde vom Ausdruckskünstler Wagner noch vertieft. Zuweilen sprang der Funke des Einfalls während der Arbeit am zweiten Akt der Götterdämmerung auch schon in den dritten über. »Ich habe einen griechischen Chor komponiert,« rief er am Morgen des 29. September aus, »aber einen Chor, der gleichsam vom Orchester gesungen wird. Nach Siegfrieds Tod während des Szenenwechsels. Es wird das Siegmund-Thema erklingen, als ob der Chor sagte, er war sein Vater, dann das Schwertmotiv, endlich sein eigenes Thema. Da geht der Vorhang auf, Gut Rune tritt auf, sie glaubt, sein Horn vernommen zu haben. Wie könnten jemals Worte den Eindruck machen, den diese ernsten Themen neu gebildet hervorrufen werden? Dabei drückt die Musik stets die unmittelbare Gegenwart aus. Erschlagenes Leben, mächtig heraufgeführte Erinnerung anlässlich der Heldentragödie und zugleich ihre Travestie im taumelnden Geschmetter auf der Quarte, Siegfrieds Vergangenheit und Bestimmung und die von Ehrlosigkeit vergiftete Trauer um ihn. Wagners Technik war vollkommen, die Orchestermelodie vermochte nun alles allein auszudrücken. In dieser letzten Ausformung der in Musik erzählten Tragödie war mit Siegfrieds Trauermusik der eigentliche Ringschluß bereits vorweggenommen. Je zügiger er sich jedoch in der Skizze dem Ringende zubewegte, um so tiefer stimmte ihn die noch immer nicht abgewendete Gefahr herab, die sich aus den Rechten des Königs an seinem Werk ergab. Am 20. Juli fand Cosima ihren Mann in Tränen über den König, der alles gewußt, alles mitempfunden und ihn dann so preisgegeben habe. Zum Geburtstag am 25. August bekam der König nur den Klavierauszug des Siegfried, nicht die Partitur, damit keine Stimmen ausgezogen werden konnten, was ihn aber trotzdem hätte darüber belehren müssen, daß das Werk entgegen allen anderslautenden Versicherungen vollendet war. Ludwig Skroll war derart groß, daß er den Begleitbrief zerriß. Als er sich nach vier Monaten endlich für das Geschenk bedankte, fügte er den Satz hinzu, »O, möchten Sie nun auch in der Tat für immer sich in meinem Lande wohnlich niederlassen und nie fremden Anerbietungen geneigtes Gehör schenken!« Was nur seine Angst verriet, Wagner könne sich doch noch Preußen zuwenden und er, Ludwig, ihn auf diese Weise für immer verlieren. Diese Angst war indessen ganz überflüssig. Am 1. November 1871 wandte sich Richard Wagner an den Bayreuther Gemeinderatsvorsitzenden Friedrich Feustel, gab ihm seine Festspielabsichten bekannt und begründete, warum seine Wahl gerade auf Bayreuth gefallen war. Der Ort sollte keine Hauptstadt mit stehendem Theater, auch keiner der frequentesten großen Badeörter sein, welche gerade im Sommer mir ein durchaus ungeeignetes Publikum zuführen würden. Er sollte dem Mittelpunkte von Deutschland zugelegen und ein bayerischer Ort sein, da ich zugleich an eine dauernde Übersiedlung für mich dabei denke und diese im Fortgenuß der vom Könige von Bayern mir erwiesenen Wohltaten nur in Bayern zu treffen für schicklich finden muss. Er stieß mit seinem Ansinnen auf ganz erstaunliche Männer. Nur eine Woche später, am 7. November, wurde der Bayreuther Gemeinderat ermächtigt, dem Komponisten Wagner, von dem die Stadtväter noch keine einzige Note gehört hatten, ein Grundstück für die Errichtung eines Festspielhauses zur Verfügung zu stellen. Am 14. Dezember reiste er nach Bayreuth und besichtigte am nächsten Tag den von der Stadt vorgesehenen Bauplatz am Stuckberg in St. Georgen. Auf der Rückreise machte er in Mannheim Station. Dort hatte im Sommer der Musikalienhändler Emil Heckel den ersten lokalen Richard-Wagner-Verein gegründet, dem viele folgen sollten. Die Mannheimer hatten Wagner zu einem Gründungskonzert gebeten. Cosima kam ihm am 17. Dezember aus Basel entgegen, einen Tag später traf auch Nietzsche in Mannheim ein. Zurück reisten sie mit dem Karlsruher Kapellmeister Hermann Levy, dessen Können bereits Nietzsche gerühmt hatte und der Wagner dadurch angenehm in Erinnerung geblieben war, dass er es abgelehnt hatte, in München anstelle Richters zu dirigieren. Der von Statur ungewöhnlich kleine, stille und introvertierte Levy war der Sohn eines Rabbiners. Er hatte den unbeholfenen Charme und die wache, unredselige, Intelligenz großer Musiker und weckte durch seine Zurückhaltung und sein empfindsam grüblerisches Gesicht, das von einem mächtigen Vollbart umgeben war, Wagners Interesse. Als er ausgestiegen war, sagte Wagner, dass er den Kapellmeister schon deshalb respektiere, weil er sich kurzweg Levy nenne, nicht Löwe oder Levin oder dergleichen. Den Abend verbrachten sie in Basel mit Nietzsche und Fritz Brockhaus, dem Neffen. Wagner erzählte von Bayreuth. Die Grundsteinlegung des Festspielhauses sei auf den 22. Mai 1872 festgelegt. Das Terrain erhalte er von der Stadt geschenkt. Der Bürgermeister Theodor Muncker habe Cosima und Fidi hochleben lassen. Das wird unsere Schöpfung, sagte Wagner zu Cosima. Du wirst die Markgräfin von Bayreuth. Nietzsche wurde von dem Mannheimer Konzerterlebnis in seinen Kunstanschauungen noch bekräftigt. Was sind alle sonstigen künstlerischen Erinnerungen und Erfahrungen gemessen an dieser allerletzten, heißt es in einem seiner Briefe. Mir ging es wie einem, dem eine Ahnung sich endlich erfüllt. Denn genau das ist Musik und nichts sonst. Und genau das meine ich mit dem Wort Musik, wenn ich das Dionysische schildere. Und nichts sonst. Am 2. Januar 1872 sandte Nietzsche das noch ungebundene Vorausexemplar des Buches, das jetzt »Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik« hieß, als ein gutes und freundliches Wahrzeichen. In Triebschen herrschte große Begeisterung. Wagners Gegenliebe zu diesem begabten Schriftsteller wuchs jetzt über jeden Eigennutz hinaus, daß er das noch erleben durfte. Alles schien einem Höhepunkt zuzustreben, einer Vereinigung von Geistern, wie sie die Neuzeit noch nicht gesehen hatte. Viele Gedanken, die Wagner gewiss in seinen Gesprächen lebhafter ausgedrückt hatte als in seinen Kunstschriften, und er hatte ja doch seit 1847 eine lebendige Vorstellung des attischen Tragödientags, fanden sich in dem sublimen Sprachwerk Nietzsches überhöht und vergeistigt wieder. Die Triebschener Begegnungen ließen in Nietzsche Ende 1871 auch den Planreifen, sich gänzlich dem Wagner-Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Als Emil Heckel in Mannheim auf den Gedanken verfiel, es sollten in allen größeren Städten Werbevorträge für Bayreuth gehalten werden, bot Nietzsche dem Freund Rode seinen Lehrstuhl an. Ich selbst nämlich will den nächsten Winter herumziehen im deutschen Vaterland, das heißt eingeladen von den Wagner-Vereinen der größeren Städte, um Vorträge über die Nibelungenbühnen-Festspiele zu halten. Wagner riet davon ab. Anstatt als Wanderprediger durch die Lande zu ziehen, solle Nietzsche lieber von seiner Position als Professor der Philologie aus den Kampf gegen das Erziehungswesen der Zeit beginnen. Ich habe mit Wagner eine Allianz geschlossen, schrieb Nietzsche am 28. Januar 1872. Wagner hat zu Beginn dieses Jahres des Opfer Nietzsches seine Laufbahn aufzugeben und der Ideologe des Zukunftskunstwerks zu werden entschieden abgelehnt. Das Bayreuther-Unternehmen drohte noch einmal vollkommen zu scheitern, als am 8. Januar Friedrich Feustel und Bürgermeister Munker überraschend in Triebschen erschienen und Wagner mitteilen mußten, dass der Besitzer des vorgesehenen Grundstücks am Stuckberg in St. Georgen eine Abtretung an die Stadt abgelehnt hatte und stattdessen ein anderes Grundstück unterhalb der Bürgerreuth gelegen ausgewählt worden war. Wagner war über diese Anfangsschwierigkeit so verstimmt, dass er jede weitere Verhandlung ablehnte. Es bedurfte nach Munker der ebenso liebenswürdigen wie klugen Zureden Cosimas, damit es nicht zum Bruch kam. Nach einem Abstecher nach Berlin, wo sich die Patronatsbewegung in einem völlig desolaten Zustand befand, besichtigte Wagner am 1. Februar in Bayreuth das vorgeschlagene Grundstück, das ihm sofort als noch besser geeignet erschien. Achtzehneinhalb Tagwerk, auf mäßig ansteigender Höhe, mit dem Blick auf das Panorama der Stadt und den Sophienberg, gut erreichbar und doch fern der Innenstadt. Sogleich erwarb er für 12.000 Gulden auch das Grundstück für Haus Warnfried am Hofgarten und ließ Fäustel und Munker den Verwaltungsrat der Festspiele gründen, mit dem eine Zentralstelle für die noch steuerlos arbeitenden Wagner-Vereine geschaffen wurde. Am 22. April 1872 brach Richard Wagner wieder nach Bayreuth auf. Drei Tage später kam Nietzsche zu seinem letzten Besuch nach Triebschen, betrübt, den Pater Seraphicus nicht mehr anzutreffen. Cosima ordnete Papiere, räumte weg, man saß zwischen gepackten Koffern und Kisten, der Hund fraß nicht, die Dienerschaft schluchzte, es war trostlos. In diesem Augenblick wußte Nietzsche, was zu Ende ging. Diese drei Jahre, die ich in der Nähe von Triebschen verbrachte, in denen ich 23 Besuche dort gemacht habe, was bedeuten sie für mich? schrieb er an Karl von Gerstorf. Fehlten sie mir? Was wäre ich? Ich bin glücklich, in meinem Buche mir selbst jene Triebschener Welt petrifiziert zu haben. Franken, letzte Station, noch nicht letzte Adresse. Richard Wagner bezog zunächst in Dondorf südwestlich Bayreuth an der Straße nach Bamberg gelegen das Hotel Fantasie. Das Anwesen gehörte dem Herzog Alexander von Württemberg und öffnete sich gleich hinter dem Haus in einen weitläufigen Schlosspark. Am 30. April traf nach einer beschwerlichen Fahrt auch Cosima mit den Kindern in der Traum- und Zauberwelt der alten markgräflichen Anlage ein. Pfauen erfüllten den Park mit ihren wilden Schreien. Es war ihr, als sei es eine noch vollständigere Abgeschiedenheit als auf Triebschen. Einen Tag zuvor hatten die Erdarbeiten am Festspielhaus begonnen, gleichzeitig mit dem Bau des Siegesturms, den die vaterländisch gesinnten Oberfranken zur Erinnerung an die Gefallenen des deutsch-französischen Krieges unweit der Bürgerreuth auf der bewaldeten Höhe errichteten. Die Pläne für das Festspielhaus waren unter Berücksichtigung von Sempers Ideen mit Karl Brandt und dem Leipziger Architekten Otto Brückwald seit letztem August in allen Einzelheiten ausgearbeitet worden. Der Darmstädter Maschinenmeister Brandt überraschte Wagner dabei durch Einfälle, die er dem Architekten angab. So war das nochmals vorgerückte Proszenium eine Inspiration Brandts, die nach Ansicht Wagners der ganzen Idee des inneren Theaters wirklich die Krone aufsetzte. Sie erzeugte die Illusion eines bruchlosen Übergangs vom Saal zur Bühne. Wagner hatte jetzt nur kurze Gelegenheit, mit Brandt und Brückwald zu konferieren und die wackeren Stadtväter zu begrüßen. Dann reiste er mit Cosima nach Wien, um ein Konzert im Wagner-Verein zu dirigieren. Er wohnte bei Dr. Standhartner und lernte in diesen Tagen auch den Maler Hans Mackhart und die letzte adlige Marie im Figurenkabinett seines Lebens kennen, die bildschöne, erst 24-jährige Gräfin Marie Dönhoff, eine geborene Principessa di Campo Reale, in erster Ehe verheiratet mit dem ersten Sekretär der deutschen Botschaft in Wien, in zweiter Ehe mit Bernhard Fürst von Bülow, dem späteren deutschen Reichskanzler. Sie wurde eine eifrige Förderin von Bayreuth. In Wien, wo er einst so unglücklich gewesen war, wurden ihm diesmal Ovationen in einem Ausmaß dargebracht, dass es ihn in Verlegenheit setzte und er sich weitere Huldigungen seitens der Musiker und Studenten verbat. Bereits in der ersten Probe gerieten Helmes Bergers Konservatoriumsschüler aus dem Häuschen. Abends allerdings, als Wagner sich im neuen Opernhaus am Ring seinen Rienzi ansah, stand er während der Overtüre vor Wut über die Trompeten auf und ging Eis essen. Und nachdem er sich die ganze Aufführung über im Hintergrund der Loge vor dem Publikum verborgen hatte, ließ er danach im Kreis seiner treuen Wagnerianer gegenüber Kapellmeister Herbeck an den Darstellern und an der Inszenierung kein gutes Haar, so dass alles bestürzt und verstimmt war. Auf dem Programm seines Konzerts standen Beethovens Eroika, die Pariser Venusbergmusik, das Tristan-Vorspiel und aus der Walküre Wotans Abschied und Feuerzauber. Die Wiener Volksschauspielerin Josefine Gallmeier war in der Probe von Wagners Kunst so erschüttert, dass sie unter Tränen gelobte, nie mehr in Nestreus' Tannhäuser-Parodie auftreten zu wollen. Zum Mittagskonzert am Sonntag, dem 12. Mai, fanden sich auch die Großfürstin Helene von Russland aus Berlin-Marie von Schleinitz sowie zahlreiche Vertreter der österreichisch-ungarischen Aristokratie ein, darunter der ungarische Politiker Andraschi und Fürst Lichtenstein. Während der Beifallsstürme wurden Lorbeerkränze auf die Bühne geworfen und in den Feuerzauber zuckten, wie verabredet, Blitze aus dem Wiener Himmel, so dass er in seiner Dankrede nicht verfehlte, sie als mythisch vorbedeutend für sein Festspielunternehmen auszulegen. Den Wiener Freunden und Kritikern schien Wagner unverkennbar gealtert. Grau hatte sich in sein Haar gemischt. Ludwig Speidel nannte seine Magerkeit eine Transzendentale und fand in seinen Zügen präge sich noch stärker der Doktrinär, der sächsische Schulmeister aus. Überraschend rühmte Eduard Schelle die Energie eines Mannes, der ideellen Spekulationen lebt in einer Zeit, da die Börsenspekulation die Welt regiert, ohne mit diesem unerhört treffenden Wort Wagner mit der Presse versöhnen zu können. Denn zur Grundsteinlegung in Bayreuth lud er die Journalisten gar nicht erst ein. Unklugerweise. Anfragen beantwortete er schon in Wien abschlägig. Bei den Vorbereitungen für die Feier der Grundsteinlegung zeigte sich zum ersten Mal eine organisatorische Kalamität, mit der Bayreuth lange nicht fertig werden sollte. Wie kann eine ungerüstete Kleinstadt so viele und so anspruchsvolle Gäste mit einem Mal unterbringen und verpflegen? Annähernd tausend Musiker, Sänger und Gäste waren zu betreuen. Um die eintreffenden Scharen am Bahnhof nicht hilflos sich selbst zu überlassen, wurden Turnverein und Feuerwehr zu den Zügen beordert. Und zeitweilig reichten im Ort die Fuhrwerke nicht aus. Von einigen Mitwirkenden waren im letzten Augenblick Absagen gekommen, so daß der Universalmusiker Hans Richter nicht nur die Chorrepetition, sondern einmal die zweite Trompete, dann die Triangel im Kaisermarsch und im Schlusssatz der neunten Symphonie sogar die Pauke übernehmen mußte. Bei den Proben stellte sich heraus, daß Johanna Jachmann-Wagner, Richards Nichte, die mit Beetz Niemann und Marie Lehmann zu den Solisten gehörte, ihre Partie nicht konnte und ihr auch stimmlich nicht mehr gewachsen war. Unter den ersten Gästen, die am Pfingstsonntag, dem 19. Mai in Bayreuth eintrafen, waren Nietzsche, Gerstorff, Alexander Ritter, Porges, Cornelius und die Gräfinnen Grokko, Schleinitz und Dönhoff. Obwohl Cosima gemeint hatte, ihr Vater werde nicht kommen, hatte Wagner auch Franz List eingeladen. Du warst der Erste, der durch seine Liebe mich adelte. Zu einem zweiten, höheren Leben bin ich ihr nun vermählt und vermag, was ich nie allein vermocht hätte. So konntest du mir alles werden, während ich dir so wenig nur bleiben konnte. Wie ungeheuer bin ich so gegen dich im Vorteil. Es war ein bewegender, tiefmenschlicher und beschwörender Zuruf, alles Trennende zu vergessen und herbeizueilen. List antwortete sichtlich angerührt und mit herzlichen Freundeswünschen, deutete jedoch an, er sei durch Rücksichten gebunden, fernzubleiben. Das Wiedersehen fand erst im September in Weimar statt, und dort hatte Cosima viel Grund, über des Vaters Seelenmüdigkeit und Lebenstragik zu weinen. Während der Bayreuther Probentage gesellten sich unter das Festpublikum auch der mit Hans von Bülow und Cosima befreundete Kladderadatsch-Redakteur Ernst Dohm aus Berlin, Nietzsches Jugendfreund Gustav Krug, zu dessen Gunsten Elisabeth Nietzsche auf eine Karte verzichtet hatte, aus Kiel Professor Rode und aus Florenz die Treue mal wieder von Meisenburg, die endlich Nietzsche kennenlernen wollte und erwog, sich für immer im stillen Bayreuth niederzulassen. Der König, der noch im März zu Wagners Kummer die Herausgabe der Siegfried-Partitur angemahnt hatte, sandte eine hochherzig-pathetische Adresse, die in den Grundstein eingemauert wurde. Am 22. Mai stapfte die Festgemeinde bei regnerischem Wetter durch den aufgeweichten Lehmboden hinauf auf den Hügel, und um elf Uhr begann der festliche Akt mit Blasmusik und Segenssprüchen. Wagner war leichenblass und hatte Tränen in den Augen. Das Festkonzert mit Kaisermarsch und Beethovens neunter Symphonie fand erst nachmittags um fünf Uhr statt. Dass Cosima dem Wink Wagners folgte und auf der Bühne Platz nahm, wurde ihr von Hans von Bülow, als er es erfuhr, sehr verübelt. Um sieben versammelte sich die Festgemeinde zum Bankett in der Sonne, wo für dreihundert Personen gedeckt war, und in zwei nahegelegenen Gaststätten. Wagner hielt eine schwungvolle Rede auf den König von Bayern, der Kaiser und das Reich kamen nicht darin vor. Halb zehn gingen Beetz und Niemann aus gekränkter Eitelkeit ins Bett, sie hatten wohl keinen Platz gefunden an der Prominententafel. Dies wurde ein weiteres schweres Erbe für Bayreuth. Jeder wollte hier privilegiert sein unter den Privilegierten, näher am Gral und zum inneren Kreis der Eingeweihten zählen. In den späten Abendstunden verließ Wagner seine Freunde und mischte sich unter das Künstlervolk. Vom 15. bis 21. Oktober weilte Franz Liszt zu Besuch in der Dammallee sieben, und es kam zu neuen Kümmernissen. Er gestand seiner Tochter, die Fürstin Wittgenstein quäle ihn, er solle Wagners Einfluss fliehen, künstlerisch wie moralisch, und Cosima nicht wiedersehen. Sie hätten einen moralischen Mord an Bülow verübt. Schon die Erwähnung dieses Themas weckte Wagners Zorn. Liszt's Tragik lag zweifellos darin, daß er es weder über sich brachte, sich von der Fürstin zu trennen, noch bereit war, Cosima aufzugeben, selbst angesichts ihres bevorstehenden Übertritts zum Protestantismus nicht. Am 31. Oktober 1872 wurde sie in der Sakristei der Stadtkirche von Bayreuth evangelisch eingesegnet. Und der Akt ergriff ihr religiöses Empfinden tiefer als die Trauung in Luzern. Auch nach der Konversion blieb ihr eine Neigung zu katholischem Mystizismus und katholische Verdienstlehre, ein Hang zur heiligen Verehrung und zum Feiern von Namenstagen. Und die Predigten der biederen fränkischen Pfarrer waren für sie eine herbe Enttäuschung. Daß sie umgekehrt ihren Mann katholisiert und in ihren Mystizismus eingesponnen habe, gehört zur Legende. Er hat sie mehr als einmal verspottet. Und niemandem zuliebe hat er seine Überzeugungen geändert, nicht einmal seine fragwürdigsten. Zu Wagners 60. Geburtstag am 22. Mai 1873 hatte Peter Cornelius im Auftrag Cosimas eine Art Festspielnovelle, Künstlerweihe, geschrieben. Der Maler Gianelli führt den jungen Wagner der dramatischen Muse zu. Cosima hatte das Festspiel in aller Heimlichkeit einstudiert und Wagner wurde von der Aufführung im markgräflichen Opernhaus völlig überrascht. Er hörte seine Konzertouvertüre in C-Dur und die Magdeburger Neujahrskantate und erkannte zuerst seine eigene Musik nicht wieder. Danach wurde der betlehemitische Kindermord von Ludwig Geier aufgeführt. Von der Geburtstagsfeier war Peter Cornelius bitter enttäuscht. Es steht ein feindlicher Geist zwischen Wagner und seinen Freunden. Wir waren zwei Tage dort und sahen den Meister kaum. Ich kann die Worte zählen, die ich mit ihm wechselte. Sie werden kaum die Jahreszahl 73 übersteigen. In München bekamen wir dann einen Brief von derselben Hand, mit denselben nichtssagenden Phrasen. Man geht nicht fehl, die Ursache dieser Entfremdung bei Cosima zu suchen. Sie hielt von dem Komponisten Cornelius nichts. Er war ihr nur als Handlanger gut genug. Ein wenig erschrocken war Wagner wohl doch, als der um elf Jahre jüngere Freund im Oktober 1874 plötzlich verstarb. Er konnte die Tage großer Entwürfe, frühe Meistersingerzeiten, die er mit ihm erlebt hatte, nie vergessen. Mit Franz Liszt normalisierte sich das Verhältnis auf mühsame Weise. Ganz kam es nie mehr ins Lot. Misstrauen und Eifersucht erfüllten Wagner, wenn Cosima zu lange mit ihrem Vater sprach, und zwar französisch. Am 28. Mai reiste er mit ihr nach Weimar zur Uraufführung des Christus, die gegen den Willen der Fürstin Wittgenstein in der protestantischen Stadtkirche stattfand. Wagner trug sehr zwiespältige Eindrücke davon. List versprach, zum Richtfest des Festspielhauses nach Beureuth zu kommen. Aber der nächste Bauabschnitt war gefährdet. Es mußte etwas geschehen. Die Zahl der ausgegebenen Patronatsscheine betrug im Sommer 340. Die Einnahme belief sich einschließlich der vom Vizekönig von Ägypten übersandten 500 Pfund Sterling auf 154.540 Gulden. Am 24. Juni 1873 sandte Wagner seine Schrift das Bühnenfestspielhaus zu Beureuth an den Fürsten Bismarck. Mit dem kurzen Begleitbrief wollte er sich nicht aufdrängen, bat überhaupt nur um Kenntnisnahme, äußerte aber sein tief beklommenes Gefühl, daß die Ausführung seines Unternehmens sich ohne Teilnahme der einzig adelnden Autorität vollziehen sollte. Dann müsse er sich mit dem Schicksal trösten, daß der Neugeburt des deutschen Geistes durch die großen Dichter in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts widerfahren sei, welcher der große Friedrich, obwohl der wahrhaftige Held dieser Neugeburt, fremd und kaltgesinnt blieb. Wagner erhielt nie eine Antwort. Bismarck soll die Zusendung an eine Kommission weitergeleitet haben. So konnten auch schönstes Wetter, Andacht und die ins Auge fallende Kühnheit des Bauers beim Hebefest am 2. August nicht alle trüben Gedanken verscheuchen. Die Mitglieder der Wagner-Vereine bestiegen mit Wagner unter den Klängen des Rienzi-Marsches das gegen hundert Fuß hohe, mit den deutschen und bayerischen Farben geschmückte Gebäude, auf dem sich bereits Cosima mit den Kindern, der Abelist und die Werkleute versammelt hatten. Nach dem Taufspruch, Wagners launiger Erwiderung in Knittelfersen und dem in schwindelnder Höhe gesungenen »Nun danket alle Gott«, traf man sich im Malersaal zum festlichen Gelage, während das Bayreuther Publikum sich bis zum nächtlichen Feuerwerk auf der Bürgerreuth vergnügte. Am 30. August musste Wagner leider Gerüchte bestätigen, nach denen die beabsichtigten Aufführungen vor dem Sommer des Jahres 1875 nicht stattfinden können. Die Zahlungen waren ins Stocken geraten, die Baufirmen drohten mit Einstellung der Arbeiten. Verhältnismäßig zügig schritt, wenn auch unter den üblichen Ärgernissen, der Bau der Villa am Hofgarten fort. Noch in dem gemieteten Haus an der Dammallee empfing Wagner im September Anton Bruckner, der seine zweite Symphonie in C-Moll und seine dritte in D-Moll vorausgeschickt hatte, um Richard Wagner zur Annahme einer Dedikation zu bestimmen. Wagner hatte noch keinen Blick hineingeworfen und wollte den ungelenken Österreicher abwimmeln, aber abends um 5 Uhr nahm er ihn herzlich auf und umarmte ihn ein übers andere Mal. Mit der Dedikation habe es seine Richtigkeit. Wagner soll Bruckner mit Wein Stephaner Bier traktiert haben, obwohl sich Bruckner entsetzt wehrte. Er komme ja gerade aus Marienbad. Der Bildhauer Kiez, der Cosima modellierte, erinnerte sich, Bruckner sei am nächsten Morgen aufgelöst zu ihm gekommen. Er sei in der fürchterlichen Lage nicht zu wissen, welche der Symphonien, die er geschickt habe, von Wagner ausgewählt worden sei. Er habe zu viel Bier getrunken. Es hat etwas Rührendes, wie Wagner sich weiter um Nietzsche bemühte und ihn ständig nach Bayreuth einlud, mit der Zeit freilich mit immer weniger Hoffnung. Als Nietzsche am 30. Oktober 1873 endlich zur Konferenz der Delegierten der Wagner-Vereine in Bayreuth eintraf, mußte er sich sofort unwohl zu Bett legen, was Wagners mit tiefer Sorge erfüllte. Seine Augenschwäche und ein hinzutretender Kopfschmerz verursachten ihm Übelkeit. Für das Bayreuther Unternehmen hatte er auf Bitten Heckels, wenn auch mit einiger Überwindung, wie er seine Freunde wissen ließ, einen Mahnruf an die Deutschen verfasst, den er nach seiner Ankunft in die Dammallee 7 schickte und der dort Eindruck machte. Dieser Mahnruf hatte etwas hochfahrend Unpraktikables, sowohl in Tonart wie in Inhalt. Cosima und Richard Wagner gefiel das, aber die Patrone und Delegierten der Wagner-Vereine bekamen bei solchem Anspruch kalte Füße und entschieden sich für einen einfachen Aufruf zur Subskription, den Professor Adolf Stern verfasste und der an ungefähr 4000 Adressaten, Buch- und Musikalienhändler, Musikvereine und Theater versandt wurde, ohne dass eine einzige Reaktion erfolgte, mit Ausnahme von Göttingen, wo ein paar Studenten ganze sechs Thaler spendeten. Vom König kam keine Hilfe. Am 21. November verhandelte Wagner in München mit Rat Düflip, der sich für eine finanzielle Garantie des Festspielhausbaus durch Ludwig II. einzusetzen versprach. Vom König selbst aber erschreckliche Nachrichten, notierte Cosima nach Wagners Rückkehr. Jeden Tag habe er einen Einfall, der ihm kaum ausgeredet sei, als er wieder darauf zurückkomme. Er ginge gar nicht mehr an die Luft, nehme sein Mittagessen erst abends um sieben, ließe in einer kleinen Stube sechzig Kerzen anzünden und käme erst nachts um elf wieder heraus, um noch einmal zu speisen, bis nach Mitternacht. Ludwig sehe niemanden als den Stallmeister, dieser habe einen Verweis an den Adjutantengrafen Hohenstein überbracht, worüber dieser seine Entlassung genommen. All das stimmte wehmütig. Am 28. November empfing Wagner in Bayreuth Karl Brandt und den Wiener Professor Josef Hoffmann, der Dekorationsskizzen zum Ring vorlegte, nachdem Böcklin einen Auftrag abgelehnt hatte. Wagner wollte das Edelste und wandte sich an Historienmaler. Der außerdem noch schwierige, unverträgliche und starrköpfige Josef Hoffmann war ein Missgriff und mußte eines Tages abgefunden und abgewimmelt werden, aber Bayreuth hat sich von dieser Katastrophe ein halbes Jahrhundert nicht erholt. Hoffmann desillusionierte durch zu viel perfekte Illusion, ebenso wie ein Jahr später der Kostümmaler Karl-Emil Döpler. Wagner war unglücklich. Selbst der bayerische Maximiliansorden bereitete ihm keine Freude. Nachdem er neun Jahre zuvor abgelehnt hatte, ohne zu wissen, dass er von einem Kapitel gewählt worden war, konnte er die Auszeichnung diesmal schlecht ausschlagen und erhielt sie gemeinsam mit Brahms, was ihn wieder sehr ärgerte. Am 24. Dezember schloß er die Partitur des ersten Akts Götterdämmerung. Gleich zu Beginn des neuen Jahres lehnte das Hofsekretariat die Übernahme einer finanziellen Garantie für Bayreuth ab. Wagner wußte gar nicht, wodurch er sich neuerlich die Sympathien des Königs verscherzt hatte. Auf wohlwollende Empfehlung Ludwigs II. hatte der Dichter Felix Dahn an Wagner das Ansinnen gerichtet, einen Lobgesang auf den König zu vertonen. Wagner hatte natürlich abgelehnt und den König dadurch verstimmt, was dieser dann leugnete. Er verstehe sehr wohl, daß Wagner anderes zu tun habe, als läppische Huldigungen zu komponieren, schrieb er. Aber die Hofbeamten wußten es anders. Damit stand das Festspielprojekt vor dem Ruin. Emil Heckel traf Wagner in tiefster Niedergeschlagenheit an. Nach Heckels Abreise verfiel Wagner als letzten Ausweg auf die Idee, sich als Krönung für sein Unternehmen den Auftrag des deutschen Kaisers zu erbitten. »Gegen die hierfür zu gewährende Unterstützung von 100.000 Thalern, also des Drittels der Gesamtkosten derselben, drei vollständige Aufführungen meines Bühnenfestspieles »Der Ring des Nibelungen« auf dem eigens hierzu erbauten Festtheater zu Bayreuth zur ersten Lustralfeier des mit Frankreich abgeschlossenen Friedens im Sommer des Jahres 1876 zu veranstalten«, wie er Heckel schrieb. Der Großherzog von Baden, der von den Mannheimer Getreuen sogleich darüber informiert wurde, hielt eine solche Eingabe in Berlin für aussichtslos und lehnte daher die ihm angetragene Vermittlerrolle ab. Es ist aber auch nicht auszuschließen, daß der Großherzog von Baden in Berlin vorfühlte und daß man dort mit Rücksicht auf München nicht ohne dahin diskret eine Nachricht gelangen zu lassen abwinkte. Der kurz darauf eintretende plötzliche Sinneswandel des Bayerischen Königs spräche dafür. Am 25. Januar 1874 hatte sich Ludwig II. anders besonnen und in Bayreuth war die alles rettende Nachricht eingetroffen, »Nein, nein und wieder nein, so soll es nicht enden, es muß da geholfen werden, es darf unser Plan nicht scheitern.« Die Hilfe bestand in einem Vorschuss auf königliche Bürgschaften, was allerdings die ursprüngliche Festspielidee ruinierte, denn nun wurde ein Kartenverkauf notwendig und aus dem Theater für alle wurde ein Theater für die Bevorzugten. Der Vertrag mit dem Hof sah einen Kredit von 100.000 Talern vor. Wagner dankte am 3. Februar, »O mein hultvoller König! Blicken Sie nur auf alle deutschen Fürsten, so erkennen Sie, daß nur Sie es sind, auf welchen der deutsche Geist noch hoffend blickt. Und wahrhaftig, was auch immer vorausgegangen war und den Blick auf diese Königsfreundschaft trüben mag, einmal wuchs Ludwig über sich selbst hinaus. Ohne ihn wäre Wagners Idealismus endgültig an der Wirklichkeit zu Schanden geworden. Er konnte nun die definitiv letzte Verschiebung der Festspiele auf das Jahr 1876 bekannt machen und an die Vorbereitungen gehen. Der Bau der Villa am Hofgarten näherte sich im Frühjahr 1874 ebenfalls der Vollendung. Der König hatte ein Geschenk von 25.000 Talern beigesteuert und erteilte die Erlaubnis für einen Durchgang zum Hofgarten. Am 28. April 1874 bezog Wagner das Haus, an dessen Namen er noch ein wenig experimentierte, bis er es »Wahnfried« nannte, weil hier sein »Wähnen Frieden« fand. Und hier beendete er am 26. Juni die Partitur des zweiten Akts der Götterdämmerung. Tags darauf begannen die Proben mit Sängern. Nachdem er die Korrekturen am dritten Band des Privatdrucks seiner Autobiografie ausgeführt hatte, nahm er am 10. Juli die Arbeit an der Partitur des letzten Akts der Götterdämmerung auf, die er scherzhaft »Sein Weltuntergangskouplet« nannte. Anfang August 1874 traf Freund Nietzsche zu seinem vorletzten Besuch in Bayreuth ein. Wagner hätte ihm gern ein Zimmer in seinem Haus freigehalten, es gab diesmal aber schon manchen Grund zur Verwunderung für beide. Nietzsche brachte den Klavierauszug des Triumphliedes von Brahms mit, das er in einem Basler Konzert gehört hatte. Es war Brahms' Huldigung an das Reich, ein Gegenstück zum Wagner'schen Kaisermarsch, für Chor und Orchester. Wagner lachte laut auf, daß Musik auf das Wort »Gerechtigkeit« gemacht würde. Nicht sogleich, sondern erst einen oder zwei Tage danach, es war der 8. August, entschloss sich Wagner, das Triumphlied zu spielen. Cosima spricht in ihrem Tagebuch von großem Schrecken über die Dürftigkeit dieser Komposition. Richard sei sehr böse geworden. Händel, Mendelssohn und Schumann in Leder gewickelt. Was Nietzsche vermutlich verblüffte. Es hatte ihm diese Musik leidlich gefallen. Von einer bewussten Provokation kann wohl nicht die Rede sein. Es war ein mühsames, qualvolles Jahr gewesen, dieses erste in Warnfried, das zweite in Bayreuth. Ein Jahr der Ärgernisse, der Albträume und Übelkeiten, der Geldnöte und Todesnachrichten. Peter Cornelius war gestorben, der Verleger Franz Schott, in Luzern der Pfarrer Tschudi, in München der Diener Franz Mrazek, in Chemnitz der Schwage Heinrich Wolfram, in Warschau unter großen Schmerzen Marie von Muchanoff, der Bülow im Nebenzimmer noch bis in die letzten Lebensstunden Chopin vorgespielt hatte, am Ende noch Bruder Albert Wagner, rätselhaft entfremdet. Unter Ängsten, trüben Gedanken und Bitterkeiten schloss sich der Ring des Nibelungen. Den Tag der Vollendung, es war Sonnenabend, der 21. November 1874, schildert Cosima Wagner in ihrem Tagebuch folgendermaßen. Gegen die Mittagsstunde rief er hinauf, sie möge ihm die Zeitungen herabreichen. Da er tags zuvor geklagt, wie angestrengt er sei und noch versichert hatte, er würde erst am Sonntag fertig, glaubte sie, er könne vor Müdigkeit nicht mehr arbeiten. Um ihn zu zerstreuen, warf sie ihm einen soeben eingetroffenen Brief ihres Vaters hin, der auf Wagners geplante Reise nach Wien und Budapest einging. Es läutete zu Mittag. Sie traf ihn den Brief lesend an und er verlangte Erklärungen. Sie sagte ihm, was sie ihrem Vater zu antworten gedenke und vermied mit Absicht, auf das Partiturblatt zu blicken. Gekränkt zeigte er ihr das Vollendete und sagte bitter, wenn ein Brief des Vaters käme, sei alle Teilnahme für ihn und alles weggewischt. Sie unterdrückte den Schmerz, doch wie er nachher die Vorwürfe wiederholte, musste sie in Tränen ausbrechen und weinte noch, indem sie dies hinschrieb. So ist mir denn diese höchste Freude geraubt worden und gewiß nicht durch die schlimmsten Regungen in mir. Das wissend würde ein Weib, dass ich unter Schmerzen mein Leben diesem Werke geweiht habe, erwarb mir nicht das Recht, seine Vollendung in Freude zu feiern. So feiere ich sie im Schmerze, segne das hehre, wundervolle Werk mit meinen Tränen und danke es dem argen Gott, welcher mir auferlegte, diese Vollendung zuerst durch meinen Schmerz zu sühnen. Abends, nachdem sie diese Zeil niedergeschrieben hatte, kam Wagner zu ihr, umarmte sie und meinte, sie liebten einander zu heftig, dies verursache ihre Leiden. Sie trug fast zwei Wochen nichts mehr in ihr Tagebuch ein. Es war die längste Unterbrechung. Unter der letzten Seite der Partitur stehen die Worte »Vollendet in Wahnfried« »Ich sage nichts weiter« R.W. Dies war genau 26 Jahre und drei Monate, nachdem er die Fabel entworfen und mit der Arbeit begonnen hatte. Unter unendlichen Mühen hatte er sich sein Orchester und Ensemble zusammengestellt und noch immer wußte er nicht, wer eigentlich den Siegfried singen sollte. Am 15. Januar 1875 unterzeichnete er das Zirkular an die gegen reine Kostenentschädigung verpflichteten Künstler, mit dem er sie unter genauer Angabe der Termine für jedes einzelne Werk zu den ersten Bayreuther Vorproben dieses Sommers einlud. Dann begab er sich am 20. Februar wieder auf Konzertreise, um dem Bayreuther Unternehmen neue Mittel zuzuführen, vor allem zur Finanzierung der Terrararbeiten am Festspielhaus, der Proben und der technischen Einrichtung. Die Kinder blieben diesmal unter der Obhut von Nietzsches Schwester Elisabeth zurück, die zu Nietzsches großer Zufriedenheit als Verwalterin von Wahnfried nach Bayreuth eingeladen worden war. Die geplanten Konzerte in Wien und Budapest gemeinsam mit Liszt zu bestreiten, hatte sich leider nicht verwirklichen lassen. Liszt blieb in Ungarn, was Wagner einmal mehr verstimmte. Beim ersten Wiener Konzert am 1. März, mit Ausschnitten aus der Götterdämmerung und dem Kaisermarsch, glänzte die Sopranistin Amalie Materna. Dagegen fiel der ihm als Siegfried empfohlene Franz Glatz durch. Wagner mußte ihn schon für das nächste Konzert ersetzen. Im Übrigen wurde der Wiener Auftritt Wagners wieder einmal zum Jubelfest. Lorbeerhaufen fielen auf die Bühne mit Inschriften wie »Dem Retter der deutschen Kunst«, »Dem Meister des Humors«, »Dem Schöpfer der Meistersinger«, »Dem Kenner und Erneuerer der alten Sage«, »Dem Reformator«, »Dem erhabenen Meister«, »Dem Bühnendichter« und »Dem größten Meister«. Er traf in diesen Tagen alte Bekannte wieder. Die Fürstin Metternich, die Gräfin Dönhoff, Rudolf Lichtenstein und endlich auch die mit dem Wiener Obersthofmeister verheiratete Fürstin Marie Hohenlohe, das Kind. Eine schnell verwelkte Schönheit, blass, verhärmt und unansehnlich. Am 3. März bei einem Kostümfest in Markarts Atelier, das Cosima eine »sublime Rumpelkammer« nannte, konnte er auch die Verstimmung mit Gottfried Semper aus der Welt schaffen. Semper war schnell gealtert. Wagner hatte ihn kaum wiedererkannt. Bei Stand Hartner, wo er wohnte, empfing Wagner auch Anton Bruckner, dem er versprach, seine Symphonien eines Tages in Bayreuth aufzuführen. Eine herbe Enttäuschung erlebte er in Budapest. Hans Richter dirigierte den fliegenden Holländer. Die Sänger sangen in zwei Sprachen aneinander vorbei, und vor Strichen war nichts zu erkennen. Im gemeinsamen Konzert am 10. März spielte Liszt das S-Dur-Klavierkonzert von Beethoven und dirigierte seine »Glocken« von Straßburg. Nach einem weiteren Konzert in Wien reiste Wagner mit Cosima über Leipzig, Hannover und Braunschweig nach Berlin, um dort ebenfalls zugunsten der noch völlig ungesicherten Bayreuther Hauptsache zu konzertieren. Wie ein vollständiger Narr kam er sich zuweilen vor. In der Wohnung des Physikers Helmholtz traf Wagner auch den Historiker Theodor Mommsen. Sie hatten sich beide nichts zu sagen. Nach einem abermaligen Konzert in Wien am 6. Mai, bei dem es fast zu einem Umschmiß gekommen wäre, wenn Konzertmeister Helmesberger die Situation nicht gerettet hätte, kehrte Wagner nach Bayreuth zurück, um die Proben vorzubereiten. Zu seinem 62. Geburtstag schrieb ihm Nietzsche, »Wie er seine Rüstigkeit bewundere. Ich habe immer, wenn ich an ihr Leben denke, das Gefühl von einem dramatischen Verlaufe desselben, als ob sie so sehr Dramatiker seien, dass sie selber nur in dieser Form leben und jedenfalls erst am Schluss des fünften Aktes sterben könnten.« Noch aber war der vierte nicht einmal zu Ende und nicht abzusehen, wie er ausgehen würde. Im Juli waren erst 404 Patronatsscheine ausgegeben, während man den Erlös von etwa tausend brauchte. Am 7. März hatte der König den wahrhaft exzentrischen Wunsch vorgetragen, es mögen die Nibelungen in Bayreuth dreimal allein für ihn aufgeführt werden. Und am 1. Juni war in einer klerikalen bayerischen Zeitschrift neben verschiedenen Prophezeiungen einer bayerischen Stadt, unter der man sich unschwer Bayreuth vorstellen konnte, eine entsetzliche Voraussage gemacht worden. Unter so frommen Wünschen waren am 1. Juli die ersten Gesangs- und Klavierproben, bei denen sich Wagner so sehr verausgabte, daß er Fußschmerzen bekam und kaum noch auftreten konnte. Am Sonntag, dem 1. August, fand im Festspielhaus eine Orchesterklangprobe statt. Wagner wurde von den 108 Musikern jubelnd empfangen. Dann ließ Hans Richter das Walhall-Thema spielen, zu den von Franz Beetz, Wotan, gesungenen Worten »Vollendet das ewige Werk«. Wagner war sehr ergriffen. Dann bat er um das Rheingold-Vorspiel, um den Klang des unsichtbaren Orchesters und die Akustik des Hauses zu prüfen. Ein Augenblick höchster Spannung. Und das Wunder trat ein. Nach Karl Heckels Aufzeichnungen sagte Wagner, »Das ist es, was ich wollte. Jetzt klingen die Blechinstrumente nicht mehr so roh.« War es Zufall? War es Berechnung? Was hatte daran mitgewirkt? Und war diese Wirkung ganz so beabsichtigt gewesen? Der mystische, sich stufenweise unter die Bühne verlierende Keller, genannt »Nibelheim«, war eine riskante Konstruktion. Der Orchesterklang drang nicht nach oben, sondern brach sich vorn an einem Schalldeckel und wurde zur Bühne gelenkt. Wenn Wagner am 1. Juli 1875 im Zusammenhang mit dem Ring von dem orchestralen Koturen, auf welchem seine Sänger stehen, zu Cosima sprach, so meinte er das zwar im Sinn seines Zürcher Kunstkonzepts, es traf aber auch akustisch zu. Der Orchesterklang legte sich unter die Sänger, nahm sie auf, trug sie, ergab einen mit den Stimmen fast völlig verschmolzenen Gesamtklang, der sich von der Bühne in das von Scherwänden mit Säulen und Pilastern flankierte, ansteigende Parkett ergoß und von jedem Platz nahezu unterschiedslos wahrgenommen werden konnte. Alles, was oberhalb des Grabens auch nur geflüstert wurde, war eingebettet wie ein glitzerndes Koyer in einer Samtschatulle. Zweifellos wurde der gedämpfte Klang mit seiner trotz allem relativ langen Nachhaltzeit, erkauft durch einen Verzicht an Glanz, Schärfe und Pracht des Instrumentalen, was aber bei vollendeter Interpretation durch Intensität mit Dichte und Wohlklang aufgewogen wird. Wer bei Wagner gewaltige Tonmassen erwartet hatte, muß zunächst enttäuscht und verblüfft gewesen sein. Schrille Spitzentöne verschwanden, die Technik der Hervorbringung war wie weggezaubert, die Entstehungsgeräusche von Musik entzogen sich weitgehend dem Ohr, und das war, analog zu Wagners Kunstideal, ein wesentliches Merkmal seines Klangideals. Am darauffolgenden Montag begann die reguläre Probenarbeit mit der ersten und zweiten Szene des Rheingold. Um Dirigent und Bühne gleichermaßen im Auge zu haben, ging Wagner über einen Laufsteg zur Rampe und setzte sich nahe dem Orchestergraben an ein Tischchen, auf welchem die schwere Partitur an einen Kasten lehnte, darauf stand eine Petroleumlampe. Hans Richter dirigierte, und Wagner bewegte sich dabei so heftig mit Armen und Beinen, daß man befürchten mußte, Tisch, Kiste und Lampe würden umstürzen und alles in Flammen aufgehen, weshalb Karl Brandt den Tisch nach der ersten Probe am Fußboden befestigte. So im Zentrum des Festspielhauses sitzend, ein Energiebündel, aus dem die Funken auf die Mitwirkenden übersprangen, hat ihn Adolf von Menzel in einer Kreidezeichnung festgehalten. Wagners Probenmethode war deduktiv, d.h. er ließ erst die Szene im Zusammenhang ausführen, damit die Künstler einen Eindruck vom Ganzen erhielten, und ging dann zu den Einzelheiten über, wobei er fast alles Szenische vormachte und die Anwesenden durch die gewagtesten Sprünge in Angst und Schrecken versetzte. Da er von den Spannungen unter den Künstlern wußte, unterhielt er sie mit den albernsten Späßen, und Lilly Lehmann wollte sich erinnern, daß er einmal im Gasthof Sonne Kopf gestanden hatte. Aber immer noch drückte das voraussehbare Defizit, wenn nicht unerwartete Hilfe kam. Im Oktober 1875 entschloss sich Wagner zu einem Gesuch um ein Festspieldarlehen von 30.000 Talern, gerichtet an den deutschen Kaiser, der es ans Kanzleramt weitergab. Dieses empfahl eine Vorlage im Reichstag. Als Wagner davon erfuhr, zog er das Gesuch zurück. Eine Petition an den Reichstag empfand er als unschicklich. Fäustel sagte, Bismarck habe erklärt, da man seinen Rat, an den Reichstag zu gehen, wo er für die Sache eingetreten sein würde, nicht befolgt habe, so wolle er davon gar nichts mehr wissen. Das bekam Wagner im Frühjahr 1876 auch in Berlin von Marie von Schleinitz zu hören. So blieben dann wieder nur Verhandlungen mit München und lästige Reisen, deren Erträge er in ein Fass ohne Boden schüttete. Wien hatte er einen neuen Tannhäuser und den Lohngrin unter eigener Regie versprochen. Als er am 1. November 1875 nach Wien reiste, nahm er auch die Kinder und das Personal mit, was jedes Mal Unsummen verschlang. Gleich am folgenden Tag besuchte er mit Cosima eine von Hans Richter geleitete Aufführung des Requiems von Verdi, das ihm überhaupt keinen Eindruck machte. Dagegen urteilte er über Bizets Oper Carmen, die er ebenfalls im November in Wien sah und aus der er sich später gelegentlich auch am Klavier vorspielen ließ, erheblich wohlwollender. Tannhäuser sollte am 22. November unter Hans Richter in einer dritten Fassung mit den Pariser Ergänzungen und dem neuen, überleitenden Schluss der Ouvertüre herauskommen. Die Neueinstudierung und die im Dezember sich anschließenden Proben zu Lohngrin strengten Wagner außerordentlich an. Er sang und spielte wieder einmal buchstäblich jede Rolle vor. Unter den Zuhörern des Tannhäuser war auch ein 15-jähriger Junge gewesen, der in den nächsten Tagen wiederholt versuchte, zu Wagners Hotelzimmer vorzudringen, sich ihm vorstellen zu lassen und ihm seine ersten Kompositionen zu zeigen. Er hieß Hugo Wolf. Wagner war reizend zu dem Jungen, entschuldigte sich aber, er sei zu übermüdet, um sich Noten anzusehen, er möge indessen fortfahren und es später einmal probieren. Mit dem Lohngrin wiederholte sich der Publikumserfolg. Wagner selbst war anscheinend weniger zufrieden. Er wohnte der Aufführung am 15. Dezember in einer Loge mit Cosima und Direktor Jauner bei. In der Nachbarloge saßen die Kinder mit ihrer Gouvernante. Am 17. Dezember kehrte die Familie nach Bayreuth zurück. Da nicht nur der Etat der Festspiele einstweilen gänzlich ungesichert war, sondern auch der Haushalt von Wahnfried zu Cosimas erschreckend gewaltige Summen verschlang, mußte Wagner ständig auf neue Einnahmequellen sinnen. Am 1. März reiste er noch einmal nach Wien, da er versprochen hatte, den Lohngrin zugunsten des Korpersonals selbst zu dirigieren. Das war sein letzter Aufenthalt in der Hauptstadt der Doppelmonarchie. Fortan mied er, wo ungestraft jeder Lumpenhund über ihn herfallen könne, wie er Direktor Jauner schrieb. Daran schrieb er ein Studierungen des Tristan in Berlin, dirigiert von Karl Eckert und Albert Niemann in der Titelrolle. Bei der Aufführung am 20. März in Anwesenheit des Kaisers, der Kaiserin und des gesamten Hofstaats wurden 150 Mark für einen Parkettplatz geboten. In der Pause wurde Wagner vom Kaiser empfangen, der ihm versprach, zu den Festspielen nach Bayreuth zu kommen. Wilhelm I. ordnete an, daß der Reinerlös der Aufführung 5000 Thaler dem Bayreuther Festspielfonds überwiesen werde. Das alles war triumphal, hätte Entschädigung sein müssen für die unendlichen Mühen und Qualen der Festspielorganisation, die er sich aufgebürdet hatte. Seit dem Siegeszug der Meistersinger, seit der Ankündigung der ersten Bayreuther Festspiele, hatte Richard Wagner von außen gesehen eine unbegreifliche Größe der Statur, Weltruhmesglanz. Aber der Sieg war schwer erkauft. Er hatte sich übernommen. An Karl Brandt schrieb er 1876, er habe es seit dem Schluss der Vorproben nicht gut gehabt. Zwischen Betrügern, Wortbrüchigen und Lumpen aller Art eingeengt, hat mir ein heiteres Aufatmen lange gefehlt. Unter den Lumpen fand er immer auch einige Vertragsjuristen. Das vierte J. Die Begeisterung, die ihm von Seiten der Künstler entgegenschlug, stand in seltsamem Widerspruch zu dem Echo, das er in der Öffentlichkeit fand. Er verbreitete eher Schrecken als Sympathien. Er konnte auf nichts anderes vertrösten als auf sein Werk, demnächst in diesem Theater. Was die Welt von ihm dachte, war ihm zwar nicht gleichgültig, aber es wäre zu spät gewesen, es zu korrigieren. Er hätte auch sagen können, nehmen Sie mich nur, wie ich nicht bin. 9. Mai 1876, im Verlag Schott in Mainz wurde die letzte Seite der Götterdämmerung gestochen. Am selben Tag traf der Dessauer Ballettmeister und Hilfsregisseur Richard Fricke in Bayreuth ein, um mit den Vorbereitungen zu den Proben zu beginnen. Der kleine graue Mann, der ein vorzüglicher Beobachter war und über diese Bayreuther Wochentagebuch geführt hat, erschrak sogleich, welchen Keulenschlägen von Unannehmlichkeiten das Unternehmen ausgesetzt war. Es fiel Fricke schwer, es Wagner, der von ihm buchstäblich alles verlangte, immer recht zu machen, und es bedurfte einiger Tage, bis er ihn überhaupt verstand. Er spricht ungefähr so wie einer, der für sich und mit sich spricht. Dann braust er wieder derartig heraus, daß man sich den Zusammenhang nur annähernd zusammenreimen kann. Er lacht auf, ist gereizt, um schnell wieder mit Sarkasmus das, was ihn ärgert, lachend zu geißeln. Man konferierte pausenlos, es gab Ärger mit den Sängern und Schwierigkeiten mit der Bühnendekoration. Das Kopfstück des in London hergestellten riesigen Drachens kam zu spät an und wurde erst während des ersten Aufzugs von Siegfried angenäht mit der Unterseite nach oben. Kopf und Hals passten daher nicht zusammen. Große Not entstand in der Kasse, Anfang Juni kostete jeder Probentag 2000 Mark und es kam wenig ein. Fäustel meldete, daß man Ende Juni nichts mehr haben würde. Eine Katastrophe beinte sich an. Zudem ärgerte Wagner der Mangel an Gemeinsinn bei den Bayreutern, die nach seiner Ansicht in dem Fest nur die Gelegenheit zur Übervorteilung erblickten. Ausgerechnet zu Beginn der Probenzeit erkrankte Wagner an einem Zahngeschwür. Er litt unter Kieferreißen und Gesichtsschmerzen und konnte vorübergehend die Proben gar nicht besuchen. Fricke meinte, Wagner wolle sein eigener Regisseur sein, verliere aber unter solchen Umständen die Einzelheiten wieder aus den Augen und werde morgen alles vergessen haben, was er heute angeordnet hat. Ich muß mir die größte Mühe geben, wenn ich einer genauen Darlegung gerecht werden will. Wagner spricht leise, undeutlich, gestikuliert viel mit den Händen und Armen. Die letzten Worte eines Satzes geben annähernd zu verstehen, was er will und man muß höllisch aufpassen. Ich denke, daß ich mich bald daran gewöhnen werde. Vieles war tollkühne Improvisation und ebenso halsbrecherisch, das mit technischer Akkuratesse von Brandt vorbereitete, beispielsweise die Schwimmgestelle der Rheintöchter. Als am 3. Juni der erste Probendurchgang begann, war noch völlig offen, ob man die Szene würde zeigen können. Die Geschwister Lilli und Marie Lehmann und Fräulein Lammert waren angekommen, freundliche Begrüßung, sie sahen die Mannen und die darinnen schwimmenden Turner. »Nein«, sagte Lilli, »das kann mir kein Mensch zumuten, das tue ich unter keinen Umständen, ich bin erst vor kurzem vom Krankenbette aufgestanden, dazu mein fortwährender Schwindel.« Die Damen mußten zu den Schwimmmaschinen, die auf dem Boden hin und her geschoben wurden, über eine Leiter hinaufsteigen, sich darauf legen und auf dem Bauch singen. Brand und Fricke halfen ihnen hinauf. Unter Ach und Oh schreien und quieken schnallen wir sie fest und die Fahrt beginnt ganz langsam. Ein Mann saß am Steuerrad des Wagens, einer bediente die Hebevorrichtung für die Sängerin, die auf- und abbewegt wurde, und ein musikalischer Assistent gab die Einsätze nach der Partitur. Mit Schrecken erinnerte sich Lili Lehmann der letzten Probe, bei der man auf den Einfall kam, am Fußgestell einen über Drahtgitter kaschierten Schweif anzuheften, dessen dauernd zitternde Bewegung sich nicht nur der Maschine, sondern auch uns mitteilte und uns nicht mehr zur Ruhe kommen ließ. Noch immer höre ich Floß Hildens Ruf, »Mottel, ich spucke Ihnen auf den Kopf, wenn Sie mich nicht ruhig halten!« Am Ende der Szene wurden die Wagen in die Kulissen geschoben und an kleine Holzpodeste gestellt, und es dauerte eine Zeit, bis die Sängerinnen aus ihren Korsetts befreit waren. Dennoch wurde mit der fragwürdigen Erfindung ein großer Bühneneffekt erzielt. »Bei all diesen Orangierproben wird mir allerdings Angst um Wagners Gesundheit,« schreibt Fricke am 8. Juni. Er springt zwischen die Singenden, stellt sich neben sie und macht die Gesten vor. Sein liebhaftes Temperament lässt ihn vergessen, was er gestern bezüglich der Szenen, der Stellung, des Wechsels in der Stellung gesagt und angeordnet hat. Und kommt nun der eine oder der andere und sagt, »Lieber Meister, gestern bestimmten Sie so und so.« So kommt er dann gleich mit heftigen Worten, »Nein, nein, ich will es heute aber so haben.« Und morgen sagt er, »Sie können es doch so lassen.« Daraus sprach wohl auch seine Unsicherheit gegenüber dem völlig Unerprobten. Er war zum ersten Mal sein eigener Intendant, Regisseur, Verwaltungsdirektor und Ausstattungsleiter und musikalisch war der seiner Tempi unsichere Hans Richter auch nicht mehr als sein Stadthalter am Dirigentenpult. Auf der Bühne verlangte Wagner einen äußersten Realismus in der Darstellung. Zu der Anweisung an Mime, er habe sich den Rücken zu streichen, die dieser nicht deutlich genug ausführte, sagte er, »Sie können das Streichen des Rückens schon weiter ausdehnen und sich herzhaft den Arsch streichen.« »Die Piccolo-Flöte hat ohne dies so verdächtige Trillerchen.« Cosima Wagner, die im Hintergrund des Zuschauerraums der Probe beigewohnt hatte, verließ lautlos das Theater. Bei der Walküren-Probe am 17. Juni feuerte er die Schewski, Sieglinde und Albert Niemann Siegmund an, sich kräftig zu küssen. Und um es ihnen vorzumachen, warf er sich dem großen Niemann an den Hals, daß er kaum noch mit den Fußspitzen den Boden berührte. Weiter berichtet Fricke, »Es war geradezu ängstlich mit anzusehen, mit welcher Lebhaftigkeit Wagner nun oben auf Bergeshöhen den Kampf leitet. Niemand wendet sich ab gerechter Himmel, wenn er nur herunterginge. Wenn er fällt, ist ja alles aus.« Aber er fiel nicht. Er sprang mit seiner dicken Backe, welche noch durch Watte und ein dickes Tuch verbunden war, mit Gämse ins Tal. Wagner ist und bleibt eine der wunderbarsten Erscheinungen. Den jungen Musikern, welche sich Klavierauszügen hinter den Kulissen niedergelassen hatten, sagte er im Vorbeigehen, »Müßt ihr denn die alten Scharteken in der Hand haben? Könnt ihr es denn noch nicht auswendig?« Als Beetz Wotan ihn fragte, um zu wissen, wie er Stellung zu nehmen habe, »Wo tritt Frica auf?«, sagte Wagner, »Links.« »Der Teufel kommt immer von links.« Auf der Bühne konnte er regelrecht grob werden. Er schrie seinen Assistenten Felix Mottel an, tadelte die Aussprache der Österreicher, die jeden Sinn für deutsche Sprache verloren hätten. Der Verlagsleiter von Schott, Dr. Ludwig Strecker, war am 23. Juni Zeuge einer Probe des ersten Akts Siegfried mit Beetz als Wanderer und Hermann Levy am Klavier. Wagner, anfangs rasend, »Warum weiß ich nicht?«, schrie, lief mit geballten Fäusten herum, stampfte mit den Füßen etc. Dann sofort besänftigt, machte er Ulk, nahm Siegfrieds daliegendes Horn, hielt es vor den Kopf und rannte dem eben ankommenden Professor Döbler damit vor den Bauch. Nach der Probe ging ich mit Wagner in sein Zimmer, wo er sich mit Hilfe des Dieners ganz gemütlich mit mir plaudernd auszog, bis auf die Haut und kölnisch Wasserabreibungen vornahm. Dann legte er andere Wäsche an, sehr vorsichtig und praktisch, denn während der ganzen Probe war er auf den Beinen. Er ist unerschöpflich an guten Einfällen. Wie er alles das aushält, ist mir ein Rätsel. Richard Fricke brachte er durch seine ständigen Änderungswünsche fast zur Verzweiflung. Am 20. und 21. Juni warf er alles um, was er am 19. für die Walküre arrangiert hatte. Er ging noch weiter. Er änderte sogar die Tempi im Orchester. Und bei der Stelle der Brünnhilde, Liebe, Weib, um der Liebe, Willen, was er gestern ganz langsam nehmen ließ, verlangte er vollständige Änderung. Er war furchtbar aufgeregt, sprang herum und trampelte mit den Füßen, daß es einem heiß und kalt wurde. Die Walküren, mit schweren, großen Schilden und Speeren bewaffnet, waren in Schweiß gebadet. Diese Glinde hatte ihm gestern ihre schweren Stellen »Rette mich, Kühne«, »Rette mein Kind« und so weiter« ziemlich zu Dank gesungen. Heute war ihm nichts gut genug. Mit einer Wutgebärde wandte er sich von ihr ab und murmelte ärgerlich in sich hinein. Ich hatte ihn noch nie so gesehen. Die Anspannungen waren zu groß und die Sorgen wuchsen ihm über den Kopf. Am 22. Juli, so nah vor dem Ziel, dachte er an seinen Tod. Er trat nachts ans Fenster, begrüßte sein Sternbild, den Wagen und sagte, »Beschütze mein Weib und meine Kinder, guter Stern, mit mir mache, was du willst.« Über Beanspruchung war das Eintreffen von Nietzsches Schrift fast die einzige Ermunterung. Ihr Titel war »Vierte unzeitgemäße Betrachtung«. Richard Wagner in Bayreuth Nietzsche hatte alle guten Stunden während eines Halbjahres der Schrecken, in dem sich sein Gesundheitszustand auf dramatische Weise verschlechtert hatte, auf die Ausarbeitung der Festschrift verwandt. Weihnachten 1875 war es zum völligen Zusammenbruch gekommen, Schmerzanfälle mit Ohnmachten, nach denen er befürchtete, wie sein Vater, der mit 36 Jahren gestorben war, an einer Gehirnerkrankung zu leiden. Es ist nützlich, sich von den Symptomen dieser Krankheit ein anschauliches Bild zu machen. Sie war ein ständiger Schmerz im Abstand von Wochen, manchmal von Tagen. Mehrere Stunden des Tages ein der Sehkrankheit eng verwandtes Gefühl, wütende Anfälle, nächtelanges Schleim erbrechen, Druck im Kopf und auf den Augen oder von den Augen auf das Gehirn bei ständiger maligner Myopie, das heißt Augenschwäche unter ständiger Furcht des Erblindens. Dieser Zustand verdunkelte nicht etwa seinen Geist, er machte ihn nur unfähig zu leben. Und einen geringeren Geist als ihn hätte die Krankheit schon früher zum Verstummen gebracht. Am 6. Februar 1876 war er vorläufig vom Lehramt entbunden worden. Danach hatte er unter äußerster Ökonomie der Kräfte seine vierte unzeitgemäße nur zögernd vollenden können. Dass er es nicht einmal gewollt hätte, ist eine Legende von vielen. Zeitweise erschien ihm die Schrift wohl zu privat für eine Veröffentlichung. Der an Wagner gerichtete Satz eines Briefentwurfs vom Juli behält seine Wahrheit. Wenn ich nur um ein weniges anders über sie dächte, so würde ich diese Schrift nicht veröffentlicht haben. Zum Geburtstag Wagners am 22. Mai hatte er seiner ewigen Beunruhigung durch Wagner Ausdruck gegeben. Und meine schönsten Hoffnungen, die ich auf die Ereignisse dieses Sommers setze, sind die, dass viele in einer ähnlichen Weise durch sie und ihr Werk in jene Unruhe versetzt werden und dadurch an der Größe ihres Wesens und Lebensganges einen Anteil bekommen. Als die Schrift erschien, war das keineswegs eine von der Entwicklung überholte und nicht mehr ernst gemeinte Hommage an einen Meister, der der Zenit seines Ruhms stand, sondern der Hoch und Abgesang einer Freundschaft, die durchzuhalten ihm, Nietzsche, wohl nicht mehr lange vergönnt sein würde, eine Huldigung, die den melancholischen Abschied in sich trug. Was Nietzsche zur Erklärung von Wagners spezifischer Ausdrucksgenialität und Theaterrhetorik aus seiner Jugend seinem Leben heraufrief, war Musik in den Ohren des Bayreuters. Freund, Ihr Buch ist ungeheuer. Wo haben Sie nur die Erfahrung von mir her? Er bat ihn, schnell zu kommen, und obwohl seine Gesundheit von Tag zu Tag jammervoll war, wie Nietzsche Gerstorf mitteilte, begab er sich am 23. Juli auf die Reise. Vom 24. bis 26. Juli nahm er an Götterdämmerung Proben teil. Am 25. Juli schrieb er an seine Schwester, von Sonntagmittag bis Montagnacht Kopfschmerzen, heute Abspannung, ich kann die Feder gar nicht führen. Montag war ich in der Probe, es gefiel mir gar nicht und ich mußte hinaus. Da die häufigen Unterbrechungen jeden Akt endlos hinaus zögerten, hätte sich selbst ein Gesunder überfordert fühlen müssen. Und Nietzsche sah in der Dunkelheit fast nichts. Auch war die Wirklichkeit dieser Probenabende eher bedrückend, falsche Tempi, in die Wagner wütend hineinfuhr, wackelnde Kulissen, Schauspielerei. Und inmitten dieser Massenkunst ein Künstler als Diktator, Wagner, wie ihn Nietzsche ja bisher gar nicht kannte, als Dompteur, als Tatmensch, ein Alleinherrscher, der bewundert wurde, auch gefürchtet, und der das Völkchen der Sängermusiker und Maschinisten durch Derbespäße bei Laune hielt. Was wußte der von den Einsamkeiten eines Philosophen? Von Erkenntnisschmerz. Abgründe der Fremdheit. Nietzsche saß im Dunkeln, leidend. Wagner stand im Bühnenlicht, das Schein bedeutet und Glück. Was immer daran falsches Glück war, verdorbene Utopie, die Künstler leiden an der Unvollkommenheit, es war eine Art Erfüllung und Triumph, Kaiser und Könige hatten sich angesagt. Nietzsches Eindrücke müssen desillusionierend gewesen sein. Der dritte Probendurchgang schloß am 4. August. Mit den Eintrittskarten für die Generalproben, die am 6. August begannen, wurde in Bayreuth ein schwunghafter Handel getrieben. Die Preise stiegen auf über 20 Mark. Dass König Ludwig kommen würde, hatte sich herumgesprochen, aber er wollte nicht gesehen werden. Nur ein einziger Reporter einer Berliner Zeitung hatte von den seltsamen Umständen seiner Ankunft Wind gekriegt und sich mitten in der Nacht zum Sonntag, dem 6. August, in die Gegend von Rollwenzels Haus hinausbegeben, wo der Zug auf freier Strecke erwartet wurde. Cosima hatte Richard Wagner vor die Stadt hinausbegleitet und war dann zurückgefahren. Wagner trug einen dunklen Rock mit weißer Weste und ging, gefolgt von seinem Diener Georg, auf und ab. Es war eine helle Mondnacht. Nur der Eisenbahndirektor und eine Anzahl Bauern aus der Gegend der Rollwenzelai hatten sich eingefunden. Gegen Viertel eins hielt der Zug mit den drei Salonwagen, einem Gepäck und einem Dienerwaggon vor dem Wärterhäuschen oberhalb Rollwenzel. Auf einem hergerichteten Feldweg fuhr die königliche Äquipage vor, voran ein Diener zu Pferde, der ein Windlicht trug. Eine stumme, gespenstische Szene. Ludwig verließ den Zug, ging zu seinem 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 Trat die kleine Gestalt des Komponisten auf ihn zu, sie drückten sich wortlos die Hand und fuhren zusammen Richtung Eremitage davon. Erst nachts um drei kehrte Wagner nach Wahnfried zurück. Nach der Rheingoldprobe fuhr Ludwig mit Wagner in die festlich illuminierte Stadt. Am Montagmorgen sandte Ludwig einen Brief in die Villa Wahnfried. Die Sprache ist zu arm, um meine Begeisterung und das Gefühl des tiefsten Dankes würdig auszudrücken. Der siebte August war Wallkürentag. Diesmal war der Akustik wegen das Haus bis auf den letzten Platz gefüllt. Nach dem ersten Akt verließ Wagner die Königsloge und dankte dem großartigen Albert Niemann unter Schluchzen. Ihm versagte die Stimme und auch als er sich an das Orchester wandte, konnte er von Tränen erstickt kaum sprechen. Es waren unter Konzertmeister August Wilhelmi Musiker aus Ballenstedt, Berlin, Braunschweig, Breslau, Budapest, Coburg, Darmstadt, Dessau, Hannover, Heidelberg, Kiel, Lugano, Meiningen, Montpellier, München, Neustrelitz, Salzburg, Weimar, Wien und Wiesbaden und auch das war noch nie vorgekommen. Nach der Walkürenprobe sei der König auf der Eremitage angelangt mit seiner Begleitung im Park spazieren gegangen und habe dabei gesungen. Dann habe er befohlen, die Wasserspeier zu bengalischer Beleuchtung springen zu lassen. Nach der letzten Generalprobe am 9. August trat Ludwig wiederum nachts die Rückreise nach Hohenschwangau an. Bei der Abreise glaubte Wagner eine Art Verstimmung an ihm zu bemerken. Er hatte sich alle Ovationen in Beireuth verbeten und schien dann doch verwundert, wenn sie nicht stattfanden. Samstag, der 12. August. Nietzsche kehrte aus Klingenbrunn nach Beireuth zurück und Kaiser Wilhelm I. traf mit dem Sonderzug ein. Nachdem er am Bahnhof mit Hochs empfangen worden war, sagte er zu Richard Wagner, »Ich habe nicht geglaubt, dass Sie es zustande bringen würden.« Zwei Kaiser und zwei Könige kamen, Wilhelm I. und Dom Pedro II. von Brasilien, der König von Bayern, der sich erst zum dritten Zyklus wieder einfand, weil er niemanden treffen wollte, und der König von Württemberg. »Es schien sehr wahrhaftig,« schrieb Wagner im Rückblick auf die Bühnenfestspiele des Jahres 1876, »dass so noch nie ein Künstler geehrt worden sei, denn hatte man erlebt, dass ein solcher zu Kaiser und Fürsten berufen worden war, so konnte doch niemand sich erinnern, daß je Kaiser und Fürsten zu ihm gekommen seien.« Der Großherzog Karl Alexander von Sachsen-Weimar wurde von Franz List, der sich schon seit dem 1. August in Bayreuth aufhielt, am Bahnhof empfangen. Es war fast ein Fürstentag. Unter den Festspielgästen waren der Großherzog von Schwerin und die preußischen Prinzessinnen, der Hausministergraf von Schleinitz und die Gräfin Marie, die Gräfinnen Dankelmann und von Usedom, die Dönhofs und die Diplomaten von Koidel und von Radovitz. Vom österreichisch-ungarischen Adel waren Fürst Rudolf Lichtenstein, Graf Julius Andraschi und die Grafen Salm Tschacki und Oppony. Ganze drei deutsche Parlamentarier wurden gesehen, Franz Dunker, Mark Warzen und Cornelius Heil. Kein Sozialist, kein Zentrumsmann. Es kamen die Komponisten Camille Saint-Saëns, Guirot und Duvain-Varhaus Frankreich, aus Österreich der unauffällige Anton Bruckner und aus Ruslan Piotr Tchaikovsky, der gleich nach seiner Ankunft erfuhr, was hier der Kampf um ein Stück Brot und eine warme Mahlzeit bedeutete. Unter den Musikern waren der belgische Komponist Franz Cervé, ein Liszt-Schüler, die Schweizer Musiker Friedrich Heger, Emilie und Ignaz Heim, Ernst Medfessel, Gustav Weber, Eugen Petzold und Georg Rauchenecker. Neben vielen Kapellmeistern wie Damrosch, Lassen und Lewy sah man auch Nikolaus Rubinstein und den Konservatoriumsdirektor Stern. Außer Theaterdirektoren kamen auch Schauspielerinnen wie Marie Seebach, Clara Ziegler, Marie Kessler und Clara Meier, Schauspieler wie Josef Lewinsky und Richard Kahle. Die Maler stellten die stärkste Abordnung, Makart und Angelie aus Wien, Lehnbach aus München, Anton von Werner, Karl Becker, Adolf von Menzel und Paul Meierheim aus Berlin, Schaus aus Weimar, die Kunsthistoriker Henry Tode und Konrad Fiedler. Aus England kam die Schopenhauer-Herausgeberin und Schriftstellerin Helen Zimmern aus Riga, der erste Wagner-Biograf Karl Friedrich Glasenapp. Recht kümmerlich nahm sich neben all dieser Prominenz die deutsche Literatur aus, mit dem Dichter Gustav Heinrich Ganz-Edlem von und zu Putlitz und dem Libretisten und Dichter Salomon Hermann-Ritter von Mosenthal aus Wien. Friedrich Bodenstedt wurde erwartet, Karl Frenzel und Hermann Schmitt waren durchaus unprominent, Karl Hillebrandt kam aus Florenz, Katülmenders aus Paris. Die Presse war, so ungeliebt sie sich fühlen mußte, durch bekannte Journalisten vertreten. Vom Pariser Figaro kam der gefürchtete Albert Wolf, Eduard Hanslik, Ludwig Speidel, Daniel Spitzer, Eduard Schelle und Josef Oppenheim vertraten Wien, Berlin sandte Gustav Engel von der Vossischen Zeitung, A.H. Ehrlich von der Gegenwart, Louis Ehlert von der Rundschau, die Kladderadatsch-Mitarbeiter Ernst Dohm und Wilhelm Scholz, Paul Lindau vertrat die schlesische Presse, Wilhelm Mohr schrieb für die Kölnische und Thiel für die Straßburger Zeitung. Dazu kamen Wilhelm Singer, Hugo Wittmann, Hans Herrich und Ludwig Pitsch. Sieht man von den Inhabern der Patronatsscheine und den Präsidenten der Wagner-Vereine ab, so gehörten zum engsten Wagner-Kreis die Treue mal wieder von Meisenburg, Monod, Schüré, Gottfried Semper, Mathilde Mayer und die Wesendonks. Aber traurig war es doch, dass seine frühesten und liebsten Freunde das alles nicht erlebten. Leers, Ulig und Tausig, Wilhelm Fischer, Ferdinand Heine und Ludwig Schnorr, Marie Muchanoff und Peter Cornelius waren tot, Georg Herwig, Michael Bakunin und August Röckel waren innerhalb des letzten Jahres kurz hintereinander gestorben und Bülow blieb fern. Auch die ihm hätten nutzen können, Baudelaire, Gasperini, Lasalle, tot. Und alle, die Pate gestanden und ihn irgendwann beeinflusst hatten, Karl Simrock, Jakob Grimm und Gervinus, Feuerbach und Schopenhauer waren nicht mehr unter den Lebenden. Ein relikthaftes, neu fremdes Fest und gleich von der Andenkenindustrie mit Beschlag belegt. Es gab Nibelungenmützen und Wagnerkrawatten. In den Gaststätten war der Andrang unerträglich. An den Tafeln blieben die Schüsseln leer, die ermatteten Kellner kamen nicht nach mit dem Laufen. Während des ersten Zyklus wurde mehr von Würstenbier, Schnitzeln und Bratkartoffeln gesprochen als von Musik. Hinzu kam eine drückende Hitze, die der geistigen Anstrengung langer Opernabende mit unbekannten Werken und der täglichen Lektüre dicker Textbücher auch noch die physische Erschöpfung hinzufügte. Auf staubiger Straße pilgerte ein Publikum, für das die Fuhrwerke in der Stadt nicht ausreichten, am 13. August erstmals zur roten Theaterscheune auf den Hügel hinauf. Vor Beginn der Vorstellung verfasste Wagner noch eine letzte Bitte an meine lieben Genossen. Deutlichkeit. Die großen Noten kommen von selbst, die kleinen Noten und ihr Text sind die Hauptsache. Nie dem Publikum etwas sagen, sondern immer dem Anderen. In Selbstgesprächen nach unten oder nach oben blickend, nie geradeaus. Letzter Wunsch, bleibt mir gut, ihr Lieben. Halb sieben füllte sich das Festspielhaus. Der Berliner Kritiker Isidor Kastan sah sich im Publikum um und erblickte alle Zukunftsmusik-Amazonen sozusagen, die Walküren in Zivil, in einem Meer von Entzücken schwimmend. Marie von Schleinitz, die Gräfin Dankelmann, die schöne Marie Dönhoff, die junonische Hildegard von Usedom und all die Malersgattinnen, Berliner Luft auch um Dom, Scholz, Lindau, Ehrlich, die miteinander K. lauerten, bis der Kaiser in ungewohnt bürgerlicher Kleidung die Loge betrat. Sekunden vergingen, bis die Menge ihn erkannte. Die Gasteiner Quellen schienen ihn verjüngt zu haben. Ein Beifallssturm brach los wie ein gewaltiger Orkan und der Kaiser verneigte sich nach allen Seiten. Dann ging für viele überraschend das Licht aus, man sah die Hand vor den Augen nicht. Die Einrichtung für die Gasbeleuchtung des Zuschauerraums war erst am gleichen Mittag fertig geworden, so daß die Regulierung nicht mehr eingestellt werden konnte und anstatt gedämpften Lichts vollkommene Dunkelheit eintrat. Nach dem Vorspiel hob sich der nach den Seiten und oben geraffte Vorhang, die neuartige Bayreuther Blende, und was sich nach der im Ganzen gelungenen Rheinszene mit Karl Hill als alberig ereignete, war nicht gerade erfreulich. Das Rheingold stand unter vollständigem Unstern. Franz Beetz verlor den Ring, lief zweimal in die Kulissen während des Fluches, ein Arbeiter zog bei der ersten Verwandlung den Prospekt zu früh heraus, so daß man die Hinterwand des Theaters und Arbeiter in Hemdsärmeln erblickte. Richard Fricke resümierte, von den Verwandlungen missglückte vieles, und ich kann wohl sagen, auf keiner Probe sind diese Fehler vorgekommen. Zum Schluss wurde Wagner eine halbe Stunde lang gerufen, kam aber nicht. Er saß außer sich in seinem Zimmer, schimpfte auf alle Darsteller, außer auf Hill und mich, welche bei ihm waren, er war nicht zu beruhigen. Verstört verließ er sein, Qualhall. Erst der nächtliche Besuch des Kaisers Dom Pedro des Zweiten in Warnfried konnte ihn wieder aufheitern. Paulindau schrieb, Um gleich die Bilanz des Abends zu ziehen, will ich die Bemerkung vorausschicken, daß es auf mich den Eindruck gemacht hat, als ob die entschiedenen Anhänger Wagners von der Aufführung nicht so befriedigt, wie sie gehofft, und die Gegner Wagners nicht so enttäuscht gewesen seien, wie sie befürchtet hatten. Das traf den Nagel auf den Kopf, und so harrte alles gespannt der Fortsetzung am nächsten Tag. Die Akte der Walküre erschienen den meisten Zuhörern, sofern sie nicht gerade zum engsten Wagner-Kreis gehörten, vor allem zu lang. Die enormen Dimensionen fielen besonders deshalb auf, weil das szenische Arrangement vergleichsweise dürftig war. In der Tat dürfte die Bühnenrealisation zumindest während des ersten Zyklus weit hinter den beiden Münchner Uraufführungen zurückgeblieben sein, was die Presse dazu benutzte, Bayreuth im Ganzen anzuschwärzen, wodurch der Andrang zu den beiden folgenden Zyklen nachließ, und das Defizit sich weiter vergrößerte. Im Siegfried, der wegen Erkrankung von Beetz auf den 16. August hatte verschoben werden müssen, stand Georg Unger in der Titelrolle immer ein wenig im Schatten Karl Schlossers als Mime und Amalie Maternas als Brünnhilde. Lili Lehmann sang den Waldvogel, die intelligente Louis-Jade die Erder, dann aber, seit langem bei Reuter Tagesgespräch, nahte sich der Drache. Es ist ein großes Ungetüm, das mit dem Lindwurm, wie wir Deutsche uns ihn vorstellen, nicht die entfernteste Ähnlichkeit hat, berichtete abermals Paul Lindau. Ohne Flügel ein Mittelding zwischen Eidechse und Stachelschwein mit Haarbüscheln, ein hässliches großes Tier, das die Augen verdrehen, das Maul aufsperren und mit dem Schwanz schlagen kann. Sobald es auf die Bühne geschoben wird, nimmt es wegen seines großen Formates und wegen seiner Ungewöhnlichkeit die volle Aufmerksamkeit in Pacht. Man hört nicht mehr auf die Musik, man hört nicht mehr auf den Gesang, man sieht sich seinen Lindwurm an. Und weiter vermutete Lindau, derjenige, der mit reinem Gewissen die Versicherung geben kann, daß er während der ganzen Lindwurmszene auch nur momentan an der Dichtung und der Musikinteresse genommen, der zu behaupten vermag, daß er während dieser Szene etwas anderes empfunden habe als frivole Neugier, der trete hervor und wage es, den 1500 Zuschauern gegenüber den Mut zu haben, eine ganz unglaubwürdige Versicherung laut auszusprechen. Man denkt nicht mehr an das Kunstwerk, man fragt sich, ob der Lindwurm wohl noch weiter vorgeschoben werden wird, ob er sich emporstrecken, ob er mit dem Schwanze nicht bloß nach links, sondern auch nach rechts schlagen, ob er umfallen kann, wie ihn Siegfried treffen und wie sich das Tier dabei benehmen wird, wenn es den tödlichen Streich empfängt, das sind die Fragen, die den Unbefangenen bekümmern, nichts anderes. Wagner, dem es doch sonst nicht an dem genügenden Selbstbewusstsein fehlt, lässt hier eine Bescheidenheit hervortreten, die ganz erstaunlich ist. Man sollte es nicht glauben, daß ein großer Künstler wie er sich dazu hergibt, zu einer Sehenswürdigkeit, die auf den Jahrmarkt taugt, Musik zu machen, in die Kulisse mit dem Lindwurm. Und so wie Lindau dachten alle. Trotzdem bezeichnete Lindau die Uraufführung des Siegfried als den eigentlichen Sieg Richard Wagners. Man mag sich über die von Wagner vertretene Kunstrichtung selbst denken, was man wolle. Ein jeder, der gestern das Festspielhaus verlassen, hat die tiefe Überzeugung mitgenommen, daß ihm hier das großartige Werk eines großartigen Künstlers geboten wird. Die Götterdämmerung am 17. August, mit Gustav Sier als Hagen, bereitete allen Mitwirkenden viel Schweiß und Angst. Der Einsturz der Giebig Jungenhalle war vollständig misslungen. Die Götterdämmerung ging den erstmaligen Hörern, und das waren alle, außer den engsten Freunden und den Künstlern, über das Fassungsvermögen. Es erschien alles zu lang, kam alles zu oft. Zum zweiten Zyklus, vom 20. bis 23. August, stellte sich auch der neue Leipziger Operndramaturg Angelo Neumann ein. Er war schier überwältigt und versuchte, den Ring sofort für Leipzig zu erwerben. Von dem Wiener Pianofabrikanten Bösendorfer an List empfohlen, verschaffte sich Neumann eines Morgens um neun Uhr Zutritt in Wahnfried. List, der ihn in der Halle empfing, sandte einen Zettel in den Oberstock »Unbegreiflicher«. »Neumann ist da, kommt zur Besprechung herab.« Wagner antwortete mit den Zeilen »Noch unbegreiflicherer«. »Ich bin noch im Hemd, kann daher nicht herabkommen, habe mir aber noch einmal Neumanns Plan überlegt und vermag mich doch nicht von dem Gedanken zu trennen, Bayreuth im nächsten Jahr zu wiederholen.« Er wußte von den Schwächen, nicht nur der Inszenierung, sondern des Werks. Und alle seine Äußerungen der nächsten Monate zielten dahin, daß er in Bayreuth erst das fertige Werk bieten wolle, bevor es in die Welt hinausging. Der Ring war noch nicht fertig. Am 21. August beschwor er König Ludwig II. zum dritten Zyklus nach Bayreuth zu kommen und sicherte ihm zu, daß er von Fürsten und Regierenden unbehelligt bleiben werde. Der König kam unter umständlichen Vorbereitungen. Diesen dritten Zyklus vom 27. bis 30. August erlebte Wagner an der Seite Ludwigs. »Wagner hat erreicht, was noch kein Künstler vor ihm auch nur anzustreben sich vermessen hatte,« schrieb Paul Lindau, Bayreuth, wie wir die Summe all dieser Anstrengungen und Resultate mit einem Wort bezeichnen wollen, Bayreuth ist zwar kein nationales Unternehmen, es ist in seinem eminent persönlichen Charakter sogar die volle Negierung des Nationalen, aber unzweifelhaft ist es die stärkste individuelle Leistung, die zu denken ist. Umso unerträglicher drängten sich denen, die nur um der Kunst willen nach Bayreuth gekommen waren, die Nebenerscheinungen dieser individuellen Tat auf, eine unduldsame Anhängerschaft, Glaube statt Verständnis, Besserwissen und Proselytenmacherei, kurzum, die Sekte. Es gab genug Zeitgenossen, die wie Elisabeth von Herzogenberg den angerichteten Mantsch von Gefühlen durchschauten, die rochen, daß es hier nicht mehr nur um Kunst, sondern um Schwelgerei, Religion, Heiltum, Gottesdienst ging, die erkannten, daß dieser Tisch nicht für uns gedeckt ist. Sie wandten sich ab und bildeten den Kern einer Gegensekte von Ketzern, die meist nicht klüger waren. Sie fühlten sich von der Intoleranz der Rechtgläubigen derart abgestoßen, daß ihnen kaum anderes übrig blieb als atheistisches Eiferertum gegen den neuen Gott. Es herrscht hier eine dienerhafte Unterwürfigkeit, von der man sich kaum eine Vorstellung macht, berichtete Paul Lindau. Wer nicht ganz zu den Orthodoxen gehört, der fühlt sich hier schwül und vereinsamt, wie ein liberaler Berichterstatter in einer Arbeiterversammlung der Lassalianer. Der Wagnerianer Alfred Pringsheim, der künftige Schwiegervater jenes Thomas Mann, der gerade ein Jahr alt in Lübeck das Laufen lernte, Pringsheim bedrohte einen Nicht-Wagnerianer im Gasthaus mit dem Bierseidel, woraufhin er nur noch Schoppenhauer genannt wurde. Dabei ging es meist um Form und Formlosigkeit und um den fragwürdigen Begriff Gesamtkunstwerk. Einer war geblieben und hatte geschwiegen. Zu Beginn der Festspiele nach Bayreuth zurückgekehrt, hielt Nietzsche noch einmal zwei Wochen aus. Man traf ihn meist im schattigen Garten hinter Malbidas Haus, verstimmt und düster gelaunt, den Kopf mit dem zurückgestrichenen braunen Haar nach vorn gebeugt, den Mund unter einem immer dichter wachsenden Schnurrbart verborgen. Der einfach aber sorgfältig gekleidete Mann, der eine leise, fast geräuschlose Art zu sprechen und einen vorsichtigen nachdenklichen Gang hatte, scheute die Menge und die Wagnerianer. Die Mittelmäßigkeit der kleinen Schreiber, für ihn Nol, Pol und Kohl, konnte er nur schwer ertragen. Auf seine eigene Schrift angesprochen, reagierte er fast abweisend. Die Hitze setzte ihm zu. Zuweilen muß er schmerzgequält heftige Ausbrüche gehabt haben. Dem Musiker und Publizisten Dr. Karl Fuchs, der ihn in Bayreuth aufsuchte, sagte er Unhöflichkeiten ins Gesicht, die derart aus der Luft gegriffen waren, daß er sie später zurücknehmen mußte. Fuchs hielt diese Beleidigungen seiner angegriffenen Gesundheit zugute. Auch Hans von Wohlzogen und Ludwig Schemann bezeugten Nietzsche habe ihnen einen leidenden Eindruck gemacht. Nietzsches Schauer, mein Fehler war, daß ich nach Bayreuth mit einem Ideal kam. So mußte ich denn die bitterste Enttäuschung erleben. Die Überfülle des häßlichen, verzerrten, überreizten stieß mich heftig zurück. Und Wagner selbst hatte keine Zeit für ihn. Nietzsche sprach ihn nur selten. Am 27. August reiste er mit Edouard Churé, der zufällig den gleichen Zug benutzte, nach Basel ab. Nach und nach verließen auch die anderen Freunde Bayreuth, zuletzt Mathilde Mayer. Es wurde ruhig in Wahnfried. Wagner zog es nach dem Süden. Er wollte Abstand gewinnen. Noch sprach er mit einer erstaunlichen Sicherheit von den Wiederholungen im nächsten Jahr, wobei ihn einzig und allein das Gefühl beherrschte, fertig machen zu müssen, was an der Einrichtung und Darbietung des Rings unvollendet geblieben war. Am 6. September schrieb er dem Leipziger Theaterdirektor August Förster, Mein Werk ist noch nicht fertig. Erst die Aufführungen haben mich über vieles dabei unfertig gebliebene noch belehrt. Lassen Sie mir Zeit, im nächsten Jahre hier in Bayreuth in sorgfältig korrigierter Gestalt mein Werk nochmals vorzuführen. Von der Hoffnung auf eine Korrektur im nächsten Jahr blieb schon bald nicht mehr viel übrig. Kurz nachdem Wagner mit seiner Familie Bayreuth am 14. September verlassen hatte, erreichte ihn in Verona die erste Abrechnung über das Defizit der Festspiele. Dieses Defizit wuchs allmählich auf 148.000 Mark an. Damit schwand jede Aussicht, das Unternehmen auf der bisherigen geschäftlichen Basis zu wiederholen. In Apel empfing Wagner einen Brief Nietzsches, der seine Blicke und Gedanken ebenfalls nach dem Süden richtete. Der Herbst nach diesem Sommer ist für mich und wohl nicht nur für mich allein mehr Herbst als ein früherer. Hinter dem großen Ereignisse liegt ein Streifen schwärzester Melancholie, aus dem man sich gewiß nicht schnell genug nach Italien oder ins Schaffen oder in beides retten kann. Wenn er sich Wagner in Italien denke, so vergegenwärtige er sich, daß ihm dort die Inspiration zum Anfang der Rheingold Musik gekommen sei, und er wünsche Wagner lauter Anfänge. Sie wissen vielleicht, daß ich auch im nächsten Monat nach Italien gehe, aber nicht, wie ich meine, als in ein Land der Anfänge, sondern des Endes meiner Leiden. Diese sind wieder auf einem Höhepunkte. Es ist wirklich die höchste Zeit. Meine Behörden wissen, was sie tun, wenn sie mir ein ganzes Jahr Urlaub geben, obgleich dieses Opfer für ein so kleines Gemeinwesen unverhältnismäßig groß ist. Sie würden mich nämlich auf eine oder die andere Weise verlieren, wenn sie mir nicht diesen Ausweg eröffneten. Ich habe in den letzten Jahren dank der Langmütigkeit meines Temperaments Schmerzen über Schmerzen eingeschluckt, wie als ob ich dazu und zu nichts weiterem geboren wäre. Wagners verließen im Oktober Neapel und bezogen in Sorrent die Dependance des Hotels Vitoria, vierzig Meter über dem Meer am Felsenrand gelegen. Sie badeten, unternahmen Eselsritte und einen Ausflug nach Capri, bei dem sie auf der Heimfahrt unter Sternenregen das Leuchten des Meeres erlebten. Mitte des Monats schlug das Wetter um, der Sturm peitschte das Meer, es gab Hagel und Gewitter. So stand Nietzsches Reise in den Süden unter ungünstigen Vorzeichen. Schon in Genua mußte er sich mit Kopfschmerz und Erbrechen zu Bett legen. Mal wieder von Meisenburg hatte in Sorrent die Villa Rubinacci gemietet und Nietzsche eingeladen nach Sorrent zu kommen und sich in ihrer mütterlichen Obhut zu erholen. Nietzsche hatte das Angebot angenommen und darum gebeten, zwei Freunde mitbringen zu dürfen, den 20-jährigen von Krankheit gezeichneten Jurastudenten Albert Brenner und Dr. Paul Reh, einen jungen Philosophen, der sich ihm seit kurzem angeschlossen hatte. Am 27. Oktober gleich nach der Ankunft in Sorrent machte Nietzsche mit Mal wieder und Paul Reh in dem nur fünf Minuten entfernten Hotel bei Wagners den ersten Besuch, dem bis zum 6. November einige weitere Besuche und Gegenbesuche folgten. In Nietzsches kleinem Kreis war viel Nachdenken, Freundschaft, Aussinnen, Hoffen, kurz ein ganzes Teil Glück beisammen, wenn der Zugriff des Kopfübels nachließ und ihm teilzuhaben erlaubte. Er schrieb an Menschliches allzu Menschliches und Paul Reh von kritizistischer Radikalität und Kälte an der Schrift Ursprung der moralischen Empfindungen, worin er die Verbindlichkeit moralischer Kategorien noch entschiedener infrage stellte als später Nietzsche. Cosima fand Nietzsche in diesen Tagen sehr angegriffen und mit seiner Gesundheit sehr beschäftigt. Er war wieder sehr schweigsam und blieb zuweilen wohl auch allein in seinem Zimmer, wenn das Wetter ihm zusetzte. Insorrent sahen Nietzsche und Wagner einander zum letzten Mal. Sie reisten über Neapel nach Rom, wo Künstler Empfänge Botschafters Soirenen und Besichtigungen Wagner nur vorübergehend von der Hauptsorge ablenkten. Anfang Dezember ließ er sich in Bologna anlässlich einer Rienzi Aufführung als Ehrenbürger der Stadt feiern. Es war die erste Ehrung dieser Art. Und auch mit den erfolgreichen Ausgaben und Aufführungen seiner frühen Opern lag Italien inzwischen weit vorn. Auch Jessie Lousseau, die jetzt mit dem Schriftsteller Hillebrand zusammenlebte. Schon von Sorrent aus hatte Wagner dem König von Bayern brieflich den Vorschlag entwickelt, das Deutsche Reich solle das Festspielhaus als Eigentum der Nation übernehmen, mit der Auflage an die Stadt jährlich Festspiele stattfinden zu lassen. Dieser Antrag solle von einem Reichstagsabgeordneten oder vom Kanzleramt oder aber vom König im Bundesrat eingebracht werden. Die Kosten würden durch den Verkauf von 1000 Plätzen und durch einen jährlichen Zuschuss des Reiches von 100.000 Mark gedeckt werden, womit das Reich das Recht erhielte, die übrigen 500 bis 600 Plätze gratis an Unbemittelte zu vergeben. So ungefähr sollte der Antrag lauten. Er hat nur einen Schaden, schrieb Wagner, nämlich, dass ich und allem näherliegender wäre es, wenn Bayern und sein König allein ihn ausführten. Er erhielt darauf keine Antwort. So schloß das Jahr der ersten Festspiele in dumpfer Ungewissheit und einzig Nietzsches Weihnachtsbrief an Cosima wurde als erfreulich befunden. Nietzsche schrieb, was vorher elend und trostlos war, ist es auch jetzt noch und was groß war, ist es geblieben. Ja, ist es gerade jetzt erst recht. An Cosimas 39. Geburtstag brachte Wagner in ergreifender Weise einen Toast auf ihre Gesundheit aus, aber sie zog Ich empfinde es, wie viel es mir erstorben ist und wie wenig ich mich um mich zu kümmern habe. Wie viel war ihr erstorben? Was ahnte und was wußte sie wohl? Beinahe von allen unbemerkt hatte sich während der Festspiele eine Liebesromanze abgespielt, die zum reizvollsten, irritierendsten und heiter erschütterndsten in Richard Wagners Leben zählt. Noch einmal, um es auch in Worten mit vollem Orchesterklang vorzutragen, war ihm in Judith Gauthier der Engel erschienen, noch einmal die irdische Erfüllung überwölbend, eine himmlische Liebe widerfahren, ein von glühendem Entzücken begleiteter Sturz in zwei Augen, in die Schönheit eines Gesichts, wie es außer dem Jüngling, der zum ersten Mal vor Liebesergriffenheit weint, nur der alternde Mann erlebt, dem sich in diesem Wiedererscheinen der Jugend unter dem Glanz der Abendsonne alle Träume und Hoffnungen erfüllen oder zu erfüllen scheinen. Cosima kann nicht viel gewußt haben, im äußersten Fall gewahrte sie an ihm eine Veränderung in den Pausen zwischen der Arbeit und der entnervenden Inanspruchnahme durch die Festspiele, ein Abirren seiner Blicke, die nach der Schönheit aus Ambra und Bronze suchten, nach dem diesmal nicht hehren brünnhildischen, sondern sanft verführenden, vollerblühten Weib, in dem sich ihm Jessie und Mathilde noch einmal und in noch vollendeterer Gestalt verkörperten. Nicht eine Spur von Juditsjugend war verloren gegangen, dieser Frau fügte jeder Jahresring noch mehr Zauber hinzu. Sie erschien dem 63-Jährigen mit einem golden überglänzten Antlitz, schwarzen, großen und tiefen Augen und einem leuchtenden Lächeln, abseits vom grässlichsten Trubel als der berauschende Überfluss, den das Leben als Lohn zu bieten hat. Er führte sie durchs Festspielhaus, allein, kletterte mit ihr durch die Dekorationen und hielt ihre Hand. Heimlich trafen sie sich und umarmten einander, tauschten Blicke und Küsse an die Wagner als an den berückendsten Rausch, den höchsten Stolz seines Daseins zurückdachte. Er besuchte sie in dem Haus, das sie bewohnte und das ganz in der Nähe von Warnfried gelegen war. Dort saß er ihr zu Füßen. Ihr Luxus erschien ihm wie orientalische Eleganz. Er atmete ihren Duft, ihre Pariser Parfums. Judith, die ihn noch immer anbetete und verehrte wie in den Tagen von Triebschen, muß von seiner Leidenschaftlichkeit überrascht gewesen sein. Man lache doch nicht über den alten Mann, das unbeholfene Kind, das er war, da auch sie nicht lachte. Mit glühenden Wangen saß sie in ihrer Sofaecke und ließ seine Schwüre über sich ergehen. Er widerstand nicht dem Reiz ihrer wohlgeformten Brüste. Er sank an ihr hin und bedeckte ihren Mund mit heißen Küssen. »Hätte ich sie,« schrieb er ihr am 4. September, als der Abschied nahte, heute Morgen zum letzten Male umarmt, »Nein, ich werde sie wiedersehen. Ich will es, weil ich sie ja liebe. Der einzige erhaltene Brief aus den Bayreuther Tagen, in den späteren wechselt das Sie mit dem Du. Er schrieb diese Briefe in seinem eigenwilligen Französisch, das mehr versteckte als offenbarte. Judit leugnete gegenüber Henri de Regnier, Wagners Drängen in Bayreuth nachgegeben zu haben. Angeblich habe ihr Wagner, so verstand es Regnier, eine Entführung vorgeschlagen. Im Grunde ist es nicht entscheidend, ob sie seine Geliebte wurde, da er sie doch liebte. Allerdings liebte er sie auf eine fast unwirkliche Weise, die ihr früheres Verhältnis zueinander umkehrte, er der Bittende, der Jünger, der ihre Glieder umarmte und sie anschmachtete und von ihren Lippen Kraft trank für sein noch gänzlich unentsiegeltes Werk, sie die strenge berückende Muse, die ihn mit gegürtetem Busen sanft wiederküsste und ihn segnete für Parsifal oder wofür immer. Er setzte sie mit seinen Ausrufen wie mit seinen Briefen in Verlegenheit. Sie hatte sich zwar von Katülmendes getrennt, lebte jedoch mit einem nicht sehr hochbegabten Musiker zusammen, Benediktus, den sie Wagner nicht verschwieg und von dem sie sich nicht zu trennen gedachte. Judith hatte in Wagner einen Brand entfacht, ohne bereit zu sein, ihn zu löschen. Ihm aber diente dies alles zu einer Fiktion von Verliebtheit und abenteuerlicher Verschwörung, die er noch aufrechter hielt, als jede Hoffnung hoffnungslos war, eine Illusion, um sich in schöpferische Laune zu bringen. Wie gern hätte ich eine Zeile von ihnen gehabt, da ich sie doch hier, von meinem Schreibtisch aus, immer vor mir sehe, rechts, auf der Chaiselong, mich ansehend, Gott mit was für Augen, während ich für meine armen Opernsängerinnen Erinnerungsblätter schrieb. Für die Chaiselong erbart er sich dann von ihr eine Decke, die er Judit nennen wollte. Auf ihr wünschte er zu liegen. London im Mai 1877 »Und du hast mich hier nicht besucht«, er seufzte, »O teure Seele, süße Freundin«, später »O wie gern wollte ich sie nochmals küssen, teure, süße«. Einen Teil dieses Briefwechsels, den verfänglichen, besorgte der Bayreuther Bader Bernhard Schnappauf aus der Ochsengasse. Da sie sich nun fernblieben für wie lange, wollte er von ihr wenigstens all das, was einschmeichelt. Nichts verrät seine sexuelle Bindung mehr, gelben Satin, Pompadour. Mit Chamois einer Fleischfarbe war er nicht ganz zufrieden, wäre es nur die Farbe ihrer Haut. Er sandte ihr ein Blatt der Abendmahlsmusik »Nehmet hin meinen Leib« und verlangte Irismilch, White Rose Powder und Parfum. Das alles nährte die Erinnerung. Vielleicht hatte ihre Haut so geduftet. Jetzt stellten die Gedankenverbindung her zwischen dem komponierenden Wagner und Judit in Paris. Er bat um Seide, Ambra, Rose de Bengal, Balsam aus Arabien und türkische Pantoffeln. Am 1. Oktober 1877 an seine Dolcissima Amica »Lieben Sie mich« »Und warten wir dann nicht auf das protestantische Himmelreich, es wird schrecklich langweilig sein. Liebe, Liebe, lieben Sie mich, immer da«. Am 9. 1877 »Ach, ich mache Musik, ich pfeife aufs ganze Leben, auf alle Welt, ich fühle mich geliebt und ich liebe.« Am 15. November 1877 »Warten wir aufs Telefon« und einmal ein deutsches »Du, teure geliebte Seele«. Nun verlangte sie leider, daß er sich die Partituren des Musikers Benediktus einmal ansehen solle, schrecklich, an was für Freunde solche Frauen ihr Herz hängten. Da wollte so einer auch noch gefördert werden. Benediktus sank beträchtlich in seiner Achtung, aber er nahm sich zusammen und beleidigte ihn nicht. Am 5. Dezember 1877 verlangte er telegrafisch von seinem Verlag, daß ihr sofort das Textbuch von Parsifal zugeschickt werde. Und noch im Dezember an sie, o teure Seele, innig geliebte Seele, alles ist so tragisch, alles, was real ist. Schließlich einer der letzten tiefen Anrufe am 4. Januar 1878 Ich umarme sie, Schöne, die ich liebe, teure, angebetete Seele, mein Kind, meine Judit. Nirgendwo bricht sich der Glanz einer Schönheit melancholischer, aber auch nirgendwo intensiver, als in den Briefen eines Alternden. Die Jugend weiß von ihr nichts. Noch einmal hieß es am 6. Februar 1878 Teure, die ich liebe, wenn auch auf Französisch, ich habe den ersten Akt beendet, und dann, warum in des Himmels Namen habe ich sie nicht in meinen Pariser Tagen nach dem Durchfall des Tannhäuser gefunden? Waren sie zu jung um diese Zeit? Schweigen wir, schweigen wir, aber leben, leben wir, ihr Richard. Was wußte Cosima davon? Mit Ausnahme einer Bemerkung war bisher immer zu lesen, es habe zwischen Richard Wagner und Cosima nie eine Auseinandersetzung über diese Affäre gegeben, oder sie sei ihr gänzlich verborgen geblieben. In der Tat, sie ging mit keinem Wort darauf ein. Im Tagebuch findet sich jetzt Schüdi's Namen nicht, nur ein Seufzer ist ihr Am 12. Am 12. Februar 1878 entschlüpft und der ließ sich allerdings eindeutig entschlüsseln. Das Leid, vor welchem mir bangte, blieb nicht aus. Von außen brach es herein. Gott helfe mir! Zwei Tage zuvor, am 10. Februar, hatte Wagner der Freundin in Paris kühl mitgeteilt, er habe Cosima gebeten, sich von nun an, mit ihren Besorgungen zu befassen. Er sei durch Geschäfte gestört und von der Komposition des Parsifal abgehalten. Aber quälen sie sich nicht meinetwegen, was mich bedrückt, wird bald überstanden sein. Seien sie lieb zu Cosima, schreiben sie ihr gut und ausführlich. Es war die wohl delikateste Art, eine Liebesbeziehung an den eigenen Partner zu delegieren. Judith hatte ihre Aufgabe erfüllt, ihn für Parsifal in Stimmung zu versetzen. Entweder hatte Cosima den Briefwechsel entdeckt, oder sie hatte den Bader Schnappauf abgefangen, oder Richard hatte ihr die ganze Affäre gestanden. Sie kam nie mehr darauf zurück. Die Korrespondenz wurde von ihr freundschaftlich geschäftlich weitergeführt, Judith künftig nur beiläufig erwähnt. Im September 1881 erschien sie in einem ziemlich freien Aufputz in Wahnfried und Cosima meinte nicht recht zu wissen, ob ihre Gegenwart Wagner peinlich war. Kein Wort weiter. Es war das Einzige, was Cosimas großen Bund Platz gehörte ihr und sie füllte ihn aus. Am 25. Januar 1877 rief Wagner Cosima zu, ich beginne den Parsifal und lass nicht Eher von ihm als er fertig ist. Worauf sie vor Freude laut lachen musste. Dieser Entschluß mag lange gereift sein, dennoch erscheint er wie ein verzweifelter, fast wahnsinniger Ausbruch ins Schaffen angesichts drückender Schulden, drängender Gläubiger und des uneingelösten Versprechens neuer Festspiele, einer Last, unter der ein anderer zusammengebrochen wäre. Von einer Werkidee beherrscht, machte er sich nie ein Gewissen. Zugleich mußte er sich eingestehen, wie die Dinge lagen. Vorangegangen war ein Besuch des königlichen Kabinettssekretärs de Flipp in Bayreuth. Er schien freundlich gesinnt, als er am 21. Januar eintraf, aber während der Beratungen am nächsten Tag, zu denen Bankier Feustel hinzugezogen wurde und auf Einladung Wagners am Mittag auch Bürgermeister Munker und Feustels Schwiegersohn, der Jurist Adolf Groß, stellte es sich heraus, daß de Flipp zu allen Übernahme oder Rettung der Festspiele schwieg und überhaupt keine Vollmachten oder Anweisungen besaß. Er dankte allen auf das Verbindlichste und reiste wieder ab. Am 28. März schrieb Wagner an den Leiter des Schott-Verlags Dr. Strecker »Ich gedenke den Ring des Nibelungen, nie wieder für meine Rechnung und unter meiner persönlichen Geschäftsführung in Bayreuth aufzuführen, da meine Stimmung und Kraft hierzu nicht mehr ausreicht. So wandte er sich Parsifal zu. Am 14. März begann er mit der Urschrift der Dichtung, bis zum 29. März entstand der erste Aufzug, bis zum 13. April der zweite und bis zum 19. April der dritte. Am 20. April las er Cosima die gesamte Dichtung vor. Die Begeisterung und Erschütterung seiner Freunde und Zeitgenossen, die er mit Lesungen des Parsifal-Gedichts erfreute, darunter einmal sämtliche Delegierten des Patronatsvereins, ist schwer zu verstehen und wohl nur seiner Vortragskunst zuzuschreiben. Denn so poetisch-dichterisch die Konzeption, so genial gefunden und verändert die Figuren, das mythische Gerüst, so tief die innere Handlung des epischen Stücks, das trotz seiner Statik das Theatralische in reinster Gestalt verkörpert, nämlich als Zelebrierung, Fest und Feier, so spröde, ja verblasenformelhaft und schwer erträglich ist die Textur selbst, also das Sprachpoetische. Die Abstrahiertheit des Textes geht bis an den Rand des Unverständlichen. Nichts mehr von der elementaren Frische der frühen Dramen, der zugegebenermaßen oft verqueren, aber kühn zupackenden Urlautwucht des Ring-Idioms oder dem dunkelsüßen Geraune des Tristan, der holzschnitthaften Sprachkunst der Meistersinger, nichts mehr von alledem, stattdessen greisenhaft verschobene Versatzstücke, Sprachbrocken, mühsamer Ausdruck. Es scheint so, als sei es Wagner nur noch auf rhythmisch fixierten Inhalt und auf die Musik angekommen. Mit dieser Dichtung waren endgültig alle Zürcher Theorien zum Wort Tondrama beurlaubt. Seit der ersten Begegnung mit dem Stoff waren mehr als zwei Jahrzehnte vergangen. Wahrscheinlich wurde der Männerbund der Gralsritter erst in diesem Alterungsprozess zum mitleidlosen Elitärverein, der aus seinen Zwängen nur durch den Freien erlöst werden kann, wie die Götter des Rings durch Siegfried. Der Naive der Tat namens Siegfried kehrt im Naiven des Glaubens Parsifal wieder. An die Stelle von Gesellschaftserlösung tritt weit hinaus Messiaserwartung, individualisiert in der Gestalt des heilsbedürftigen Amphortas, der von seiner in Sünde empfangenen Wunde nicht genesen kann. Wagner macht sie zur Seitenwunde der Christuspassion, während sie im Urtext eine Verwundung des Geschlechts ist. Der christlich-orthodoxe Vorwurf, auf der Bühne würden die christlichen Symbole theatralisch verfremdet und entweit, ist ebenso kunstfremd, wie die seit Nietzsches Spätschriften datierende Behauptung, Wagner sei vor dem christlichen Kreuz auf die Knie gebrochen, weil er die Mysterien des Christentums auf die Bühne gebracht habe. Von seiner Christlichkeit, die ihm die Akzente seiner Werke eingebe, hat Wagner bereits 1869 noch während der Komposition des Siegfried gesprochen. Daran war nichts Neues. Er verstand darunter mehr oder weniger den Geist des Abendlands. Nur glaubte der alte Zauberer eigentlich nicht an Gott. Er könne sich Gott nicht vorstellen. Nur das Göttliche, sagte er in Bayreuth zu Cosima. Die entscheidenden Worte, mit denen Wagner selbst Auskunft gab zum Problem der religiösen Theatersprache seines Bühnenweihfest Spiels leiten 1880 seine letzte Hauptschrift Religion und Kunst ein. Man könnte sagen, daß da, wo die Religion künstlich wird, der Kunst es vorbehalten sei, den Kern der Religion zu retten, indem sie die mythischen Symbole, welche die erstere im eigentlichen Sinne als wahr geglaubt wissen will, ihrem sinnbildlichen Werte nach erfasst, um durch ideale Darstellung derselben, die in ihnen verborgene tiefere Wahrheit erkennen zu lassen. Das gilt in vollem Umfang für Parsifal. Was seine Erlösungsmystik anzeigt, ist die beschwörende Verneinung des Willens, ein symbolisiertes Erlöschen. Es war das einzige Werk, das rein aus dem Geist Schopenhauers erwuchs, als Nietzsche sich längst von Schopenhauer abgewandt hatte. Es ist die gewaltig überstilisierte Absage an das zivilisatorisch-optimistische Jahrhundert und seine reale Wirklichkeit. Insofern ist es richtig, von einem Weltabschiedswerk zu sprechen. Unvorstellbar war die Qual, daß er sich jetzt mit 64 Jahren noch immer des Geldes wegen dieser Realität aussetzen mußte. Von den Bayreuther Kassenverwaltern und Aufsichtsräten gedrängt, schloß er mit dem Büro Hodge und Essex einen Vertrag über eine Konzertreihe in der 10.000 Personen fassenden neu erbauten Londoner Royal Albert Hall, ohne zu erfahren, daß 2000 der teuersten Plätze in der Albert Hall den Aktionären gehörten und daher gar nicht zu verkaufen waren. Derartige Fehlberechnungen schienen der Fluch seines Lebens zu sein. Sollte, so drohte er an, trotz seines Einsatzes, trotz Subskriptionsaufrufen wieder alles fehlschlagen und das Defizit nicht zu decken sein, so sei er entschlossen, mit Amerika abzuschließen und sein Bayreuther Grundstück zum Verkauf anzubieten. Am 1. Mai 1877 traf er mit Cosima in London ein, das ihm wie der Traum Alberichs vorkam. Zwischen 7. und 29. Mai dirigierte er gemeinsam mit Hans Richter acht Konzerte. Wagner wirkte überanstrengend. Die Sänger waren zum Teil indisponiert und trotz des imposanten Orchesters von 169 Musikern und eines gewaltigen Zulaufs erfüllten sich weder die künstlerischen noch die finanziellen Erwartungen. Königin Victoria, die Wagners Musik nicht liebte, gab mit dem Prinzen Leopold dem deutschen Komponisten am 17. Mai eine Audienz in Schloss Windsor. Ihr Mann, Prinz Albert, war 1861 gestorben. Nach dem Essen kam der große Komponist Wagner, auf den die Leute in Deutschland ziemlich verrückt sind, schrieb die Queen etwas mokkant. Ich hatte ihn zuletzt mit dem lieben Albert 1855 gesehen, als er ein philharmonisches Konzert dirigierte, er ist alt und beleibt geworden und hat ein kluges, aber kein angenehmes Gesicht. Er floss von Dankes Bezeugungen über und ich sagte, es tue mir leid, bei keinem seiner Konzerte dabei gewesen zu sein. Wagner dachte von ihr übrigens nicht besser, am 18. Januar 1880 drückte er Cosima gegenüber seinen Ärger aus, dass die dumme Büchse die Königin nicht abdanke und dadurch den Prinzen von Wels zu einem absurden Leben zwänge. Früher wären die Söhne wenn Majoren Vormünder ihrer Mütter geworden. Am 4. Juni reißten sie wieder ab, mit 700 Pfund Gewinn, das war nur ein Zehntel des Bayreuther Defizits. Um sich zu erholen trat Wagner mit Frau und Kindern eine Kur in Bad Ems an, wo es zu einer Wiederbegegnung mit den beiden Mathilden seines Lebens kam, Mathilde Wesendonk und Mathilde Meyer. Sonst verkehrte er mit niemanden, wie ein Zeitungsbericht versicherte. Bald nach 5 Uhr steht er auf, promeniert, besucht das Frühkonzert, frühstückt und arbeitet. Nachmittags 4 Uhr sieht man die ganze Familie im Konzert der Kurkapelle. Der Dirigent hat immer einige hübsche Nummern von Wagner im Programm. Im Garten wird abends gespeist. Um 9 Uhr allgemeiner Rückzug. Auf der Promenade überreichte Siegfried am 16. Juni dem Kaiser Wilhelm einen Blumenstrauß. Gesundheitlich half die Kur in Bad Ems Wagner gar nicht. Es blieben die Hauptleiden, Trägheit des Unterleibs, Aufgetriebenheit und schmerzhafte Winde. Es scheint mir eben alles schief zu gehen, schrieb er seinem Arzt. Am 2. August 1877 hörte Cosima überrascht die ersten Melodien zu Parsifal aus dem Arbeitszimmer. Die Melodie des Abendmahls Spruches spielte er ihr am 10. August vor, und schon am nächsten Tag war die Hauptstelle »Nehmet hin mein Blut um unsere Liebe willen, nehmt hin meinen Leib, auf das ihr mein gedenkt, gänzlich da. Die Schmerzen des Amphortas seien darin enthalten«, kommentierte er. Am 15. September sprach er zu den Abgesandten des Bayreuther Patronats auf der Bühne des Festspielhauses und gab ein schlimmes Resümee, es sei wie nichts gewesen. Wir sind in einem schrecklichen Zustände. An eine Hilfe von Seiten des Reichstags ist nicht zu denken. Im Reichstag ist nicht ein Mensch, der weiß, worum es sich für uns handelt. Bismarck würde wohl sagen, wenn wir eine Unterstützung begehrten, Wagner hat genug gehabt. Viele Fürsten, der Kaiser selbst war da, um seine Aufführungen zu besuchen, wohin will der Mann? Wir sind ganz ohne Stütze von dieser Seite. Wir dürfen auf keinen derartigen Beistand rechnen, um uns das Defizit vom Halse zu schaffen. Seinen Lieblingsplan einer Hochschule begründete er damit, Sänger, Musiker und Dirigenten zur richtigen Ausführung ähnlicher Werke wahrhaft deutschen Stiles verständnisvoll zu befähigen, und kündigte die Aufführung aller seiner Werke in Bayreuth, beginnend mit dem fliegenden Holländer, für die Jahre 1880 bis 1883 an, was in Anbetracht seines Lageberichts tollkühn und völlig unrealistisch zu nennen war. Erstaunlich schnell kehrte er nun zur Arbeit zurück. Schon am Montag, dem 17. September erschien es Cosima, als habe er mit der Kompositionsskizze des Parsifal begonnen, der er die Orchesterskizze diesmal in fast paralleler Nacharbeit folgen ließ. Besuche und eine Zahnoperation hielten Wagner nur noch wenige Tage vom Komponieren ab. Am 24. September sagte er zu Cosima, es sei ihm, als ob er immer ganz von Neuem beginne, Musik zu machen. Der Parsifal erzwang sich seine eigene musikalische Form. Zwei Tage später spielte er Cosima das Parsifal Vorspiel bereits aus der ersten Orchesterskizze vor, und sie empfand darin das Ineinander des Mystischen und Ritterlichen. Schon experimentierte er mit dem Stimmenklang. Um das seelische Immaterielle zu verwirklichen, dürften die Abendmahlsworte nicht Mann, nicht Weib sein. Er werde eine Mischung von Stimmen bringen, ein Neutrum im höchsten Sinne des Wortes. hatte er schon einige Akzente für Kundry. Im Oktober machte ihm der Zug der Ritternot. Jeden künstlichen Einfall suchte er auszuschalten. Es sollte auch der hineingefügte Gesang des Gurnemanns klingen, als ob es so sein müsste. Am Nachmittag des 13. November rief er Cosima in den Saal, um ihr den Beginn von Gurnemanns Erzählung vorzuspielen, die er dann am 23. November beendete. Während die musikalischen Umrisse des Werks bereits hervortraten, empfingen um die Jahreswende unter anderem Ludwig II. und Franz List die abgeschlossene Dichtung des Parsifal. Bei Nietzsche traf das Textbuch am 3. Januar 1878 ein. Zum folgenreichsten der Wagner- und Nietzsche- Geschichtsschreibung gehören die Legende von der Parsifal-Widmung Wagners an Nietzsche und das Verschweigen und Bagatellisieren eines Briefwechsels. Die Legende, die eine lässliche Sünde war, hat Nietzsche selbst in die Welt gesetzt, mit einer jener Ungenauigkeiten, die er aus Gründen der Wirkung liebte, Richard Wagner, Oberkirchenrath. Das Verschweigen betrifft den wirklichen Anlaß für die offene, in die Ewigkeit nachgeschleuderte Absage Nietzsches an Wagner. Für diesen Anlaß trat dann Parsifal ein, der angebliche Kniefall vorm Kreuz. So hat es die Nachwelt für wahrgenommen und beides, die Legende und die Vertauschung des tiefsten Anlasses, hat sich anscheinend unauslöschlich ins Bewusstsein eingegraben. Beteiligt waren an dieser Korrespondenz ein Wahnfried ergebener Frankfurter Arzt, der auf ungeheuerliche Weise seine ärztliche Schweigepflicht brach, ein um Nietzsches Gesundheit zunächst ehrlich besorgter Freund, Richard Wagner, der die Indiskretheit allerdings selbst für heutige Verhältnisse bis ins Peinliche und Unerlaubte trieb und Nietzsche selbst, der die beiden zusammenbrachte. Wagner erfuhr hier schwarz auf weiß und ärztlich beglaubigt, daß sich Nietzsche in der Jugend infiziert hatte, daß er unheilbar krank war, daß Nietzsche in Italien den Koitus ausgeübt, d.h. kleine italienische Straßenhuren auf sein Zimmer bestellt hatte, was Wagner vermutlich allerdings bereits in Neapel gehört hatte oder von Malvida wußte. Hatte er es noch nicht gehört, so wird er mal wieder bei nächster Gelegenheit danach gefragt haben. Kein ernsthafter Nietzsche Biograph wagt es im Übrigen zu bezweifeln. Nietzsche kam von seinem frühen Bordellerlebnis nicht los. Nietzsche hat von diesem Briefwechsel zwischen seinem Arzt und Wagner erfahren. Ungewiß bleibt nur, wann und von wem. Wahrscheinlich ist, daß der Briefwechsel in Wahnfried nicht sicher genug verwahrt wurde und nicht geheim blieb, daß einer davon sprach. Vermutlich nicht Richard Wagner selbst, der nach den ersten Anzeichen von Nietzsches Entfremdung und Abkehr über den verlorenen Freund schwieg wie ein Grab, sondern ein anderer. Geredet wurde spätestens während der Festspiele 1882, als auch Nietzsches Schwester Elisabeth und Lou von Salomé Bayreuth besuchten und die Hotels und Privathäuser von Klatsch und Gerüchten summten. Lou von Salomé freundete sich damals mit Paul von Jukowski an, was Elisabeth ihrem Bruder hinterbrachte und auch Jukowski, der inzwischen zum engsten Wahnfried Kreis gehörte, mag eingeweiht gewesen sein. Auf welchem Wege die Informationen auch immer zu Nietzsche gelangten, daß er sie erhielt, ist beweisbar. Kurz nach Wagners Tod am 22. Februar 1883 schrieb er an Franz Overbeck »Wagner war bei Weitem der vollste Mensch, den ich kennenlernte, und in diesem Sinne habe ich seit sechs Jahren eine große Entbehrung gelitten, aber es gibt etwas zwischen uns beiden wie eine tödliche Beleidigung, und es hätte furchtbar werden können, wenn er noch länger gelebt haben würde. Was er damit meinte, erklärte er dem Musiker Köselitz, den er selbst Peter Gast getauft hatte, am 21. April 1883. Wagner ist reich an bösen Einfällen. Aber was sagen Sie dazu, daß er Briefe darüber gewechselt hat, sogar mit meinen Ärzten, um seine Überzeugung auszudrücken, meine veränderte Denkweise sei die Folge unnatürlicher Ausschweifungen, mit Hindeutungen auf Pederastie. Wagner wußte zu viel. Und Nietzsche wußte, was Wagner wußte. Vor allem aber wußte Nietzsche, was Frau Cosima wußte, die meistverehrte Frau. Welch verquickende Scham! Der Stachel der Beleidigung, den der Briefwechsel zwischen Wagner und Nietzsches Arzt Dr. Eiser darstellte, saß zu tief. Diese Wunde konnte nicht heilen, nicht einmal nach Wagners Tod, denn nun war niemand mehr, den er zur Rechenschaft ziehen konnte, kein Gericht, das die Klage annahm, kein Richter, nur noch die Ewigkeit. Wie wenig der wüste Versuch gelingen konnte, sich von dem Trauma, das Wagner hieß, zu befreien, zeigt das ständige Einbekennen hoher Reize von nun an bis ans Ende. Nicht Wagner tat Nietzsche weh, sondern sich selbst, wenn er schmähte. Auf fremden Wegen in immer kühnere Spekulationen, immer grausamere Abenteuer des Geistes verstrickt, rüttelte er an seinen Fesseln und lehnte sich auf. Als Parsifal bei ihm eintraf, schrieb er längst an Menschliches Allzumenschliches mit den kritischen Anspielungen auf Künstler und die Frauen solcher Künstler, die sich als Opfertiere hingeben. Ursprünglich hieß es statt Künstler einfach Wagner. Als er den Gedanken einer anonymen Publikation auf Drängen seines Verlegers aufgeben mußte, ersetzte er den Namen. Die Eingeweihten wußten ohnehin Bescheid. Oder hielt er das nicht für möglich? Warum sonst schickte er die Schrift mit der herzlich naivsten Widmung dem Meister und der Meisterin? Nietzsches Schrift traf am 25. April 1878 in Warnfried ein, und Wagner entschloss sich, sie nicht zu lesen, erlag aber der Versuchung dann doch. Als Nietzsche von Wagners Betroffenheit erfuhr, klagte er in einem Brief an Peter Gast vom 31. Mai 1878, Wagner hat eine große Gelegenheit, Größe des Charakters zu zeigen, unbenutzt gelassen. Wer von beiden konnte das zugeben? Sie begannen einander im Licht zu stehen. Das Jahr 1879 war für Nietzsche die Hölle. Er verbrachte 118 Tage des Jahres mit schweren Anfällen von Kopf, Augenschmerz und Erbrechen. Am 29. Dezember schrieb er, er sei vor Schmerz und Erschöpfung halbtot. Und er litt an Wagners Ferne. Ich denke in einer dauernden Dankbarkeit an ihn, schrieb er am 14. Januar 1880 an Malwieder von Meisenburg, denn ihm verdanke ich einige der kräftigsten Anregungen zur geistigen Selbstständigkeit. Frau Wagner, Sie wissen es, ist die sympathischste Frau, der ich im Leben begegnet bin. Der makabre Hintergrund, vor dem die Ariadne Dionysos-Tragödie ablaufen sollte, deutete sich an. Nachklang einer Silvesternacht oder eine triebschiner Phantasmagorie, etwas, das er nicht vergessen konnte. In den Luzerner Tagen des Mai 1882 saß er mit Lou von Salomé noch einmal draußen am Triebschiner Ufer, schweigend, in schwere Erinnerungen versunken, dann, mit dem Stock im feuchten Sande zeichnend, sprach er mit leiser Stimme von jenen vergangenen Zeiten. Und als er aufblickte, da weinte er. Rieser von Schirndorfer erinnerte sich eines Morgenspaziergangs mit Nietzsche am Silser See 1884 bis zu Nietzsches versteckt gelegenem Ruheplatz. Hier begann er wieder sein Lieblingsthema anzuschlagen, diesmal nur tief trauernd, mit Tränen in den Augen, den unersetzlichen Verlust der einstigen Freundschaft Wagners beklagend. In einem Konzert in Monte Carlo hörte er später einmal ausgerechnet das Parsifal-Vorspiel und äußerte sich in einem Brief vom 21. Januar 1887, rein ästhetisch gefragt, hat Wagner je etwas besser gemacht? Die allerhöchste psychologische Bewusstheit in Bezug auf das, was hier gesagt, ausgedrückt, mitgeteilt werden soll, die kürzeste und direkteste Form dafür, jede Nuance des Gefühls bis aufs Epigrammatische gebracht, eine Deutlichkeit der Musik als deskriptiver Kunst, bei der man an einen Schild mit erhabener Arbeit denkt, und zuletzt ein sublimes und außerordentliches Gefühl, Erlebnis, Ereignis der Seele im Grunde der Musik, das Wagnern die höchste Ehre macht, eine Synthesis von Zuständen, die vielen Menschen, auch höheren Menschen, als unvereinbar gelten werden, von richtender Strenge, von Höhe im erschreckenden Sinne des Wortes, von einem Mitwissen und Durchschauen, das eine Seele wie mit Messern durchschneidet, und von Mitleiden mit dem, was da geschaut und gerichtet wird. Dergleichen gibt es bei Dante, sonst nicht. Ob je ein Maler einen so schwermütigen Blick der Liebe gemalt hat, als Wagner mit den letzten Akzenten seines Vorspiels? Kann man die Musik des Parsifal-Vorspiels genauer, schöner, treffender beschreiben als Nietzsche? Hat je einer Wagner besser verstanden? Indessen revoltierte er weiter gegen seine einstigen Ideale, denn Renegaten kommen nie los. Sie leben nur noch tiefer, weil unglücklich. Er hörte nicht auf zu argumentieren für und wieder, und das war ein Argumentieren, das der positiven und negativen Akzente ohne Verlust an deskriptiver Treffsicherheit hätte durchaus entraten können. Es enthielt bis hin zu der Fall Wagner und Nietzsche kontra Wagner lange nach Wagners Tod und kurz vor dem psychischen Erlöschen seine subjektive Wahrheit. Und daher trug es bei schneidender Hellsicht seinen eigenen Widerspruch stets in sich. Es war der Passion letzter Abschnitt. Der heimliche Traum brach im Januar 1889 in den Wahnsinnszetteln durch. Er identifizierte Cosima, die sich dem falschen Gott geopfert hatte, mit Ariadne. Ariadne, ich liebe dich. Das sandte er ihr nach Bayreuth. Er, Dionysos, setzte sich an Wagners Stelle, den er entthronte wie ein Sohn den Vater, um das geteilte Reich zu einen. An Jakob Burghardt schrieb er, der Rest für Frau Cosima. Ariadne, von Zeit zu Zeit wird gezaubert. In der schiefen Freund, Zuletzt war ich vielleicht auch Richard Wagner. Durch nichts könne es ihm ausgeglichen werden, hatte er Peter Gast am 13. August 1880 mitgeteilt, dass er in den letzten Jahren der Sympathie Wagners verlustig gegangen sei. Er träume immer noch von ihm, und zwar im Stile des einstigen Zusammenseins. Das ist nun vorbei, und was nützt es, in manchen Stücken gegen ihn Recht zu haben. Er hatte Recht gehabt, in Psychologizis, in hundert Ausfällen gegen den Carliostro der Modernität, den alten Zauberer, Mimen, Szeniker, gegen den er sich in tiefster Verachtung des Theaters und der Massenkunst abgrenzen mußte, den er aber doch im selben Atemzug als Ausdruckskünstler und Meister der kleinen Stellen und Übergänge feierte, indem er ihm bescheinigte, er habe das Sprachvermögen der Musik ins Unermessliche vermehrt. Er behielt Recht, wenn er den Musikdramatiker als Epiker entlarvte und behauptete, alle seine Heroinen seien zum Verwechseln Madame Bovary ähnlich, worauf die Wagnerianer aufheulten. Nur hat das zwanzigste Jahrhundert gerade darin Wagners spezifisches Genie erkannt. So enthielten alle die grellen Beleidigungen einen Kern von Wahrheit, in ihrer radikalen Pietätlosigkeit entsprangen sie dem Willen Nietzsches, allem zu entsagen, was er verehrte. Ich denke, ich kenne besser als irgendjemand das Ungeheure, das Wagner vermag, die fünfzig Welten fremder Entzückungen, zu denen niemand außer ihm Flügel hatte. Und so wie ich bin, stark genug, um mir auch das Fragwürdigste und Gefährlichste noch zum Vorteil zu wenden und damit stärker zu werden, nenne ich Wagner den großen Wohltäter meines Lebens. Das wird gelegentlich zitiert, aber erst der folgende Satz enthält die ganze Wahrheit. Das, worin wir verwandt sind, das wir tiefer gelitten haben, auch aneinander, als Menschen dieses Jahrhunderts zu leiden vermöchten, wird unsere Namen ewig wieder zusammenbringen. Und so gewiß Wagner unter Deutschen bloß ein Missverständnis ist, so gewiss bin ich's und werde es immer sein. Alter ist stehende Zeit. Ein langer Augenblick. Jahre von kurzer Dauer. Ein einziges Nachspiel. Zum Raum wird hier die Zeit. Große Elemente, denen die Erzählzeit des Präsens entspricht. Es geschieht. Aber es geschieht ohne Veränderung, ohne wesentlichen Einschnitt. Ein äußeres Ereignis mehr oder weniger, was macht es? Dieses Alter ist tägliche Inspiration und Ausführung. Das kann Glück bedeuten, ist es wohl auch, abgesehen von den Schmerzen, dem sich verschlimmernden Zustand, der unter Selbsttrost und Zureden jede Woche einmal wie eine leichte Besserung aussieht, bis nichts mehr zu bessern ist. Aber die Pausen zwischen den Anfällen spiegeln eine extreme Befriedigung vor. Vielleicht sind die Parsifal-Jahre wirklich die glücklichsten im Leben Richard Wagners. Die Krankheit zum Tode widerlegt nicht die Stunden des Gelingens am Schreibtisch, aus denen Glück besteht. Und das wird so bleiben bis zuletzt, ein Hinauszögern des Vollendungszaubers. Es kommt nichts mehr hinzu, bloß ein paar Bilder, Landschaften und Figuren, soweit die Welt sie für ihn bereithält, außer den einen Menschen, die eine Frau, die immer besorgt zusieht, beklommen, ob er es noch vollenden wird. Ich lebe jetzt die glücklichste Zeit meines Lebens, schreibt er an den König. Und auf Cosimas Frage, ob er zufrieden sei, antwortet Wagner am 25. März 1878 grenzenlos. Diese Antwort und der Akzent, in welchem er sie gab, schreibt Cosima, überströmten mich mit einem Wohlgefühl, mit welchem ich abends vom Wachen zum Schlaf selig überging. Er ruhte sanft neben mir, das grenzenlos tönte in meinem Herzen. Wie abgeschiedener, nie wiederkehrender Geister gedachte ich alle Schmerzen und genoss des höchsten Augenblickes. Mit einem Mal verändert sich auch der Ton ihrer Tagebücher. Er wird ruhiger, ausgeglichener, noch in der Sorge. Beinahe Takt für Takt verzeichnet ihr Journal den Entstehungsprozess des Parsifal und lässt erkennen, um wie viel komplizierter er verläuft als bei früheren Werken. Zwischen erster Bleistiftskizze und Instrumentierung kommt es mehrfach zu Veränderungen, denen sich auch der Text anpassen muss, zur Umschichtung von Motiven, zu Dehnung und Kürzung und klärender Vereinfachung der Modulation. Der alternde Wagner strebt eine Konzentration der Musiksprache an, die ihn ständig nach dem prägnantesten und elementarsten Ausdruck suchen lässt. Er schreibt dieses Werk aus den Erfahrungen des Jahres 1876 für die Akustik des Festspielhauses. Die Spekulation Parsifal sei eine Art Summe und Nachklang der früheren Werke verbietet sie schon aus diesem Grund. In den täglichen Kommentaren zur Entstehung zieht Wagner nur wenige dramaturgische Parallelen zum Ring. Gelegentlich wird Wotan mit Tittorell alberig mit Klingsor verglichen. Ansonsten Abgrenzung, vor allem im Bereich der Instrumentation. Wagner betont die Einfachheit im Gegensatz zur reichen Figuration des Rings. Das stetige Fortschreiten täuscht ihm sogar vor, nach dem Parsifal seien noch die Sieger möglich. Freitag, 11. Januar 1878, gegen Mittag sagt er mir, es ginge ihm so gut, dass er gleich nach dem Parsifal die Sieger komponieren wolle, um diesen Zustand nicht aufhören zu sehen. Lautloser Wellenschlag der Zeit, der an den Rändern der Tage das Entstandene in schmalen Schichten ablegt. Am 27. März 1879 teilt er dem König mit, ich nahe mich der Vollendung der musikalischen Ausführung meines Gedichtes. Während es mich unruhig drängt, meiner etwas angegriffenen Kräfte Herr zu werden, um die Vollendung der Kompositionsskizze, womit ja die Erfindung der Musik für alle Zeiten festgestellt ist, zu fördern, hält mich ein anderes Gefühl von diesem Eifer zurück, mit welchem ich mir sage, Thor, bist du so eilig, die über alles elendtäuschende tiefe Befriedigung wieder zu verscheuchen, welche während dieser Arbeit dich einzig über die Welt und ihren Jammer hinweg schwebend erhielt? Am 16. April 1879 schließt er die Kompositionsskizze, am 26. April auch die Orchesterskizze. Auffällig häufig warnt er in dieser Phase der Arbeit vor musikalischem Gefühlsrausch. Jede Spur davon sucht er zu tilgen. Das Werk ist durchkomponiert, die Erfindung abgeschlossen. Man hat bei dieser Musik, wenn man sie zuerst hört, und man hört sie immer zuerst, den Eindruck, es erstarre alles zu früh im formelhaften Nebeneinander. Die Frische des Einfalls habe doch nachgelassen. Die Inspiration des Künstlers sei der Routine des Könners gewichen. Aber hört man genauer zurück und überdenkt, so nimmt Takt für Takt an Neuigkeitswert zu. Das Fortschreitende verändert die Erfahrung des Gehörten, und die Eigensprache des Werks mutet an wie ein Greisen-Avangardismus, für den es in der feurigen Kunstsprache der Jungen kein Äquivalent gibt. Das Kühne im Gewand souveräner Gelassenheit. Das deutsche Tempo sei der Gang, das Andante, heißt es in Wagners Aufsatzreihe »Deutsche Kunst und deutsche Politik«, und das trifft ja wohl auf Parsifal in extremer Weise zu. Die allegorischen Motive, wenig an der Zahl, werden versetzt und wirken asketisch in der Art ihrer Reihung. Manches ist absichtsvoll ungebeugt, eine Einfachheit, die auf Gustav Mahler voraus zeigt. Archaik und Moderne, so zeigt die Kunst wieder ihr Janusgesicht. Auch die Bläsermischung, ihr abgeblendetes Licht, ist etwas durchaus Ungehörtes. Fahle Farben, die an den Zentralstellen wie angespannte Nerven in Glut übergehen, in ein intensives Leuchten, das sofort wieder ins Dunkel zurücksinkt. Darin klingt dann doch schon Jugendstil, eine olivgrüne bis rotbraune Blumenornamentik. In erstaunlicher Weise kontrastiert dazu oder kontrastiert nicht jene Passionsformensprünge, die sich sogar in einigen melodischen Ausdrücken deutlich klicklich an Sieppch anlehnt. Nie kam Wagner Bach näher als im Parsifal. Und seit Cosimas Tagebücher gedruckt sind, weiß man auch, wie vertraut er mit Bach umging. Er kannte nicht nur die Matthäuspassion genau und studierte sie. Er hat in den Parsifaljahren auch die Choralvorspiele und Fugen, die Kantaten und Motetten gründlich vorgenommen und in Bach die musikalische Grundsprache der Welt entdeckt. Er hielt ihn für den eigentlichen Musiker. Bachs Musik, das verhalte sich wie Sanskrit zu anderen Sprachen. Es sei ein in sich vollkommenes. Diese Aneignung konnte nicht ohne Einfluss auf die musikalische Ausformung des Parsifal bleiben. Das Defizit der Festspiele betrug im Januar 1878 noch immer 98.028 Mark. Damit Wagner den Parsifal in Bayreuth aufführen konnte, bedurfte es eines neuen königlichen Entgegenkommens, das nach verschiedenen vergeblichen Verhandlungen und einer leidenschaftlichen, brieflichen Intervention Cosimas bei Ludwig II. endlich am 31. März 1878 in einem Vertrag seinen Niederschlag fand. Mit diesem Vertrag stellte der König das Hoforchester und das Personal des Hoftheaters für die erste Aufführung des Parsifal in Bayreuth zur Verfügung. Dafür lieferte Wagner den Parsifal an das Münchner Hoftheater aus und übertrug das unbeschränkte Recht der Aufführung an die königliche Hoftheaterintendanz ohne weiteres Recht auf Tantiemenbezug, bis die Bayreuther Darlehensschuld an die königliche Kasse zurückvergütet war. Jeder Kompromiss hat bekanntlich zwei Seiten und mit einer davon konnte sich Wagner gewöhnlich näher finden. Gleichwohl erledigte er jene posthumen Bestrebungen von Wahnfried durch eine Lex Cosima im Reichstag, den Parsifal einzig und allein für die Bayreuther Bühne zu reklamieren. An eine Aufführung im Jahr 1880 war indessen, so teilte Wagner den Mitgliedern des Bayreuther Patronats im Juli 1879 mit, nicht zu denken. Die Partiturarbeit stand ja noch bevor. Ihr ging ab dem 7. August 1879 das Taktlinieren der 30 reigen Partiturseiten voran, das sich über mehr als ein Jahr erstreckte. Die Orchesterskizze war mit Zahlen und Zeichen für Systeme und Instrumente bedeckt und nach ihnen zog er jetzt die Taktstriche, wobei die Einteilung bereits im Vorhinein die Instrumentierung enthielt, sodass er behauptete, ein anderer könne danach die Partitur schreiben. Nur selten mußte er beim Ausarbeiten radieren oder Korrekturen anbringen, soweit er nicht Details verwarf und wegließ, was vorkam. Schon nach Abschluss der Kompositionsskizze des Parsifal war Wagner von neuen Depressionen heimgesucht worden. Das Wetter, seine Lage, die enormen Ausgaben bedrückten ihn. Die Ärzte empfahlen einen Klimawechsel und ein längerer Aufenthalt in Italien wurde beschlossen. Spätestens hier kann man sich einmal fragen, woher das Bargeld kam, trotz all der Defizite und Schulden, womit sie also reisten, den Haushalt bestritten, Gäste bewirteten. Der Festspieletat unter Aufsicht des Verwaltungsrats war streng separiert. Wagner bezog jedoch, außer gelegentlichen Reisespesen aus der königlichen Kasse, regelmäßig und zunehmend Tantiemen aus den Aufführungen seiner Werke, deren Rechte er fast nie verlagen, zum großen Teil Agenten und teilweise auch gar niemandem übertragen hatte. Es war ein ziemliches Durcheinander. Nach einer Silvesterfeier mit Lehnbach, Hermann Levy und dem neuen Hofsekretär von Bürkel im Münchner Hotel Marienbad verließ Wagner mit Familie und Personal Deutschland, um erst im Spätherbst des Jahres 1880 zurückzukehren. Am 4. Januar fiel Wagner in Neapel ein und bezog die Villa Dangri am Pusillib nahe dem Meer, mit Aussicht auf die Stadt und den Golf. Eine Fahrsche wand sich ein paar hundert Meter zum Wohnhaus hinauf, hinter dessen Säulen sich eine stattliche Zimmerflucht verbarg, und an der Rückseite schloß sich ein angenehmer Spazierweg an, der durch Garten und Park zur Palme hinaufführte, dem höchsten Punkt des Terrans. »Neapel ist meine Stadt«, rief Wagner aus, »hole der Teufel die Ruinen, hier lebt alles.« Doch schon Ende Januar wurde sein Wohlbefinden durch eine Gesichtsrose getrübt, die vermutlich allergischer Natur war. Die Arbeit schritt nicht voran. Wagners Aufenthalt in Neapel sprach sich schnell herum. Am 18. Januar war der russische Maler Paul von Jukowski, der mit dem befreundeten amerikanischen Dichter Henry James in der Nähe logierte, zum ersten Mal in der Villa Dangri zu Gast. Am 9. März stellte sich der junge Musiker Engelbert Humperdinck ein, der sich mit einem Mendelssohn-Stipendium auf einer Studienreise durch Italien befand. Wagner lud ihn ein, auf der Rückreise von Sizilien wieder vorbeizukommen. Nachdem Jukowski sich von Henry James getrennt und zu dessen Unverständnis sich mit dem kleinen italienischen Freund Pepino dem Hofstaat Wagners angeschlossen hatte, vervollständigte sich der Warnfriedkreis. Jukowski wurde als Bühnenbildner des Parsifal gewonnen. An seinen homosexuellen Neigungen nahm Wagner so wenig Anstoß wie in anderen Fällen zuvor. Anstatt zu komponieren, setzte Wagner ab dem 20. März zunächst das Diktat seiner Autobiografie fort und bereitete einige Schriften für die Bayreuther Blätter vor, als müsse er das entstehende Werk wiederum erst mit einem Wall von Worten umgeben. Dem Bankier Fäustel klagte er am 5. März seine völlige Hoffnungslosigkeit für Deutschland und seine Zustände. Und am 31. März brach sein Unmut über die Weltverstrickung seines Werks in einem Brief an Ludwig II. aus, »Meine eigenen Taten, Schöpfungen und Entwürfe folgen mir wie nagende Schlangen überall hin nach, umschlingen und pressen mich gleich einem Laokorn. Zu meinem Unglück erfand ich die Idee von einem Bayreuther Ideal.« »Er könne«, schrieb Wagner, »nicht mehr durch Zugeständnisse und Anstrengungen das Nötige schaffen, denn seine Ermüdung sei grenzenlos.« »Diese nutzlosen Bemühungen um den Gewinn der Mittel zu einer dauernden Stiftung, welche nun einmal der elende Zustand der deutschen Nation nicht zu gewähren vermag, machen mich endlich rasend. Und ich bin entschlossen, nur um von allem diesen nichts mehr zu hören, der Sache ein gründliches Ende zu machen.« Mit der Person des königlichen Generalintendanten, Baron von Perfall, wolle er unter keinen Umständen mehr in Verkehr treten. Ein Ausweg würde vielleicht sein, den jetzigen Hofsekretär von Bürkel mit der obersten Leitung der königlichen Theater zu betrauen. Die Nachrichten über die Aufführungen meiner Werke machen mir nur Kummer. Ich wünschte die Erlaubnis dazu, überall zurückziehen zu können, und habe deshalb schon ernstlich an eine vollständige Übersiedlung nach Amerika gedacht, weil ich dort die Mittel erhalten würde, alle zugestandenen Aufführungsrechte zurückzukaufen. Aus vielen anderen Rücksichten, namentlich auch durch meine vollständige Verzweiflung an Deutschland dazu bestimmt, muss ich auch jenes Projekt noch nicht als aufgegeben betrachten. Der Amerikaplan hatte seine Vorgeschichte. Bereits 1854 erfuhr er von einem Interesse an Wagner-Konzerten, für die er im Jahr darauf auch Angebote erhielt. Noch einmal erreichten ihn 1859 Vorschläge für eine Amerika-Reise, und seitdem hatte sich in ihm wohl auch unter dem Eindruck von Wesendongs Reichtum die Beispiele gesetzt, dort fließe Milch und Honig und das Geld liege auf der Straße. Durch Vermittlung des Dresdner Zahnarztes Newell as Jenkins, der ihn wiederholt in Bayreuth behandelt hatte, bahnten sich jetzt Verhandlungen an. Im Familienkreis äußerte Wagner am 1. Februar 1880, er wolle nach Minnesota ziehen, Haus und Schule gründen und den Amerikanern den Parsifal widmen. In Deutschland halte er es nicht mehr aus. Aus Neapel teilte er Jenkins am 8. Februar mit, ich halte es nicht für unmöglich, daß ich mich noch entschließe, mit meiner ganzen Familie und meinem letzten Werke für immer nach Amerika auszuwandern. Er verlange dafür eine Million Dollar, deren eine Hälfte für die Niederlassung in einem klimatisch vorteilhaft gelegenen Staate der Union, deren andere Hälfte als Kapitalvermögen in einer Staatsbank zu fünf Prozent anlegbar zu verwenden sein würde. Hiermit hätte mich Amerika Europa für alle Zeiten abgekauft. Allerdings müsse man noch die Festspiele zustande bringen und finanzieren. Das war ein bisschen viel auf einmal. Als Dr. Jenkins am 1. April auf der Reise von Dresden nach Konstantinopel in Neapel Station machte, fand er Wagner so voller Illusionen hinsichtlich der Bedingungen in Amerika, daß die Argumente gegen diesen Plan keine Kraft hatten. Und es wurde Jenkins in der Folgezeit schwer, Wagner das ganze Projekt mit Hilfe von Freunden wieder auszureden. Am Ende hätte dem 67-Jährigen wohl auch die Kraft gefehlt, noch einmal ganz von vorn zu beginnen. Den Ausschlag gaben die Kinder. Er wollte ihnen nicht die Heimat nehmen. Sie hingen zu sehr an Warnfried und Bayreuth. Die Kinder waren es auch, die ihn in Italien am meisten unterhielten. Er genoß ihre Freude am italienischen Leben und treiben. Er bewunderte Siegfrieds schnelle Auffassungsgabe, seinen Sprachensinn und sein Zeichentalent. Angenehm war ihm stets der Umgang mit Malwieder von Meisenburg. Diese nur drei Jahre jüngere Freundin, mit der es nie erotische Spannungen gegeben hatte, ersetzte ihm die Geschwister und übte auf ihn einen geheimnisvoll beruhigenden Einfluss aus. Sie zankten sich nie, sie verspotteten einander gelegentlich liebevoll. In ihrer Gegenwart wichen seine Krämpfe, und sie war für ihn einstweilen auch das letzte Bindeglied zu Nietzsche. Die Gespräche mit ihr waren es wohl, die ihm die letzten Äußerungen über Nietzsche entlockten, von denen das Tagebuch Cosimas berichtet. »Nur, um sich von mir zu befreien«, sagte er am 7. April 1880 von Nietzsche, »ergibt er sich allen Plattitüden.« An seinem Geburtstag weinte er viel. Morgens gratulierten ihm die Kinder mit blühenden Arrangements, 67 Variationen über 67 Lebensjahre. Man liebte das Sinnige. Dann ruhte er lange. Pepino, Jukowskis Freund, sang nach Tisch eines der französischen Liederwagners, »Die Mignon« auf Italienisch, »Abends Fahrt auf dem Meer«, von Cosima geschildert, »Fünf Barken wiegen sich wandelnd den seligen Ufern entlang im Mondschein, der uns mit sanfter Wärme zu umstrahlen scheint. Neapel glänzt in der Ferne, träumerisch schließt der Vesuv es ab, und seliger als alles Äußere, »Der Seeleneinklang, der alle verbindet.« Humperding war aus Sizilien zurückgekehrt, und gemeinsam mit dem jungen Musiker Martin Plüdemann, den Töchtern und Rubinstein am Klavier nahm Humperding abends an einer denkwürdigen Uraufführung der Graal-Szene teil. Wagner sang und dirigierte, die einzigen Zuhörer waren Jukowski, Malwida, Cosima und Siegfried. Wagner lud Engelbert Humperding beim Abschied nach Bayreuth ein. Dort sollte er die Partitur kopieren, während es Rubinsteins Aufgabe sein würde, den Klavierauszug anzufertigen. Als Rubinstein, Humperding und Plüdemann in der Mondnacht den Hügel hinab davongingen, sandte ihnen Wagner vom Altan der Villa den Gesang der Knaben aus Mozarts Zauberflöte nach. Am 26. Mai fuhr Wagner mit Familie und Jukowski nach Amalfi und unternahm von dort mit einem Eselskarren einen Aufritt nach Ravello, wo er den Palazzo Rufolo besichtigte. Von dem halbzerfallenden Schloss im maurischen Stil des 12. Jahrhunderts führte eine Marmortreppe in einen kleinen Rosengarten, der die Besucher in Entzücken versetzte. Mit seiner Blütenpracht, seinen Hecken und malerisch von grün umrangten Nischen und Bänken, den sarazenischen Pavillons, überragt von Zypressen und Aloe, seinem betörenden Duft und seiner Verborgenheit, erschien er wie die von der Natur selbst geschaffene Umgebung für den zweiten Akt des Parsifal. Danach schrieb Wagner ins Gästebuch, Klingsors Zaubergarten ist gefunden. Nach einer Kahnfahrt zur Villa Portiglione am 29. Mai erdachte sich Jukowski eine Skizze zum zweiten Parsifalakt. Fehlte nur noch der Kralstempel. Vom 23. bis 25. Juni trug Wagner in der Villa Dangri an drei Abenden die Oresteia des Aischelos vor. Cosima war es, als ob sie ihn nie so gesehen, so völlig eins mit dem, was er las. Die Ausrufe der Kassandra herzzermalmend und Jukowski klang noch nach Jahren der Ruf »Apollon! Apollon!« in den Ohren. Wenn das Mitgefühl für die leidende Menschheit und die Erkenntnis, dass der Mensch sich seiner Tragik nicht bewusst sei, Wagner bis zum 19. Juli 1880 die teils abstrusen, teils nur verwunderlichen Gedanken der Schrift »Kunst und Religion« eingaben, so lässt sich heute doch nicht übersehen, daß er von der Tragik des Weltendaseins wirklich ergriffen war und fühlte, daß die Menschheit nicht in Übereinstimmung mit der Natur und dem Sittengesetz lebte und daher zu Erdkatastrophen verdammt war. Durch Gewalt, Rohheit, Krieg und Tiertötung, ja Tierquälerei, nahm der Mensch Schuld auf sich. Dass Wagner die Erdkugel und die Menschenrassen jetzt am liebsten gewaltsam umgestülpt und auf den Kopf gestellt hätte, lag an seinem blinden Titanismus, der sich mit Betrachtung nicht zufrieden gab und nach menschenfreundlichen Auswegen gar nicht erst suchte. So war nur ein einziger Gedanke brauchbar. Was die Religion nicht mehr leistete, war der Kunst aufgetragen, nämlich die Erlösungsbedürftigkeit, den Menschen vor Augen zu führen. Kunst sei nur auf der Grundlage der Sittlichkeit möglich. Dass er dies wirklich fühlte, muss man ihm glauben. Eine erneute schwere Allergie, die er für eine Wiederkehr der gefürchteten Gesichtsrose hielt, verleitete ihn dazu, das neapolitanische Seeklima zu fliehen und am 8. August nach Rom aufzubrechen. Über San Marcello, Pistoia und Florenz reisten Wagners und Jukowski nach Siena, wo sie sich mit dem Tross vereinigten. Die Hitze setzte ihnen sehr zu und Cosima mußte sich allein um die Einrichtung des Quartiers kümmern. Dann aber begab man sich an diesem 21. August 1880 zum Dom. Fassungslos stand Wagner im Innern der Kathedrale vor den Säulen aus hell-dunkel geschüchtetem Marmor. Er war zu Tränen hingerissen, wie Cosima berichtet. Der größte Eindruck war es, den er je von einem Gebäude gehabt hat, was wunderlich bleibt. Aber er sah sofort den Graalstempel vor sich, den Jukowski für die Bayreuther Inszenierung festhalten mußte. Cosima richtete die Villa Fiorentina, einen Palazzo mit Garten, wohnlich her, und Wagner ruhte in einem breiten Bett aus, in dem angeblich Papst Pius IV. geschlafen hatte. Wagner meinte, darin habe das ganze Schisma Platz. In Siena vertrieb er sich die Zeit, in dem er jahrgangsweise die fliegenden Blätter las, in denen er den Zeitgeist wiederzuerkennen glaubte. Vor die Rückkehr in den Norden war ein Aufenthalt in Venedig gesetzt. Am 4. Oktober traf er mit Cosima und den Kindern im Hotel Danieli ein, und am 6. Oktober wurde der am Canal Grande gelegene Palazzo Contarini bezogen. In diesem Oktober fiel mehr oder weniger die Entscheidung über die Aufführung des Parsifal. Bereits im September hatte Wagner von Siena aus dem König seinen Plan angedeutet, für ein halbes Jahr nach Amerika zu gehen, was Ludwig gar nicht gefiel. Doch am meisten hatte Wagner der Gedanke beunruhigt und offenbar auch an der Partiturarbeit gehindert, dass er den Parsifal der Münchner Bühne ausliefern mußte. Am 28. September hatte er daher mit einer dramatischen Geste auf die Mitwirkung des Hoftheaters verzichtet, was einer Selbstbestrafung gleichkam. Ich würde es wirklich unseren Kirchenvorständen nicht verdenken, schrieb er dem König, wenn sie gegen Schaustellungen der geweihtesten Mysterien auf denselben Brettern, auf welchen gestern und morgen die Frivolität sich behaglich ausbreitet, und vor einem Publikum, welches einzig von der Frivolität angezogen wird, einen sehr berechtigten Einspruch erheben. Was alles in allem ein Hilfsargument war, denn was kümmerten ihn Kirchenvorstände? Im ganz richtigen Gefühle hiervon betitelte ich den Parsifal ein Bühnenweihspiel. So muß ich ihm denn nun eine Bühne zu weihen suchen, und dies kann nur mein einsam dastehendes Bühnenfestspielhaus in Bayreuth sein. Dort darf der Parsifal in aller Zukunft einzig und allein aufgeführt werden. Nie soll der Parsifal auf irgendeinem anderen Theater dem Publikum zum Amüsement dargeboten werden. Daß dies so geschehe, ist das Einzige, was mich beschäftigt und zur Überlegung dazu bestimmt, wie und durch welche Mittel ich diese Bestimmung meinem Werke sichern kann. Auf den finanziellen Erfolg des Parsifal brauchte er dabei keine Rücksicht zu nehmen. 1881 gewährte ihm der Verlag Schott 100.000 Mark für den Parsifal, eine bis dahin in Deutschland noch nie gezahlte Summe. Das löste sein Finanzproblem endgültig, allerdings erst kurz vor seinem Tode. Daraufhin verfügte Ludwig II. am 15. Oktober 1880 noch einmal, daß Orchester und Chor der Münchner Hofbühne für die Festspiele zur Verfügung stünden, und erklärte am 24. Oktober sein Einverständnis, daß der Parsifal nur in Bayreuth gegeben werden solle, womit er auf die Bühnenrechte als Ausgleich für das Defizit wieder verzichtete, und den Vertrag zur Hälfte aufhob. Der Aufenthalt in München, der sich auf der Rückreise von Venedig am 31. Oktober 1880 anschloss, wurde im Nachhinein als im Ganzen erfreulich befunden, obwohl er von Konflikten und Betrüblichem nicht frei war, und Wagner wieder eine Reihe von wilden, unruhigen und schmerzgestörten Nächten verursachte. Man wohnte bei Jungfer Schmidt in der Brienner Straße 8c, einer früheren Wirtin Wagners. Hermann Levy, Wilhelm Busch, Lehnbach, Gedon, Heckel, Pohl und der Literaturprofessor Bernay leisteten mehr oder weniger angenehme Gesellschaft. Am 6. November traf sich alles zu einem Samstagsfest in Lehnbachs Atelier, das sich zuerst hübsch anließ. Der Schluss aber brachte Wagner eine solche Aufgeregtheit und Wut und infolgedessen eine so fürchterliche Nacht, dass Cosima Elend und Schuld des Daseins wie fast nie zu erblicken glaubte. Was war geschehen? Wie man von Lehnbach später erzählt hören konnte, verfluchte Wagner vor versammelten Gästen alle Fürsten der Welt, Kaiser, Könige und den Abgott Lehnbachs Otto von Bismarck. »Lassen Sie mich doch mit Ihrem Bismarck in Ruhe«, schimpfte er. »Nach Sedan mußte er mit den Franzosen Frieden machen. Durch die Fortsetzung des Krieges bis vor Paris hat er die beiden Nationen auf ein Jahrhundert getrennt.« Am 10. November 1880 war für Ludwig II. eine separate Spätvorstellung des Lohengrin angesetzt. Bei leerem Haus wohnte ihr Wagner in der Loge des Königs bei. Nur wenige Zeugen wie Cosima verbargen sich unten im Hintergrund des Theaters. Die letzte Begegnung mit dem König am 12. November endete dann fast mit einem Eklat. Am Nachmittag drei Uhr fand nach einer Probe die Aufführung des Parsifal-Vorspiels für den König statt. Die Musiker mußten zunächst fast eine halbe Stunde auf Ludwigs Erscheinen warten. Etwa dreißig Personen, darunter Verlagsdirektor Strecker, Kapellmeister Fischer, Julius Hai, Rubinstein, Lehnbach, Pohl und der Sänger Nachbauer, versteckten sich in den Logen, damit der König nicht bemerkte, daß außer ihm noch jemand zuhörte. Nach dem Vorspiel Grabesstille. Levi überbrachte die Nachricht in den Orchesterraum, daß der König die Wiederholung des Parsifal-Vorspiels wünsche. Als Ludwig danach zum Vergleich auch noch das Lohengrin-Vorspiel verlangte, reichte Wagner den Taktstock Hermann Levi und verließ bleich und aufgeregt den Orchestergraben. Er ließ Cosima in die Garderobe rufen, wo er sich inzwischen beruhigt hatte und sie heiter empfing. Das Orchester erhob sich nach dem Ende des Lohengrin-Vorspiels, Levi drehte sich um, aber der König hatte die Loge bereits verlassen. Schweigend löste sich die Geisterversammlung gegen halb sechs auf. Der König besuchte abends mit seinem Stallmeister eine Separatvorstellung von Hermann von Schmitz aus dem Stehgreif. Wagner hat ihn nie wieder gesehen. An diesem Abend entlud sich Wagners aufgestaute Wut noch einmal in Gegenwart Lehnbachs gegen Bismarck, das Bulldog-Gesicht, welches immer wieder gemalt würde. Dann entschuldigte er sich. Er las in Shakespeare's Heinrich IV. den Tod von Falstaff, und der Passus »Könige hätten seltsame Humore« frappierte ihn sehr. Nach seiner Rückkehr am 17. November nahm er in Bayreuth die Arbeit an der Partitur endlich wieder auf, blieb aber die erste Zeit lustlos und unzufrieden, verschrieb sich, hatte schlechte Nächte und geriet schon wegen geringfügigster Anlässe außer sich. Am 1. Dezember 1880 kündigte er in einer Mitteilung an die Patrone die nächsten Festspiele für 1882 an, mit einem Werk, dessen Partitur noch gar nicht existierte. Erst kurz vor Weihnachten schrieb er wieder beharrlich Noten. Jukowski bot er an, einstweilen bei ihm zu wohnen, bis er sich ein eigenes Atelier eingerichtet habe, und am 8. Januar 1881 traf auch Engelbert Humperding ein. Der Wettlauf zwischen Wagner und seinem Kopisten konnte beginnen. Zeitweise kam Humperding nicht so schnell mit dem Kopieren nach, wie Wagner schrieb. Am 19. Januar eröffnete er dem erstaunten Hermann Levy, er solle den Parsifal dirigieren. Vorher würden sie noch einen Akt zur Probe durchnehmen. Ich möchte, es gelänge mir, die Formel dafür zu finden, dass sie sich ganz unter uns als zu uns gehörig empfinden. Im Jahr zuvor hatte er Levy noch nicht ungetauft an den Parsifal heranlassen wollen, und zuletzt in München war es ihm erschienen, Levy nupple zu viel an seiner Seele. Dass Levy von all den Widersprüchen in Wagners Brust, von seinen freundlichen und seinen schwarzen Gedanken wußte und sich selbstquälerisch über seine eigene Stellung befragte, ist sicher. Der Mann litt tief. Es ist aber auch durch Levis Briefe an den Vater, den Oberrabbiner von Gießen nachzuweisen, dass dieser innere Konflikt seiner Liebe zu Wagner keinen Abbruch tat. Und trotz Wagners Bemerkung zu Cosima, er möchte nicht als Orchestermitglied von einem Juden dirigiert werden, hat Levy zuletzt von ihm ein ungewöhnliches Maß an Zuneigung, Vertrauen und künstlerischer Anerkennung erfahren. Wagner übertrug ihm praktisch die gesamte musikalische Oberleitung der Festspiele. Bis dahin hatte ihr Verhältnis allerdings noch eine harte Bewährungsprobe zu bestehen. Vom 12. bis 14. April 1881 verbrachte Levy drei herrliche Tage in Bayreuth, um mit Wagner die Probenpläne für das nächste Jahr festzulegen. Am 25. April war der erste Akt instrumentiert. Danach mußte Wagner erneut pausieren, da Angelo Neumann auf einem Besuch seiner Berliner Ring-Inszenierung bestanden hatte. Nach dem respektablen Erfolg, der ihm 1878 mit dem Ring in Leipzig gelungen war, hatte er mit einem freien Wagner-Ensemble das Berliner Victoria-Theater gemietet und die ersten Kreise der Hauptstadt zur Teilnahme an diesem Ereignis zu bewegen gewußt. Wagner und Cosima reisten am 29. April nach Berlin. Bei der Premiere des Rheingold am 5. Mai bildete die Bevölkerung ein dichtes Spalier. Der Jubel erreichte seinen Höhepunkt, als Wagners in der Kutsche der Gräfin Schleinitz sichtbar wurden. Im Theater saßen mit Ausnahme des erkrankten Kaisers fast die gesamte kaiserliche Familie. Die nachmaligen Kaiser Friedrich und Wilhelm II. mit ihren Frauen. Die Prinzessinnen und das Erbprinzenpaar von Meiningen, der Hofmarschall Graf Eulenburg, die Grafen Dankelmann und Perpanché, die Fürstin Bismarck und der Graf Wilhelm Bismarck, Graf und Gräfin Ranzau, die Fürsten Ratzivil, Hohenlohe, Rathibor, die Minister von Puttkammer Rudolf von Delbrück und der Graf Friedern, der Sänger Albert Niemann, der Geiger Josef Joachim, der eigentlich zur Brahms-Partei gehörte, Ferner Paul Lindau, Oskar Blumenthal, Julius Stettenheim, Fritz Mautner und der Romancier Friedrich Spielhagen. Nach Aufführungen am 6. und 8. Mai fand der Zyklus mit der Götterdämmerung am 9. Mai seinen Abschluss. An diesem Abend sandte der Kronprinz den Grafen Eulenburg mit der Anfrage zu Wagner, ob er, wenn der Kronprinz nach dem zweiten Aufzug ihn in seine Loge bitten ließe, dieser Einladung Folge leisten würde. Wagner erwiderte, er fühle sich nicht wohl und man solle die Einladung unterlassen. Als sich dies in den nächsten Tagen herumsprach, erhielt Wagner anonyme Schmähbriefe. In einem dieser Briefe stand der Satz »Hüten Sie sich, dass man später, wenn man von ihren Werken schreibt, nicht so viel von ihrem Charakter erzählt«. Der Berliner Ring war, von einigen Besetzungsschwächen abgesehen, gelungen, und Wagner sagte zu Angelo Neumann, »in solcher Vollendung wird das Werk kaum wieder zur Aufführung gelangen«, was er nach einer Verstimmung zwischen Neumann und ihm später nicht mehr ganz gelten lassen wollte. Von dem ungeheuren Tumult, der nach dem Schlusse des gewaltigen Werkes sich erhob, kann man sich kaum eine Vorstellung machen, schrieb die Berliner Zeitung am 11. Mai 1881 vom Jubel des Berliner Publikums, der erst verebte, als Wagner sichtlich ergriffen auf der Bühne erschien, um sich mit einer Rede zu bedanken, einer der kürzeren, unter vielen unglücklicheren. Nach der Götterdämmerung beim letzten Ringzyklus am 29. Mai versammelt Angelo Neumann das gesamte Personal bei geschlossenem Vorhang auf der Bühne. Er hat eine jener rätselig-zeremoniellen Huldigungen mit Kranz und Hochs vorbereitet, die Wagner, der meist ungeduldig zuhört, nie ganz behagen. Wie Wagner nun in die Bühnenmitte tritt, lässt Neumann den Vorhang öffnen und beginnt seine Ansprache. Nach den Worten »Dank zunächst«, den erhabenen Mitgliedern des Kaiserhauses, dreht sich Wagner um und verlässt bleich die Bühne. Erschrocken und peinlich berührt, daß der ganze Hof und die Mehrzahl der Zuhörer Zeugen dieses Vorgangs werden, muß Angelo Neumann seinen Dank an den Komponisten seitwärts in die Kulissen sprechen, in denen der Gefeierte wütend verschwunden ist. Wagner zeigt sich dann auf Cosimas Bitten noch einmal in der Loge, aber es herrscht große Verlegenheit. Die Künstler selbst sind verstimmt, daß die geplante Feier und damit der krönende Abschluss des ganzen anstrengenden Unternehmens durch einen Misston zersprengt worden ist. Wagner lässt versichern, er habe einen Herzkrampf sich nahen gefühlt und niemanden beleidigen wollen, was ihm aber keiner glaubt. Neumann schreibt daraufhin einen Brief an Wagner, worin er erklärt, nach dem vorgefallenen alle weiteren persönlichen Beziehungen abbrechen zu wollen. Erst die wiederholten Erklärungen Wagners nur der beginnende Herzkrampf habe ihn veranlasst, in die Kulissen zu flüchten, bringen mit der Zeit eine Versöhnung zuwege. Getraut hat ihm Neumann nicht, und erst die Nachricht von Wagners Tod lässt ihn seinen Unglauben tief bereuen. Ganz überflüssigerweise, denn sein Instinkt hat Recht gehabt. In Cosimas Tagebuch kann man nachlesen, daß Wagner verstimmt davon gelaufen ist. In Berlin wird die Angelegenheit allgemein als ein Affront gegen das Kaiserhaus angesehen. In dieser Situation bewahrt der 85-jährige Wilhelm der erste wahrhaft herrscherlichen Großmut und Takt. Er besucht demonstrativ eine Sondervorstellung der Walküre am 31. Mai, als Wagner schon wieder abgereist ist, und harrt bis gegen Mitternacht in seiner Loge aus. Ende Juni ist Hermann Levy erneut in Warnfried, um sich mit Wagner zu beraten. Am Mittwoch, dem 29. Juni, bringt Wagner zum Mittagessen einen anonymen Brief mit. Der Levy bezichtigt, er habe ein Verhältnis mit Cosima. Und indem Wagner aufgefordert wird, er solle sein Werk reinerhalten und es nicht von einem Juden dirigieren lassen. Wagner gibt Levy den Brief zu lesen, angeblich, damit nichts zwischen ihnen unausgesprochen bleibe, ahnt jedoch nicht, was er damit in dem empfindsamen Mann anrichtet. Am nächsten Tag, Donnerstag, 30. Juni, also keineswegs Hals über Kopf, Levy macht es sich schwer, reißt Levy ab und bittet brieflich von seiner Aufgabe, entbunden zu werden. Wagner ruft ihn am Freitag, dem 1. Juli mit folgenden Worten zurück. Um Gottes Willen, kehren Sie sogleich um und lernen Sie uns endlich ordentlich kennen. Verlieren Sie nichts von Ihrem Glauben, aber gewinnen Sie auch einen starken Mut dazu. Vielleicht gibt's eine große Wendung für Ihr Leben, für alle Fälle aber sind Sie mein Parsifaldirigent. Es ist nicht der einzige Zwischenfall kritischer Art in diesem Jahr. Im Juli trifft sich Cosima mit Hans von Bülow in Nürnberg, um mit ihm über die Adoptionsangelegenheit der Kinder zu sprechen. Ziemlich ergebnislos. Durch Bülows Zustand erschüttert und seelisch völlig derangiert, kommt Cosima von dieser Begegnung zurück. Am 5. August stellt sich eine reizende junge Sängerin in Warnfried vor, die Wagner als Solo-Blume für den Parsifal engagiert. Sie heißt Carrie Pringle und singt die Arie der Agathe recht erträglich. Mehr weiß man nicht von diesem Abend. Und nicht sehr viel mehr von der Sängerin, die bezaubernd gewesen sein muss. Ihre Rolle im letzten Akt dieses Lebensdramas umgibt ein nicht ganz zu lüftendes Geheimnis. Carrie Pringle wird noch einmal in Erscheinung treten, als Schatten im letzten Bild. Und schließlich, List ist gerade wieder einmal zu Besuch, betritt Ende September klopfenden Herzens Judith Cotier das Haus des Mannes, der sie so glühend geliebt hat. Benediktus begleitet sie. Alle Beteiligten bewahren Haltung. Nur macht ihr Wagner einmal vom Fenster Warnfrieds aus merkwürdig abbittende Zeichen. Als Cosima ihn dabei ertappt, sagt er, er habe sie mit mal wieder verwechselt. Der ganze Vorfall ist ihm peinlich. Einige Ausfahrten schließen sich an. Sich zur Arbeit verabschiedend, sagt Wagner zu Judith, ma chère enthousiaste, prenne pitié de moi. Stehende Zeit, wenige Zäsuren. Die Schrift Heldentum und Christentum. Gelegentlich Gäste, die entweder von der Heftigkeit des alten kranken Mannes abgestoßen sind oder dem Meister zu Füßen liegen und dann weitergeben, was man in Warnfried gern hört. Dazwischen Lektüre von Goethe Shakespeare, Cervantes und Scott. Rückkehr zu den Erregungen der Tristanmusik, nun da der dritte Akt Parsifal bevorsteht. Mit den bewährten Helfern der Kanzlei wird immer wieder Musikliteratur durchgenommen, wie in all diesen Jahren. Vorwiegend Orchesterwerke Beethovens, Mozarts und Heidens, Beethovens späte Quartette und letzte Sonaten, daneben das wohltemperierte Klavier Bachs, Fugen, Choralvorspiele, Kantaten und Motetten. An den heitersten, den schmerzfreien Tagen sind Wagner über Symphonien, die er schreiben möchte. Er notiert Themen und Motive auf Zettel, die sich erhalten haben. Immer wieder spricht er davon, daß er am liebsten Symphonien komponieren würde, entweder über die großen Lebensthemen, Lohengrins Mehrfahrt, Tristan als Held, Romeo und Julia, Brünnhild, Wieland, der Schmied, oder über die christlichen Feste. Immer einsätzlich geplant, sei es dialogisch mit Thema und Gegenthema, sei es als ausgesponnene Melodie in Form der symphonischen Dichtung. Es ist aus alledem nichts geworden. Aber es bleibt dabei, er wäre gern Symphoniker gewesen. Im Alter empfindet er fast den gleichen Widerwillen gegen das Theater, den er in der Jugend empfunden hat. Noch einmal weitet sich die Parsifalzeit zum Raum. Ein Zug zur Ortsveränderung. Wir denken an die Ferne, heißt es am 5. Oktober 1881 bei Cosima, an Palermo. Er liest im Bädecker darüber und geht dann mit einer Art Heiterkeit an seine Arbeit. Am 19. Oktober beendet er die Partitur des zweiten Akts. Über München, Bozen und Verona reisen Wagners in den ersten Novembertagen nach Neapel. Dort nehmen sie das Schiff nach Palermo, wo sie am 5. November das Hotel de Palme beziehen, drei Zimmer mit Terrasse. Hier schreibt Wagner am 8. November die erste Partiturseite des dritten Akts. Sonfidi übt sich im sizilianischen Dialekt und zeichnet auf der Straße Kirchen und Häuser. Die Töchter genießen den Umgang mit dem süditalienischen Landadel. Wagner würde noch gern in diesem alten Jahr mit dem Parsifal fertig, aber Unterleibsschmerzen stellen sich ein, die Herzkrämpfe nehmen wieder zu, er ist unleidlich, er fühlt sich elend, unglücklich und indifferent gegenüber allem, was noch wie Erfolg aussehen würde. Es sei, sagt er, alles den Schweinen hingeworfen. Wer in seiner Nähe aushält, muß fürchten, er werde die Lust verlieren, sein Werk überhaupt zu Ende zu führen. Noch einmal muß er wegen seines anhaltenden Unwohlseins die Arbeit abbrechen. Da er die Notenblätter korrekt vorpaginiert hat, kann er einige Seiten überspringen, den letzten Takt instrumentieren und die Partitur Cosima am 25. Dezember beendet auf den Geburtstagstisch legen. Fertig ist sie damit noch nicht. Am 13. Januar 1882 spricht er bei Tisch davon, er habe bei dieser wie bei allen Arbeiten gefürchtet, durch den Tod unterbrochen zu werden. An diesem Freitag, dem 13., es ist auch noch seine Lebenszahl, und er hat noch genau 13 Monate zu leben, werden abends zu Ehren von Pauliukowski Chor und Ouvertüre der Feen gespielt. Dabei entfernt sich Wagner unauffällig. Nach einiger Zeit sieht Cosima nach ihm, er beendet die Partitur. »Es ließ mir keine Ruhe«, sagt er zu ihr. Nach einiger Zeit, so berichtet ihr Tagebuch, spielt man den Tannhäuser-Marsch. Er kommt herein und »Es ist vollbracht«. Passionsworte, wohl unbewusst gebraucht für Vollendung. Ist damit alles abgetragen und geleistet, die Wunde geschlossen und das Sterben die einzige Gnade? Zuletzt sagt alles die Musik. Sie entsiegelt erst, was gemeint war. Ein glückliches Trauern, wenn das Ende winkt. Er hatte so gar nichts Olympisches. Um ihn war keine Aureole aus sanftem Licht, weder das Abendglühen der in Harmonie hochgereiften, noch der Jugendglanz derer, die sich früh verströmen. Er endete nicht im Wahnsinn, er ging nicht im Elend zugrunde, er starb nicht an den Krankheiten, die Götterstrafen sind, Tuberkulose und Syphilis, Auszehrung und Nervenfieber. Und mag man auch sein Werk deuten als den Versuch, schuldhaftes Leben zu entsühnen, und was anderes ist Leistung als die Ethik derer, die an nichts glauben können, so stand er doch nicht hinter seinem Werk zurück, sondern wurde von Weltehrgeiz getrieben. Er mischte sich ein. Er trat in die Arena und handelte. Er redete viel und verworren. Sieht so ein Genie aus? Das Genie wirft nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Die Angenehmen sind so bedrückend wie die Unangenehmen. Verstörendes bleibt, denn das Genie ist nicht das Normale, es sei denn, die entfremdeten begriffen den Sonderfall als Normalität. Das Genie rückt in die Nähe des Unfasslichen, das beängstigt und abstößt, wie der Kranke, der Wahnsinnige, mit denen es doch nichts zu tun hat. Kurz, das Genie erregt Grauen. Es mag Zeiten geben, da niemand dies wahrhaben will, in denen dergleichen verdrängt wird wie der Tod, oder das Abnorme sich im ganz Alltäglichen versteckt, weil es sich vor Verteufelung fürchtet oder einfach nicht wahrgenommen wird, ausgeschwiegen, verleugnet. Das Genie ist nicht nur sesshaft, sondern meist auch tot. So lange auf Reaktion warten zu müssen, widerfuhr Richard Wagner zum Glück nicht. Er erlebte fast alle seine Nachrufe bei Lebzeiten. Alles sprach von ihm. Nur die ästhetisch-wissenschaftlichen Disziplinen verspäteten sich um ein halbes Jahrhundert, sofern sie ernst zu nehmen waren. Aber sie tragen zur quantitativen Bekanntheit so gut wie nichts bei. Er war für seine Zeit das Muster der Vielgenanntheit weit über die Kunstwelt hinaus und als Tagesgespräch eine erste Figur der ihm so verhassten Moderne, was dazu führte, daß er im Alter einen Rang von Prominenz erlangte, der ihm ein Ausnahmedasein sicherte. Er reiste mit Salonwagen. Die Behörden signalisierten seine Ankunft bis nach Süditalien. Very important person. Er war Gegenstand der Literatur, der Karikatur und der Satire. In einer Wiener Posse des Dichters Bauernfeld trat ein Richard Faust in der Maske Wagners auf. Derselbe Bauernfeld schrieb in Wagner, verkörpere sich der Kobold der Reklame. Da er sich über alles äußerte, wurde er ständig zitiert. Und was sonst ist Reklame? Getrieben und gleichwohl nicht einmal ohne innere Zustimmung, sah er sich stets in öffentliche Händel verwickelt, Subjekt und Objekt publizistischer und publikumswirksamer Diskussionen. An Cornelius schrieb er einmal aus Triebschen, »Von mir ist nicht viel zu sagen, namentlich, da so viel über mich gesagt wird. Wer von früh bis Abend darauf senne, wie er es anzufangen habe, recht viel Skandal von sich zu machen, der könnte es nicht um ein Haar besser anfangen. Ich glaube, ich werde um mein Geschick hierfür sehr beneidet.« Karl Marx wunderte sich im August 1876 recht sehr über den Massenandrang zum Bayreuther-Narrenfest des Staatsmusikanten Wagner, was er ja wohl nicht war, und schrieb im September befremdet an seine Tochter Jenny, »Allüberall wird man jetzt mit der Frage gequält, was denken Sie von Wagner?« Auch Eduard Hanslik fühlte sich von diesem Gesprächsthema, wie man sich lebhaft vorstellen kann, sehr geärgert und soll geäußert haben, »Wenn sich der Heilige Geist in Taubengestalt heute auf die zwölf Apostel niedersenkte, so würde er sich zuerst nach ihrer Meinung über Richard Wagner erkundigen.« In Palermo wechselte Wagners Aussehen wie sein Befinden. Tagweise erschien er frisch und gesund, dann wieder grau, gedunsen und am Ende seiner Kraft. Von französischen Freunden auf Wagners Aufenthalt in Sizilien aufmerksam gemacht, er suchte im Januar 1882 Auguste Renoir im Hotel de Palme um eine Porträtsitzung, die ihm am 15. Januar gewährt wurde. Wagner trug einen Samtrock, dessen breite Ärmel mit schwerem Atlas gefüttert waren. Seine Unterhaltungen mit Renoir waren kurios und sprunghaft, halb französisch, halb deutsch geführt. Renoir porträtierte ihn, aufgeregt grimassierend, in 35 Minuten en face. Im Februar zog er mit der Familie in die an der Piazza dei Porazzi gelegene Villa des Fürsten Gangi um, wo er am 2. März eine zur Zeit des 2. Tristan-Akts notierte melodische Erfindung ein wenig abrundete, daher später Porazzi-Thema genannt. Es war seine letzte musikalische Arbeit, aber kein neuer kompositorischer Einfall. Der Anspruch des letzten Werks gebührt dem Parsifal. Die Villa Ganji, zwar geräumig, aber kalt, erwies sich auf die Dauer auch als nicht zuträglich, da das Wetter empfindlich abkühlte und die sonnenlosen Räume nicht zu beheizen waren. Siegfried erkrankte an einer fiebrigen Grippe und Wagners Gereiztheit wuchs. Er klagte über Langeweile, war verstimmt über Zuschriften und fühlte dabei, wie er seiner Umgebung zur Last fiel. In diesen Wochen näherte sich der Familie ein kunstsinniger, gebildeter junger Mann aus altem Adelsgeschlecht, der Graf Biagio Gravina, der in aller Form um die Hand von Cosimas zweitältester Tochter Blandin anhielt. Der Heiratsantrag wurde, nachdem sich die etwas undurchsichtigen Erb- und Vermögensverhältnisse in der Familie des Grafen zur Befriedigung Wagners hatten klären lassen, angenommen, und in Begleitung des Grafen Biagio zog man am 20. März ins Grand Hotel de Bain von Aceriale um. Hier in Aceriale begegnete Wagner unerwartet noch einmal ein Stück europäischer Geschichte seines Jahrhunderts. Am 27. März fuhr der Eisenbahnzug mit dem todkranken Garibaldi langsam durch den Ort. Die Bevölkerung stand spalier und nahm von dem 75-jährigen italienischen Volkshelden, der wie ein Heiliger verehrt wurde, Abschied. Garibaldi blieb unsichtbar, da er liegen mußte. Der Zug hatte etwas von einem Leichenkondukt, Gravina schluchzte, und Wagner rühmte den Revolutionär, der so viel in diesem Jahrhundert verändert hatte. Nach neuerlichen Herzanfällen Wagners wurde am 1. April die Rückreise nach dem Norden angetreten. Sie führte über Catania, Giarre, Reposto, Taormina und Messina zunächst nach Neapel und am 15. April nach Venedig. In Venedig erfuhr Wagner durch Zufall die Adresse von Karl Ritter, der sich hier vor undenklichen Zeiten von ihm getrennt hatte. Er ging zu dem Haus, in dem Ritter angeblich wohnte, stieß auf eine Frau mit einem Kind auf dem Arm, die ihm an der Tür den Weg versperrte, und erhielt die Auskunft, Ritter sei nicht zu Hause. Er sagte ihr ins Gesicht, daß Ritter da sei und sich nur verleugnen lasse. Die Frau fragte, »Sind Sie Wagner?« Er schrieb auf einen Zettel, »Was bist du für ein Mensch?« gab ihn der Frau und ging davon. Vor der Abreise nach Bayreuth am 30. April besichtigte er mit Cosima noch den Mittelstock des Palazzo Vendramin, um sich für den Herbst dort einzumieten. In Bayreuth hatten inzwischen die Vorbereitungen zu den Festspielen unter Hermann Levis Leitung begonnen. Am 2. Juli begannen die Bühnenproben unter Levi und Fischer, deren Verlauf von Heinrich Porges und Julius Kniese mit allen Bemerkungen Wagners in Klavierauszügen festgehalten wurde. Nach Karl Brandts Tod, die Nachricht vom plötzlichen Ableben seines wackersten Mitarbeiters, hatte Wagner in Palermo erreicht, war dessen Sohn Fritz die technische Direktion übertragen worden. In diesen Tagen erfuhr Wagner offiziell, daß der König nicht zu Parsifal nach Bayreuth kommen werde. Am 8. Juli klagte er Ludwig II. in einem Brief, ein härterer Schlag konnte mich nicht treffen, als die Benachrichtigung davon, daß mein erhabener Wohltäter keiner der Aufführungen des Bühnenweihfestspieles beizuwohnen, sich entschlossen hat. Wer begeisterte mich zu diesem höchsten und letzten Aufschwunge aller meiner seelischen Kräfte? Im steten Hinblick auf wen führte ich alles aus und durfte mich auf ein Gelingen freuen? Das jetzt zugesicherte beste Gelingen wird mir nun zum größten Misslingen meines Lebens. Was ist mir alles, wenn ich ihn damit nicht erfreuen kann? Dann fügte er noch hinzu, »Und es ist das Letzte, was ich schaffe. Die ungeheure Übermüdung, die heute auch mir eben nur zu diesen wenigen Zeilen Kraft lässt, sagt mir, woran ich mit meinen Kräften bin. Von mir ist nun nichts mehr zu erwarten.« Am Donnerstag, dem 13. Juli, während der anstrengenden Proben zu Parsifal, zeichnete sich die letzte Hundetragödie in Wagners Leben ab, die ihn selbst die Kunst vergessen ließ. Molli war erkrankt und der Tierarzt mußte gerufen werden. Am nächsten Morgen brachte der Diener Georg Cosima die Nachricht, dass die Molli gestorben sei. Wagner blieb ahnungslos und während er in der Probe war, begruben die Kinder das Tier im Garten. Am Samstag fragte Richard nach Molli. Georg sagte, man müsse sich auf das Schlimmste gefasst machen. Um die Mittagszeit ging Wagner in den Garten, setzte sich in die Laube und bemerkte, wie der Neufundländer Marke an einem Grasstück schnüffelte. Bei Tisch sprach Wagner den Namen des Hundes aus und die anderen mußten weinen, da sie sahen, dass er alles wusste. Gegen zwei Uhr traf List in Warnfried ein. Wie Cosima in ihr Zimmer gehen wollte, hörte sie Richard im Garten Molli rufen und schluchzen. Sie stürzte zu ihm und sie weinten beide in der Laube. Mit den Vorständen der Wagner-Vereine, den Patronen und Gästen, kamen in der Probenzeit auch Anton Bruckner und der Sohn eines Münchner Hornisten nach Bayreuth, der Abiturient Richard Strauss, der 1880-81 heimlich die Tristan-Partitur studiert und zum Missfallen seines Vaters Wagners Bedeutung für sich erkannt hatte. Wie schlecht es auch bei den zweiten Festspielen mit der Gastronomie bestellt war, zeigt ein Brief Wagners vom 30. Juli, in dem er sich bei den Bayreuther Stadtvätern über die miserable Bewirtung und Nahrung in den drei ersten Gasthöfen der Stadt beklagte. Am Tag zwischen der Generalprobe am 24. Juli und der Premiere am 26. Juli fand im Festspielrestaurant ein Bankett für die Mitwirkenden statt, an dem auch List und die engsten Freunde Wagners teilnahmen, darunter eine den meisten anwesenden unbekannte französisch sprechende junge Frau von elfenbeinfarbenem Tart, die eine auffällige Matrosenbluse trug, Judith. In einer kurzen Rede erinnerte Wagner an das Jahr 1876 und beklagte, wie seine Worte damals missverstanden worden seien. »Jetzt«, flüsterte er dreimal und schloß stockend, »Jetzt«, »Jetzt«, »habe ich zu schweigen gelernt«. Er dankte an diesem Abend auch List mit herzlichen Worten, doch blieb es nicht bei solcher Zurückhaltung, vielmehr entfuhr ihm auch die Bemerkung, »Die Wagnerianer seien dumme Leute. Man könne mit ihnen Wände einrennen.« Die Nacht zum 26. Juli, dem Tag der Uraufführung, verbrachte Wagner unruhig. Cosima hörte ihn leise im Traum reden. »Kinder, ich scheide. Leide.« Halb vier Uhr nachmittags, bei regnerischem und windigem Wetter, fuhren sie zum Theater. Gleich beim Eingang ärgerte es ihn, begafft zu werden. Der erste Akt ging fast nach seinem Wunsch, nur das Komödiantische war ihm zuwider. Als Gurnemanns, Emils Caria, sich anschickte, Parsifal zur Gralsburg zu geleiten, ergriff viele Zuschauer ein Schwindel. Die Wandeldekoration spulte sich ab, die Illusion war vollkommen. Bis die Gralsburg erschien. Genau auf dem C-Dur-Akkord ergoss sich Licht über das Bild. Der Zaubergarten dagegen misslang, die grellen Farben töteten den sinnlichen Eindruck. Dekorationen als schweigend ermöglichender Hintergrund? Die Kostüme der Blumenmädchen waren geschmacklos, aber ihr Gesang hinreißend. Er verliebte sich in eine der Blumen, stellvertretend. Nach ihrem Diminuendo ertönte stets Wagners »Bravo! Bravo!« »Aus der Loge!« worauf seine eigenen Anhänger ihn auszischten. Kundry, so hatte er am 4. Januar 1881 gemeint, müsse wie eine tizianische Venus eigentlich nackt daliegen. Da er sie so nicht zeigen konnte, hatte Makarts Gemälde von Charlotte Wolter als Messalina als Vorbild gedient. Pracht statt dramaturgischer Intention. Da war nichts zu retten. Wie nach dem zweiten Akt dennoch stark gelärmt und hervorgerufen wurde, trat Wagner an die Brüstung und sagte, man sei übereingekommen, sich nach den Akten nicht zu zeigen, um den Eindruck nicht zu zerstören. Von dieser Bemerkung am 26. Juli 1882 datiert ein jahrhundertealter Beifallsstreit, denn schon am Schluss ärgerte ihn das stumme Publikum, das ihn missverstanden hatte. Jetzt weiß ich gar nicht, hat es dem Publikum gefallen oder nicht. Er redete die Zuschauer ein zweites Mal an und daraufhin entlud sich der Beifall. Wagner trat vor den Vorhang und erklärte, er habe seine Künstler noch einmal versammeln wollen, aber sie seien schon beim Entkleiden. Die Heimfahrt verlief wegen der Applausfrage in tiefer Verärgerung. Nach der Vorstellung begab sich ein Teil der Künstler, Patrone und Kritiker in strömendem Regen zum Hotel Fantasie nach Dondorf. Angelo Neumann hatte an der Tafel Eduard Hanslik zum Tischnachbarn. Der gefürchtete Wiener Kritiker, erinnerte sich Neumann, war unter dem unmittelbar mächtigen Eindruck des Parsifal auffallend schweigsam geworden. Der Leipziger Theaterdirektor August Förster sagte an diesem Abend plötzlich mit Tränen in den Augen, »Sie werden sehen, Wagner stirbt!« Alles war erschrocken, und Neumann fragte, wie Förster das gemeint habe. Dieser erwiderte, »Ein Mensch, der so etwas geschaffen habe, könne nicht länger leben, der sei fertig, der müsse bald sterben.« Die Bestürzung über diesen Zwischenfall verlief sich nur langsam. Nach Wagners missverstandener Intervention ging die zweite Aufführung am 28. Juli, die, wie die erste, dem Patronat vorbehalten war, in aller Stille vor sich. Nach dem zweiten Akt wurden die Beifallsspendenden wiederum ausgezischt. Am Schluss trat Wagner vor den Vorhang, wandte sich mit einer steifen Verbeugung an seine Patrone und sagte, den Hut ziehend, mit einer auffallenden Kühle, »Hiermit nehme ich von Ihnen Abschied!«, Am dritten Abend, es war der 30. Juli, der Platz kostete nunmehr für jedermann dreißig Mark, hielt Wagner erneut eine Ansprache an das Publikum. Er müsse ein Missverständnis aufklären. Er sei zwar gegen Szenenbeifall, aber den Dank nach dem Schließen des Vorhangs wolle er seinen Künstlern keineswegs vorenthalten. Es nützte nichts. Die Wagnerianer blieben nach seinem Tode päpstlicher als der Papst. Gäste der zweiten Aufführung waren auch Lou von Salomé und Elisabeth Nietzsche, die es nachträglich bedauerte, in diesem Sommer Wagner nicht mehr gesprochen zu haben, was ihn nicht hinderte, in ihren fragwürdigen Erinnerungen an ihren Bruder ein solches Gespräch mit Wagner glatt zu erfinden. Lou von Salomé wohnte im selben Haus wie mal wieder von Meisenburg, Heinrich von Stein und Paul von Jukowski. Lou befreundete sich mit dem russischen Maler. Was eine Menge Klatsch nach sich zog, den Elisabeth ihrem Bruder hinterbrachte. Nietzsche schrieb am 30. Juli an Peter Gast »Hoch lebe Carliostro« und am 1. August »Der alte Zauberer hat wieder einen ungeheuren Erfolg« mit »Schluchzen« alter Männer« und so weiter. Aber der Zauberer war traurig und vor der Aufführung am 1. August weinte er. Als sie vorbei war, sagte er nur »Ich bemüde«. Er war total erschöpft, matt, verzagt. Ein armer alter Mann ohne Hoffnung. Nach der fünften Aufführung traf ihn der Sänger Emils Carrier in einem kleinen Raum hinter der Bühne während eines seiner Anfälle. Wagner rang nach Luft und schlug mit den Händen um sich wie einer, der sich gegen den Tod wehrt. Er war fast bewusstlos. Als er zu sich kam, sagte er »Dieses Mal bin ich noch davon gekommen.« Er bat Carrier, den Vorfall nicht zu erwähnen. Einen Brief an den Kabinettssekretär von Bürkel schloss er in diesen Tagen mit dem Satz »Mich hat eine ungemeine Mattigkeit ergriffen«, die ein Leben lang straff gespannte Sehne des Bogens erschlaffte. Fast hätte ihn Neumann im August widerstandslos dazu bewegen können, den Parsifal an ihn vertraglich abzutreten, aber kurz vor der Unterschrift zögerte er. Man solle ihm das jetzt nicht zumuten. Von seinen Anfällen erholte er sich meist in Gesellschaft Mal Widers, ihre Gegenwart beruhigte ihn. Da saß er still, in Erinnerungen versunken und hörte zu. Von den folgenden Aufführungen sah sich fast nur noch die Blumenszene des Zaubergartens an. Am 3. August bei einem Empfang in Warnfried scherzte Wagner in der Ecke des Saales mit den Soloblumen. Dann ereignete sich während einer der Aufführungen ein mysteriöser Unfall. Eine der sechs Soloblumen, Carrie Pringle nämlich, seit kurzem an der Mailänder Skala engagiert, stürzte aus Klingsors Zaubergarten in einen plötzlich sich vor ihr auftuenden Abgrund. Jemand wollte wissen, sie sei über eine Schnur gestolpert. Wie dem auch sei, sie mußte, leicht verletzt, mit einer Droschke ins Haus des Forstmeisters Fröhlich Warnfried Straße nah Hofgarten gefahren werden, wo sie wohnte. Hatte ihr jemand Übles gewollt? Wahr ist, daß wir nichts wissen, da uns der Vorfall nur raunend und die seltsame Zuneigung Wagners zu den Blumen in Klingsors Garten auch nur durch die nachträglichen Andeutungen der Tochter Isolde und die Hieroglyphen in den Tagebüchern Cosimas überliefert ist. Und da heißt es unter dem 6. September, als alles vorbei war, er habe Sehnsucht nach den Blumenmädchen. Er habe ihnen nicht genügend seine Freude zeigen können, wenn er ihnen auch bei jeder Aufführung laut sein Bravo über das Publikum hinweg zugerufen hätte. Auch sein Wort über die Undinenwesen am Vorabend seines Todes galt außer den Rheintöchtern mit Sicherheit ihnen, den Wesen der Tiefe, die in ihrer Unschuld dem Mann ein Bild der Verlockung sind. Noch immer war in diesen Bayreuther-Persifaltagen Wagners Enttäuschung unverwunden, daß Ludwig II. den Persifalfestspielen ferngeblieben war. List reiste am 5. August nach Weimar und kam für die Woche vom 24. bis 30. August noch einmal zurück nach Bayreuth. Unter den Gästen waren außerdem andächtigen Bruckner auch Léo Delib und Camille Saint-Saëns, dessen Opa Samson und Delilah 1877 lange vor der französischen Erstaufführung von Edouard Lassen in Weimar aus der Taufe gehoben worden war. Bülow, der am 29. Juli seine zweite Ehe eingegangen war, hatte zwar nach Bayreuth kommen wollen, auch wegen Blandins bevorstehender Hochzeit, der Plan hatte sich jedoch zerschlagen, weil auch Brahms absagte, dem er jetzt diente. So war er nach Klampenburg bei Kopenhagen gereist, wo er einst seinen ersten Urlaub mit Cosima verbracht hatte, und von dort seinen Erinnerungen nicht entkommend blickte er in Sehnsucht Bayreuth. Am Dienstag, dem 29. August, dem Tag der letzten Aufführung, kam es beim Mittagessen wieder einmal zu großer Expansion zwischen Wagner und Franz List, wahrscheinlich über dessen Absicht, am nächsten Tag abzureisen. Um vier Uhr fuhr Cosima mit ihrem Vater ins Theater. Wagner kam erst nach dem ersten Akt. Auf der Bühne befriedigte ihn alles. Während des letzten Akts ging er in den Orchesterraum und unbemerkt vom Publikum ergriff er beim 23. Takt der Verwandlungsmusik den Taktstock und dirigierte das Werk zu Ende. Levy blieb neben ihm stehen. Die Sänger meinten nachher, es sei ihnen noch nie so viel an Atem abgefordert worden wie in diesem Aktschluss. Am Ende brach im Publikum ein Jubellos, der jeder Beschreibung spottet, so berichtete Hermann Levy seinem Vater. Aber Wagner zeigte sich nicht. Er blieb unter den Musikern sitzen, machte schlechte Witze und als nach zehn Minuten der Lärm noch immer nicht aufhören wollte, rief Levy aus Leibes Leibes Kräften Ruhe. Der Beifall verebte und nun fing Wagner vom Pult aus zu reden an, zuerst zu Levy und dem Orchester, dann wurde der Vorhang aufgezogen, die Sänger und das ganze technische Personal waren oben auf der Bühne versammelt und Wagner, so schrieb Levy, sprach mit einer Herzlichkeit, dass alles zu weinen anfing. Es war ein unvergesslicher Moment. Nach schweren Unwettern war Richard Wagner mit seiner Familie am Nachmittag des 16. September 1882 in Venedig eingetroffen. Die Eisenbahnbrücke in Ala und die herrliche Etchbrücke in Verona brachen eine halbe Stunde, nachdem er sie überfahren hatte, zusammen. Die Veroniser Brücke passierte nach ihm niemand mehr. Er wohnte zunächst im Hotel de L'Orope, wo er von den grauenhaften Katastrophen erfuhr und Gerüchte ihm zu Ohren kamen, daß die Überschwemmungen böse Fieber nach sich zögen. Tags herauf, nach einer furchtbaren Sturmnacht, wurde der Palazzo Vendraminkalerigis nach der Seite des Canareccio, im Scheitelpunkt des nördlichen Bogens vom Kanal Grande gelegen, für seine Bedürfnisse eingerichtet, und am 18. September bezogen Wagner's mit ihrem Personal den Mezzanin genannten Zwischenstock. Im Zwischenstock waren 15 Räume für Wagner belegt. Der rot tapezierte Salon im Seitentrakt besaß ein Doppelfenster nach dem Kanal Grande und war mit Mobiliar im Stil Louis Sais eingerichtet. Daran schloß sich nach links das Arbeitszimmer an, mit goldgepressten venezianischen Ledertapeten ausgeschlagen, mit Ankleideecke und Erker, an der Wand ein Schreibsekretär, ein Divan, und neben dem von Vorhängen flankierten Fenster eine bequeme Arbeitsecke mit Lehnstuhl und Arbeitstisch. Für Cosima war ein gelbseidener Teesalon reserviert, an den sich die Kinderschlaf- und Fremdenzimmer anschlossen, die zeitweise Rubinstein, Heinrich von Stein, Hermann Lewy und den stets unangenehm grinsenden und daher lästigen Kanzlisten Hausburg beherbergten. Der Palazzo, eines der schönsten Bauwerke der Lagunenstadt, besitzt nach der rückwärtigen Seite eine Gartenanlage mit weißem Marmorbecken, die man vom Zwischenstock aus erreicht. Von hier aus unternahm Wagner Spaziergänge zum Canareggio. Nachdem Rialto, den er ständig mit dem Lido verwechselte, ging er ebenfalls häufig zu Fuß. Im Parterre des Palazzo legte die Gondel an, die mit dem Lieblings Gondoliere Luigi immer zur Verfügung stand. Die Gondel trug ihn zum Markusplatz, wo er am liebsten auf der steinernen Bank vor der Basilika von San Marco saß, unerkannt von den hier antiken Bronzerossen oder zum Urturm mit dem Glockenspiel und ihn nicht beachteten. Er saß vorn übergebeugt, die Arme aufgestützt, und so sagte er, würde man ihn eines Tages als Leiche finden. Hinabtauchen in die Vergangenheit, sich versenken in Kindheit und Jugend, Betrachtung der Anfänge, heraufrufen von allem, was Qual, Suche, Glück, aber auch Irrtum war. Noch einmal rafften diese Wochen in Venedig Bilder des Lebens in einer sich überstürzenden Fülle zusammen. Er zehrte von Vergangenheit und wurde von ihr heimgesucht. Er träumte von Herwig, mit dem er Schlittschuh lief. Es fielen ihm Szenen aus der Kindheit ein, die er Cosima erzählte. Er wurde wieder Richard Geier gerufen. Er dachte an seine kleine Schwester Cecilie und wie er sie erschreckt hatte. Cecilie, in deinem Bett liegt eine Maske. Cecilie, mit der Terz. Er machte es Cosima vor. Lebte sie denn noch, die ihm so abhanden gekommen war, wie seine ganze Familie? Wie weit waren Leipzig und Dresden, wie fern lag das alles? Waren sie denn nicht alle schon tot? Er kam sich so übrig geblieben vor. Manchmal wollte er neunzig Jahre alt werden oder wenigstens noch zehn Jahre leben, um Siegfried als Mann zu sehen. Aber als eine der Töchter von ihm Glückspfennige erbat, um sie zu sammeln, sagte er zu ihr, »Du wirst bald anderes von mir haben, gutes Kind.« Es trieb ihn nichts mehr, Zukunft zu erzwingen. Er lebte zum ersten Mal nicht mehr mit geballten Fäusten, sondern ließ sich, wie es von Gustav Aschenbach erzählt wird, mit erschlafften Händen fallen. Die kunstvolle Balance, in der er sich seit der Vollendung des Parsifal erhalten hatte, zerbrach. Mit Cosima besuchte er Kirchen und Paläste. Ihr Zuliebe, ihn interessierten sie nicht. Ihre Schönheit verwandelte sich vor seinen Augen in äußerlich auftrumpfende Pracht. Die Bilder der Meister boten ihm kaum noch eine Anregung. Er stand kalt vor den heiligen Szenen und dem gemalten Christus. Er bezweifelte, ob es überhaupt möglich sei, Christus wiederzugeben. Er habe es ja auch aufgegeben, seinen Jesus von Nazareth zu vertonen und dafür Parsifal gesetzt. Christus von einem Tenoristen gegeben, voll Teufel. Seine Gedanken kreisten um die Festspiele. Der Kontostand war ermutigend. 244.805 Mark Einnahmen aus dem Kartenverkauf, 141.220 Mark Patronatsvereins Vermögen, 52.000 Mark Erlös aus dem verkauften Nibelungen Inventar zusammen, 438.025 Mark. Dem standen gegenüber 294.866 Mark an Ausgaben, davon 44.000 Mark für Dekorationen, 80.000 Mark für Sänger und Orchester, 53.000 Mark für technische Leitung und maschinelle Einrichtung, 32.000 Mark für Baumaßnahmen, 6.000 Mark kostete die Kanzlei Humperding, Hausburg und Jäger, 15.000 Mark das Gas, 27.000 Mark die Kostüme. Das ergab einen Überschuss von 143.139 Mark. So hätte er sich mit dem Plan einer Wiederholung beschäftigen können, wäre nur nicht der leidige Wunsch des Königs gewesen, sich ausgerechnet dieses Werk in Münchner Privataufführungen vorspielen zu lassen. Es ist wahr, Wagner wollte den Parsifal nicht freigeben, wollte ihn der Welt abtrotzen für sein eigenes Theater, seine eigene Schöpfung. Allerdings wird diese vergehen, schrieb er am 29. September an Angelo Neumann, denn wer in meinem Sinne sie fortführen sollte, ist und bleibt mir unbekannt und unerkenntlich. Das schloß auch Cosima aus. Nehmen meine Kräfte, welche ich bei solchen Gelegenheiten übermäßig anstrenge, noch vor meinem leiblichen Tode in der Weise ab, daß ich mich nicht mehr mit diesen Aufführungen beschäftigen könnte, so hätte ich allerdings auf die Mittel zu sinnen, durch welche ich mein Werk möglichst rein der Welt erhielte. Unter solchen Voraussetzungen sei er bereit, den Parsifal auch Angelo Neumann für sein wanderndes Wagner-Theater zu überlassen. Wie das Geschaffene zu erhalten war, beunruhigte ihn. Auf eine Anfrage, ob denn ein Komitee zu gründen wäre, antwortete er am 28. September, er wolle keinen Verein und keine Genossenschaft. Ich bin nun siebzig Jahre alt geworden und kann nicht einen einzigen Menschen bezeichnen, der in meinem Sinne irgendeinem der bei solch einer Aufführung Beteiligten, sei es den Sängern, dem Orchesterdirigenten, dem Regisseur, dem Maschinisten, dem Dekorateur oder dem Kostümier, das Richtige sagen könnte. Ja, ich weiß fast keinen, der nur auch im Urteil über Gelungenes oder Nichtgelungenes mit mir zusammenträfe, so daß ich mich auf das Seinige verlassen könnte. Also ein nach meinem Tode eintretendes, vielleicht schon bei meinen letzten Lebzeiten mich leitendes Komitee will ich nicht. Er sah durchaus nicht in die Zukunft, er hatte nur Wünsche. So teilte er Ludwig II. in einem Brief vom 18. November mit, er wünsche nach und nach alle seine Werke im Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth, in der Weise aufzuführen, daß diese Aufführungen als Muster der Korrektheit seiner nächsten Nachwelt wenigstens könnten überliefert werden. Hiermit bedinge ich mir noch etwa zehn rüstige Lebensjahre, während welcher zugleich mein Sohn bis zum Alter seiner vollen Mündigkeit reift, welchem allein ich die geistig-ethische Aufrechterhaltung meines Werkes zutraue, während ich sonst niemand weiß, dem ich mein Amt übergeben könnte. Er überblickte, was er komponiert, und suchte Einheit im Ganzen und in der Vielfalt. Tannhäuser, Tristan, Parsifal, das ginge zusammen, sagte er. Mit dem fliegenden Holländer und dem Tannhäuser, die er in zu vielen Fassungen hinterlassen würde, war er nicht ganz zufrieden. Die in den letzten Wochen seines Lebens geäußerte Absicht, Holländer und Tannhäuser zu überarbeiten, entsprang im Übrigen nicht so sehr dem Gefühl einer Rettung von etwas Unvollkommenem, sondern der richtigen Einsicht in die über ein Werk hinausgreifende Einheit seiner Lebensthemen und in die Notwendigkeit ihrer sinnvollen, formalen Verklammerung. Auch in dieser Beziehung wünschte er Verdeutlichung. Sein Werk sollte erkannt und verstanden, nicht nur genossen werden. Dass die aus dem Bedürfnis nach Einheit erwachsene Musiksprache der Motiventwicklung im reinsten motivierten und aus dem inhaltlichen begründeten Sinn nie einen Nachfolger finden würde, sondern allein für ihn selbst geschaffen war, hätte ihn sehr verwundert. Er lebte in der Stimmung einer hoffnungsvollen Resignation, da er nur noch vom vollständigen Untergang dieser Welt des Besitzes etwas erwartete. Er meinte, das Beste, was einem widerfahren könne, sei ein Exil in Ceylon. Am 9. Oktober, um es im Leben auszuhalten, müsste man darin tot sein. Es war trübselig regnerisch im Oktober. Der Markusplatz war überschwemmt, aber es zog ihn erst recht nichts nach Norden. Bayreuth hatte ihm wenig zu geben. Gegenüber Jukowski klagte er, dass er sein schönes Haus mit solch einem Scheißklima gebaut habe. Manchmal brach ein bitterer Humor hervor. Die Lektüre von Hermann Oldenbergs »Buddha« stimmte ihm keineswegs zu ruhig gelassener Ergebenheit und Seelenfrieden. Die Krämpfe über der Brust kamen immer häufiger und heftiger. Er litt unsäglich. Nur mühsam schleppte er sich noch über die Gassen und Plätze. Er ging langsam, blieb oft stehen, die Hand auf der Brust, und mußte sich vor Schmerz und Erschöpfung niedersetzen. Am Klavier spielte er »Harlekin, du mußt sterben«, eine volkstümliche Weise, die er von seiner ersten Frau gehört hatte. Besucher kamen. Hermann Levi, Gravinas, die lange Gräfin Usedom, die sich zur Belustigung der Kinder jedes Mal zu ihm herabbeugte, um ihm die Hand zu küssen, und zur Belohnung einen Kuss auf die Wand hielt. Am 12. Oktober zum 22. Geburtstag Danielas war für nachmittags Dr. Henry Tode, Danielas nachmaliger Ehemann, ins Vendramin geladen, nachdem er tags zuvor Wagner zweimal verfehlt hatte. Wie Tode in seinem Tagebuch notierte, trat zur Begrüßung Wagner am Arm seiner Frau, gefolgt von Kindern und Gästen, wie ein Fürst mit Gefolge ins Zimmer. Wie ein kranker Fürst, verfehlte Tode aufzuschreiben. Und alles andere war wenig olympisch. Wagner war in Nachtischlaune, man nahm im Salon zum Kanal Grande hinaus Platz, Wagner dem Licht gegenüber, was ihm zwar nicht angenehm war, wie er sagte, aber vor ihm schon Tristan und Isolde erlitten hätten. Er trug ein schwarzes, gestepptes Atlas-Jäckchen und eine weiße Weste. Tode gab seiner Hoffnung Ausdruck, er befinde sich wohl. »Ja«, antwortete er heiter, »da liege ich nun den ganzen Tag in den heftigsten Krämpfen und erhole mich erst am Abend, und dann kommt diese meine herzlose Familie und sagt, es ist doch eine Freude, wie gut es dem Vater hier geht.« Wagner erkundigte sich nach Todesplänen. Als dieser erzählte, er wolle sich nächstes Jahr habilitieren, rief Wagner, »wieder einer!« Dann mockierte er sich über das steife Florenz, die Lieblingsstadt des Kunsthistorikers Tode, und fügte hinzu, Tode müsse eine schöne Meinung von ihm erhalten. »Ich will lieber gehen, ehe es zum Ärgsten kommt.« Mit großer Ungezwungenheit ging es auch beim abendlichen Fest zu, an dem außer der Familie auch Rubinstein, Hausburg und Heinrich von Stein teilnahmen. Tode erschreckte die Gesellschaft durch seine Befürchtung, daß bei dem vielen Regen in absehbarer Zeit das Fieber in der ganzen Gegend grassieren werde. Wagner kam wie unter einem Zwang immer wieder darauf zurück, flüchtete sich aber dann doch in Scherze und sang am Ende zu Rubinsteins Begleitung Hagens Wacht. Prachtvoller Bass, nicht wahr? Zum atemlosen Staunen seiner Zuhörer trug er Brünnhildens Abschiedsgesang vor. »Und da ruft einen keiner heraus!« Beim Verabschieden fragte er Tode, »Was hat Ihnen nun besser gefallen, mein Bass oder mein Sopran?« Seine Natur erhielt ihm die Agilität und einen seltsamen dämonischen Witz. Einmal tanzte er wie ein Jüngling, dann schlug er, als beim Abendtisch von Geisterklopferei die Rede war, plötzlich sitzend mit dem rechten Fuß auf den Tisch. Sich mit List vergleichend, meinte er, »Noblesse, Anstand, die habe er nicht. Ich habe die Krankheit meiner Ungezogenheit.« In der Nacht zum 31. Oktober sahen sie vom Fenster des Palazzo Vendramin den Kometen über Venedig. Nachmittags fuhren sie zum Markusplatz, wo ein herrlicher Sonnenuntergang sie erfreute. Es war einer der wenigen schönen Tage dieses Herbstes. Noch im Oktober begann er mit der Schrift »Das Bühnenweihfest-Spiel in Bayreuth 1882«. Sie enthält scharfsinnige und kluge Regieaussagen zu Musiktheater, die mit ihrer Betonung der einfachen Gesten und Bewegungen, des Unterspielens und nicht Überspielens der musikalischen Mimetik und schließlich auch der Schlichtheit von Bühne und Kostüm noch heute mit Gewinn gelesen werden können. Wagner sprach mit Zufriedenheit davon, dass man der gewohnten Welt entrückt gewesen sei. Und dann folgt unvermittelt die Wendung »Wer kann ein Leben lang mit offenen Sinnen und freiem Herzen in diese Welt des durch Lug, Trug und Heuchelei organisierten und legalisierten Mordes und Raubes blicken, ohne zu Zeiten mit schaudervollem Ekel sich von ihr abwenden zu müssen?« Wohin fällt dann sein Blick? Gar oft wohl in die Tiefe des Todes. Es sind wilde Ausbrüche, die sich mit dem Todesgedanken verbinden. Keine Verklärung Er schrieb unter Krämpfen. Am 10. November hatte er vier Anfälle. Einmal lag er fast zwei Stunden von Schmerz zerrissen und am Rand der Bewusstlosigkeit. Eines Nachts verwechselte er die Pillen, danach nahm er zur Beruhigung Opiumtropfen. Alles wurde nur noch schlimmer, als am 19. November Franz Liszt eintraf. Sie zogen einander an, aber die Nähe bekam ihnen nicht. Sie sprachen immer zur gleichen Zeit, sie missverstanden, was der andere sagte. Wollte der eine Whist spielen, drängte es den anderen zum Gespräch. Liszt langweilte sich beim Kartenspiel, Wagner lief beim Whist an den Flügel, um etwas zu demonstrieren, was ihm gerade einfiel. Liszt hörte nicht zu. Wenn sie sich getrennt hatten, wurde Wagner heftig und griff Cosima wiegen ihres Vaters an. Sie sahen kein Verständnis für des anderen Lebensweise. Liszt trug viel Unruhe ins Haus. Ein Schwall von Konnaissancen umgab ihn, fortwährend war von Matineen, Dines und Soireen die Rede. Neuestens verkehrte Liszt mit Don Carlos und einem mexikanischen Herzog Iturbide, den Wagner für einen Anbeter des Fitzli-Putzli und Verwissen von Itztcauitl und Popocatepetl erklärte, was Liszt nicht abschreckte, Don Carlos als Markiposa zur Seite zu treten, wie Wagner dem König von Bayern schrieb. Er meinte, bei Tisch Verwitwete sollten entweder zu ihren Kindern ziehen oder ins Kloster gehen, auch Männer. Und Liszt lebte für ihn im Wittgenstand. Zum schwersten Zerwürfnis zwischen Richard und Cosima kam es, was sie selber elf Wochen vor seinem Tode. Sie verteidigte ihren Vater mit aller Heftigkeit, worauf er vom Bett aufsprang mit der Bemerkung, sie glaube wohl, sie sei die Tugend selbst. Zwar kam es zur Versöhnung, aber er erwiderte ihren Kuss ohne Herzlichkeit. Das einzige Mal in all den Jahren. Noch in Venedig erfuhr Wagner von der Erfindung des Phonographen. Es war ihm unvorstellbar. Die Menschen würden dadurch selbst zu Maschinen. Es hätte jedoch vermutlich das Dilemma seiner Entbehrungen gelöst. Er litt darunter, monatelang keine Musik zu hören und von nichts unterhalten zu werden, außer von Lektüre. Zu Neujahr vergnügte er sich in Venedig bei einer Aufführung des volkstümlichen Intrigantenstücks Baruffe Chiozzotte, eines Lustspiels von Goldoni, das schon Goethe in seiner italienischen Reise erwähnt hat. Es behandelt die Rauf- und Schreihändel von Chiozza. Dann wurde es einsamer um ihn. Die Abschiede begannen. Humperding blieb bis zum 3. Januar. Er sah Wagners Gesicht von der scheidenden Sonne seines Lebens mit einem Schimmer der Verklärung übergossen. Aber was er rückblickend Verklärung nannte, war Auflösung. Und kam dem Bild von Renoir am nächsten, ein schmerzliches Lächeln in Ekel und Überdruß, das die Weichen zünd Zügez. Niemand erkannte, dass es zu Ende ging. In seinem letzten Brief an den König vom 10. Januar 1883 bezeichnete Wagner die Separatvorstellungen des Parsifal in München als unmöglich. Kabinettssekretär von Bürkel teilte daraufhin am 20. Januar mit, daß Ludwig II. auf seinem Wunsch beharre, jedoch in eine Verschiebung auf Frühjahr 1884 einwillige. Erst in diesem seinem letzten Brief sprach Wagner vom Parsifal als seinem Weltabschiedswerk und Lebensabschiedswerk, denn ganz so war es nicht gemeint gewesen. »Harlekin, du mußt sterben«, spielte er auf dem Ibachflügel, dessen Empfang er mit den Worten quittiert hatte, jetzt mache er nur noch weiche Musik. Er improvisierte eine Intrada zu »O du lieber Augustin«, und immer wieder stimmte er ein Volkslied aus dem Siebenjährigen Krieg an »Stiefel muß sterben, ist noch so jung, jung, jung.« Todesgedanken? Die waren ihm nicht fremd, bloß der kalte Wind, der die Flamme ausblies. Nur ab und zu lodert es in ihm auf, wie bei einem halberloschenen Feuer, notierte Cosima. Er hörte sogar auf, die Welt anzuklagen. Stattdessen nistete sich ein Unbehagen in ihm ein. Er mochte plötzlich den Palazzo Vendrami nicht mehr, der ihm durch die Krämpfe und Abschiede verleidet war und durch das Gefühl einer Fremdheit selbst derjenigen gegenüber, die er liebte, die sich als stärker erwies als er und ihn überleben würde. Wodurch schließlich doch noch alles gelungen war. Mit schneidender Genauigkeit zeichnete sie seine Leiden und seine Träume auf, selbst das, was unbegreiflich an ihm blieb. In der Nacht zum 11. Januar hörte sie ihn im Traum sprechen. Er sagte, »Wenn er mich geschaffen hat, wer hat's ihm geheißen?« »Und wenn ich sein Ebenbild bin, ist es die Frage, ob es mir angenehm ist.« Keine Verklärung Am 13. Januar reiste Franz Liszt nach Budapest. Wagner bat ihn vergeblich zu bleiben. Nur Jukowski, dem er zuredete, nach Russland zu reisen, zum 100. Geburtstag seines Vaters, des Zarenerziehers, Dichters und Übersetzers, dessen Zentenarfeier hochoffiziell begangen werden sollte, blieb bei ihm, von trüben Vorahnungen befallen. Noch einmal kam Hermann Levy am 4. Februar zu Besuch, nicht ganz erfreulich, durch Kränkeln und üble Nachrichten. Nietzsche habe ihm einen jungen Mozart empfohlen. Er heiße Peter Gast und sei ein vollständiger Nichtskönner. O Elend der Welt! Abends sagte Wagner zu Cosima, Nietzsche habe gar keinen eigenen Gedanken gehabt. Am nächsten Tag besprachen sie mit Levy die künftige Besetzung des Parsifal. Es ist nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass der Name Carrie Pringle fiel. Sie befand sich zur Fortsetzung ihres Gesangsstudiums mit ihren Eltern in Italien, und es lässt sich nicht ausschließen, dass Levy von Wagner, zunächst ohne Cosimas Wissen, den Auftrag erhielt, Carrie Pringle zum Vorsingen nach Venedig einzuladen. Faschingsdienstag, den 6. Februar, begaben sie sich abends gegen 9 Uhr zum Markusplatz, der von über 300 Gaskandelabern in zwei Reihen erleuchtet war. Vom Capello Nero aus sahen sie zu, wie der Trauerzug des Prinzenkarneval mit den Masken der Merchmerchmerchmerchmerchmerchmerchmerchmerchmerchmerchmerchmerchmerchmerchmercheria und der Kampens bei den Säulen der Piazzetta den Verbrennungstod erlitt. Harlekin, du musst sterben! Einmal ging Wagner mit den Kindern auf das hölzerne Tanzpodest, kehrte aber traurig zurück, arme Handwerksleute hüpften da herum, ohne zu wissen weshalb. Es schlug Mitternacht und die Flammen erloschen. Gegen ein Uhr fuhren sie mit der Gondel in den Vendramin zurück, es war Aschermittwoch, und vor dem Einschlafen hörte Cosima ihn sagen, »Ich bin wie Othello, mein Tagwerk ist vorbei.« In einer der letzten Nächte träumte er wieder von seiner Mutter. Wie er sie jugendlich anmutig und ganz anders, als sie ihm in seiner Kindheit erschien, war bei Brockhausens sah. In den Träumen begegneten ihm die Frauen seines Lebens noch einmal. Er träumte von Wilhelmine Schröder-Devrient, von Minna. Er erhielt im Traum Briefe von Mathilde Wesendonck und Friederike Meyer, die er ungeöffnet neben sich legte, wenn nun Cosima eifersüchtig wird. Er lag lange schlaflos und stand morgens spät auf, als fürchte er, das Gleichgewicht zu verlieren. Am Montag, dem 12. Februar, nahm Hermann Levy, der so viel um ihn und sich gelitten, bewegt von ihm Abschied. Vor dem Essen schrieb Wagner ein wenig an seinem Aufsatz, nachmittags fuhr er mit Eva aus. Beim Abendbrot kam er auf die Gefängnisse zu sprechen und auf die Strafen. »Alles wegen des Eigentums«, sagte er. Als Cosima schon zu Bett gegangen war, hörte sie ihn viel und laut sprechen. Sie stand auf und ging zu ihm. »Ich sprach mit dir«, sagte er, und umarmte sie lange und zärtlich. »Alle 5000 Jahre glücktes.« Er habe von den Undinenwesen gesprochen, die sich nach einer Seele sehnen. Er ging ans Klavier und spielte das Klagethema »Reingold, Reingold«. Dann fügte er, sich selbst zitierend hinzu, »Falsch und feig ist, was dort oben sich freut.« »Dass ich das damals so bestimmt gewußt habe.« Als er im Bett lag, sagte er noch, »Ich bin Ihnen gut, diesen untergeordneten Wesen der Tiefe, diesen Sehnsüchtigen.« Am nächsten Morgen kam es dem Zeugnis der Tochter Isolde zufolge zwischen ihm und Cosima zu einer heftigen Auseinandersetzung, deren Grund die Einladung an Carrie Pringle gewesen sein dürfte, ihn in Venedig zu besuchen. Anders sind die folgenden Stunden und das rätselhafte Verhalten Cosima Wagners nicht zu erklären, wenn anders auch nicht die seltsamen Bemerkungen des Hausarztes Dr. Kepler in seinem Bericht über die Todesursache, es hätten psychische Aufregungen das Ende beschleunigt und »Der Anfall selbst, der dem Leben des Meisters ein so jähes Ende setzte, muss eine ähnliche Veranlassung gehabt haben, doch kann ich mich auf diesbezügliche Vermutungen nicht einlassen.« Warum hat Kepler das »Muss« unterstrichen? Hat ihm jemand vom Hauspersonal oder eines der Kinder etwas erzählt, was dann alle vergessen wollten? Wagner war morgens wieder sehr spät aufgestanden und hatte zu seinem Diener Georg gesagt, »Heute muss ich mich in Acht nehmen.« Trotz seines labilen Zustands trank er mit Cosima Kaffee, woran sich offenbar der Streit über den angekündigten Besuch von Carrie Pringle anschloss. Bis zur Mittagszeit blieb Wagner dann in seinem Zimmer, um zu arbeiten. Siegfried, der dreizehnjährige Knabe, saß im Salon und übte etwas Klavier. Da trat seine Mutter ein, setzte sich an den Flügel und begann zu spielen, das erste Mal, dass Siegfried seine Mutter spielen hörte. Er fragte sie, was das sei, und sie antwortete, »Schuberts Lob der Tränen.« So fand sie auch Jukowski, als er gegen dreiviertelzweig zum Essen im Palazzo Vendramin eintraf. Sie spielte Siegfried das Lob der Tränen vor, und ihre eigenen Tränen flossen dabei. Wagner ließ gegen zwei Uhr durch den Diener sagen, sie sollten zu Tisch gehen und nicht länger auf ihn warten. Cosima erklärte Jukowski, er habe wieder seine Krämpfe, diesmal ein wenig stark, aber man lasse ihn besser allein. Völlig beruhigt setzte sie sich zu Tisch. Man war heiter und gelassen. Das Hausmädchen Betty Bürkel war in Wagners Nähe verblieben. Sie war es, die ihn als erste stöhnen hörte. Er saß am Schreibtisch, hatte die Kappe vor sich liegen und schien das Ende des Krampfes abwarten zu wollen. Plötzlich zog er die Klingel. Zu Betty sagte er, »Meine Frau und der Doktor.« Der Diener Georg brachte ihn in die Ankleideecke und befreite ihn von einigen Kleidungsstücken. Betty lief zur Mittagstafel, um Frau Wagner zu sagen, sie solle sofort kommen. Siegfried vergaß nie, wie seine Mutter zur Tür hinaus stürmte. Eine Gewalt leidenschaftlichen Schmerzes drückte sich darin aus. Dabei stieß sie sich so stark an dem halb geöffneten Türflügel, dass dieser fast zerbrach. Sie fand ihn zusammengesunken, ermattet, die Augen geschlossen. Diese Seite der Welt sah er nicht mehr. Das Ringen ging zu Ende. Genug gelitten, kein Wort kam mehr über seine Lippen. Das ist dein Tod, das ist deine letzte Einsamkeit. Das Gesicht von Schmerz zerrissen. Kein letzter Wille, keine Verklärung. Man legte ihn auf das Ruhebett. Cosima sank neben ihm nieder und umklammerte seine Knie. Als um drei Uhr der Arzt Dr. Kepler eintraf, war der Puls nicht mehr zu spüren. Dann ging der Diener Georg hinüber zu den von Angst Gelähmten und sagte, »Es ist alles aus.«